Anne Bronte, die Herrin von Wildfell Hall. An J. Helford, Esquire Lieber Helford, bei unserer letzten Begegnung hast du mir einen sehr ausführlichen und interessanten Bericht von den bemerkenswertesten Begebenheiten deiner Jugend, d.h. der Zeit vor unserer Bekanntschaft gegeben, und mich danach gebeten, dein Vertrauen auf gleiche Weise zu erwidern. Da ich damals nicht in Erzähllaune war, lehnte ich ab, unter dem Vorwand, ich hätte nichts zu erzählen und ähnlichen Ausflüchten, die von dir als völlig unzulänglich angesehen wurden, denn obwohl du dem Gespräch sofort eine andere Wendung gegeben hast, geschah das doch mit der Miene eines Mannes, der sich zwar nicht beklagt, aber doch tief gekränkt ist, und auf deinem Gesicht lag ein Schatten, der es bis zum Ende unserer Unterredung verdüsterte und der, soweit ich weiß, noch immer nicht gewichen ist. Denn deine Briefe lassen seither eine etwas gezierte, halb schwermütige Gezwungenheit und Distanz erkennen, die mir sehr zu Herzen ginge, wenn mir mein Gewissen sagte, dass ich sie verdiene. Schämst du dich nicht, alter Junge, in deinem Alter und angesichts der Tatsache, dass wir uns so lange und so gut kennen und ich dir schon so viele Beweise von Offenheit und Vertrauen geliefert und dir deine im Vergleich dazu recht ausgeprägte Verschlossenheit und Zurückhaltung nie übel genommen habe? Aber das ist vermutlich genau der Punkt. Du bist von Natur aus nicht sehr mitteilsam und glaubtest, Wunder was getan und bei jener denkwürdigen Gelegenheit einen beispiellosen Beweis freundschaftlichen Vertrauens erbracht zu haben, der, wie du dir bestimmt geschworen hast, der letzte dieser Art sein soll. Und als mindesten Dank für einen so gewaltigen Gunstbeweis hast du wohl von mir erwartet, dass ich deinem Beispiel folgen würde, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern. Nun, ich habe nicht zur Feder gegriffen, um dir Vorwürfe zu machen oder mich zu verteidigen oder mich für vergangene Sünden zu rechtfertigen, sondern, wenn möglich, sie wieder gut zu machen. Es ist heute ein nasser, verregneter Tag. Die Familie ist ausgegangen, um einen Besuch zu machen. Ich sitze allein in meiner Bibliothek und habe einige alte, stockfleckige Briefe und Schriftstücke durchgesehen und über vergangene Zeiten nachgesonnen, sodass ich jetzt in der richtigen Gemütsverfassung bin, dich mit einer altväterlichen Geschichte zu unterhalten. Und nachdem ich meine schon ziemlich angeschmorten Füße vom Kamineinsatz genommen, mich zum Tisch umgedreht und die obigen Zeilen an meinen bärbeißigen alten Freund niedergeschrieben habe, will ich ihm in groben Zügen, nein, nicht in groben Zügen, sondern umfassend und wahrheitsgetreu von bestimmten Umständen berichten, die mit dem wichtigsten Ereignis meines Lebens verbunden sind. Vor meiner Bekanntschaft mit Jack Helford zumindest. Und wenn du das gelesen hast, magst du mich der Undankbarkeit oder der eines Freundes unwürdigen Verschlossenheit sein, wenn du kannst. Ich weiß, dass du lange Geschichten magst und ein ebenso großer Pedant bist wie meine Großmutter, wenn es um ausführliche Darstellung und weitschweifige Details geht, und so will ich dich denn auch nicht verschonen. Nur meine eigene Geduld und Muße sollen mir Grenzen setzen. Unter den Briefen und Schriftstücken, die ich ansprach, befindet sich auch ein vergilbtes altes Tagebuch von mir, das ich erwähne, um klarzustellen, dass ich mich nicht ausschließlich auf mein Gedächtnis, so gut es auch ist, verlassen muss. So beginne ich also mit Kapitel 1, denn es soll eine Geschichte mit vielen Kapiteln werden. Kapitel 1 Eine Entdeckung Du musst dich nun mit mir in den Herbst des Jahres 1827 zurückversetzen. Mein Vater war, wie du weißt, eine Art Gutsbesitzer in so und so Scheuer und auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin ging auch ich dieser beschaulichen Beschäftigung nach, nicht gerade sehr gern, denn mein Ehrgeiz wies mir höhere Ziele und meine Eitelkeit versicherte mir, dass ich mein Talent brach liegen lassen und mein Licht unter den Scheffel stellen würde, wenn ich dieser inneren Stimme nicht Gehör schenkte. Meine Mutter hatte ihr Möglichstes getan, mir einzureden, ich sei zu großen Taten fähig, aber mein Vater, der Ehrgeiz für den sichersten Weg ins Verderben hielt und für den Veränderung nur ein anderes Wort für Untergang war, wollte nichts von irgendwelchen Plänen meiner eigenen Lage oder die meiner Mitmenschen zu verbessern hören. Er versicherte mir, es sei alles Blödsinn, und ermahnte mich bei seinem letzten Atemzug auf die bewährte Weise weiterzumachen, in seine Fußstapfen und die seines Vaters vor ihm zu treten und meinen hochfliegenden Ehrgeiz aufzugeben, um als ehrlicher Mann durchs Leben zu gehen, weder nach rechts noch nach links zu blicken und die väterlichen Ländereien in mindestens ebenso blühendem Zustand meinen Kindern zu übergeben, wie er sie mir hinterließ. Nun gut, ein ehrenwerter und fleißiger Bauer gehört zu den nützlichsten Mitgliedern der Gesellschaft, und wenn ich meine Fähigkeiten der Bestellung meines Hofs und der Verbesserung der Landwirtschaft im Allgemeinen widme, werde ich dadurch nicht nur meinen nächsten Verwandten und Abhängigen, sondern in einem gewissen Maße auch der Menschheit insgesamt von Nutzen sein. Folglich werde ich nicht umsonst gelebt haben. Mit solchen Überlegungen versuchte ich mich zu trösten, als ich eines kalten, feuchten, bewölkten Abends Ende September von den Feldern heimwärts trottete. Doch der Schein eines rotglühenden Feuers durch das Fenster des Salons vermochte meine Stimmung eher aufzuheitern und mir die Undankbarkeit meines Aufbegehrens nachhaltiger vor Augen zu führen, als all die klugen Überlegungen und guten Vorsätze, die ich mir abgerungen hatte. Denn ich war ja damals noch jung, das darfst du nicht vergessen, erst 24, und ich hatte mich noch nicht halb so gut im Griff wie heute, wie wenig das auch sein mag. Allerdings durfte ich in diesen Hafen des Glücks nicht einlaufen, ehe ich nicht meine schmutzigen Stiefel gegen ein paar Schuhe und meinen groben Überzieher gegen einen ansehnlichen Rock vertauscht und mich ganz allgemein für eine anständige Gesellschaft präsentabel gemacht hatte, denn meine Mutter war bei all ihrer Güte in bestimmten Punkten außerordentlich penibel. Als ich zu meinem Zimmer hinaufging, begegnete mir auf der Treppe ein aufgewecktes, hübsches, 19-jähriges Mädchen von niedlicher, untersetzter Gestalt mit einem runden Gesicht, glühenden, frischen Wangen, glänzenden, dichten Locken und lustigen, braunen Äuglein. Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, dass es meine Schwester Rose war. Ich weiß, sie ist immer noch eine anmutige ältere Dame und in deinen Augen bestimmt nicht weniger liebenswert als an jenem glücklichen Tag, da du sie zum ersten Mal erblicktest. Damals konnte ich freilich noch nicht wissen, dass sie in wenigen Jahren die Frau eines Mannes werden sollte, der mir zu jenem Zeitpunkt noch völlig unbekannt war, mir später aber sogar ein engerer Freund als sie selbst werden und mir näher stehen sollte als jener ungehobelte 17-jährige Bursche, der mir beim Herunterkommen im Hausgang entgegentrat und mich beinahe aus dem Gleichgewicht gebracht hätte und der zur Strafe für seine Unverschämtheit einen krachenden Schlag auf den Kopf erhielt, welcher jedoch von der Züchtigung keinen ernsthaften Schaden davontrug, da er nicht nur ungewöhnlich dickschädlich, sondern zudem noch von einem dichten Schopf roter Locken geschützt war, die meine Mutter Kastanienbraun nannte. Als wir den Salon betraten, sahen wir diese ehrenwerte Dame in einem Lehnstuhl neben dem Kamin sitzen und an ihrem Strickzeug arbeiten, wie es ihre Gewohnheit war, wenn sie nichts anderes zu tun hatte. Sie hatte den Kaminrost gekehrt und zu unserem Empfang ein hellloderndes Feuer entfacht. Der Diener hatte eben das Teetablett hereingebracht, und Rose holte gerade die Zuckerschale und den Teekessel aus der Kredenz des schwarzen Eichenschranks, der in dem anheimelnden Dämmerschein des Salons wie poliertes Ebenholz glänzte. »Nun, hier sind ja die beiden«, rief meine Mutter, wobei sie sich zu uns umdrehte, ohne die Bewegung ihrer flinken Finger und funkelnden Nadeln zu verlangsamen. »Macht jetzt die Tür zu und kommt her ans Feuer, bis Rose mit dem Tee fertig ist. Ihr seid bestimmt schon halb verhungert, und erzählt mir, wo ihr den ganzen Tag lang gewesen seid. Ich erfahre gern, was meine Kinder so alles getrieben haben. Ich habe das graue Fohlen-Zoo geritten, keine leichte Aufgabe, wahrlich, das Pflügen des letzten Weizenstoppelfeldes beaufsichtigt, denn der Ackerknecht ist zu dumm, um selbst die Aufsicht zu übernehmen, und ich habe einen Plan zur umfassenden und wirksamen Entwässerung der niedrig gelegenen Wiesen ausgeführt.« »Das ist ganz mein tüchtiger Junge.« »Und Fergus, was hast du gemacht?« »Dachse gejagt.« »Und im Folgenden berichtete er uns eingehend von seinem Zeitvertreib und dem Heldenmut, den sowohl der Dachs als auch die Hunde an den Tag gelegt hatten.« Meine Mutter tat so, als höre sie mit gespannter Aufmerksamkeit zu und betrachtete seine vor Eifer glühende Miene mit einem Maß an mütterlicher Bewunderung, das mir für den Gegenstand derselben reichlich unangemessen schien. »Es ist Zeit, dass du irgendetwas anderes tust, Fergus«, sagte ich, sobald mir eine kurze Unterbrechung in seiner Schilderung die Möglichkeit bot, »zu Wort zu kommen.« »Was kann ich denn schon tun?« »erwiderte er.« »Mutter will mich nicht zur See fahren oder in die Armee eintreten lassen, und ich bin fest entschlossen, nichts anderes zu tun, außer mich euch allen zu einer solchen Plage zu machen, daß ihr noch einmal dankbar seid, wenn ihr mich je loswerdet, egal wie.« Unsere Mutter streichelte ihm besänftigend die störrischen kurzen Locken. Er maulte und versuchte, ein mürrisches Gesicht zu machen, und dann nahmen wir alle auf Roses dreimal wiederholte Aufforderung hin unsere Plätze bei Tisch ein. »Trinkt jetzt euren Tee,« sagte sie, »und ich will euch gleich erzählen, was ich gemacht habe. Ich war zu Besuch bei den Wilsons, und es ist ewig schade, daß du nicht mitgekommen bist, Gilbert, denn Eliza Millward war dort. »Na schön, was ist mit ihr?« »Oh, nichts. Ich will ja nicht von ihr erzählen, nur daß sie ein nettes, amüsantes, kleines Ding ist, wenn sie fröhlicher Laune ist, und ich hätte nichts dagegen, sie...« »Pst, pst, mein Kind, dein Bruder hat keine derartige Absicht,« flüsterte meine Mutter angelegentlich und hob den Zeigefinger. »Also,« begann Rose von Neuem, »ich wollte euch gerade eine wichtige Neuigkeit erzählen, die ich dort erfuhr. Seither platze ich fast vor Ungeduld, sie loszuwerden.« »Wie ihr wisst, wurde vor einem Monat berichtet, daß irgendjemand Wildfell Hall übernehmen wolle, und, was glaubt ihr wohl, seit über einer Woche ist es tatsächlich bewohnt, und wir haben noch gar nichts davon gewusst.« »Ausgeschlossen!«, rief meine Mutter. »Lachhaft!«, kreischte Fergus. »Doch, und zwar von einer alleinstehenden Dame. Du lieber Himmel, mein Kind, das Anwesen ist ja ganz verfallen. Sie hat zwei oder drei Zimmer bewohnbar machen lassen, und dort lebt sie ganz allein, abgesehen von einer alten Frau, die sie als Dienerin hat.« »Ach, du meine Güte! Das verdirbt die Sache. Ich hatte gehofft, sie wäre eine Hexe,« bemerkte Fergus, während er sich sein fingerdickes Stück Butterbrot schnitt. »Unsinn, Fergus! Aber ist es nicht merkwürdig, Mama?« »Merkwürdig? Ich kann es kaum glauben.« »Aber du kannst es ruhig glauben, denn Jane Wilson hat sie gesehen. Sie ging mit ihrer Mutter hin, die natürlich, als sie von einer Fremden in der Nachbarschaft hörte, ganz kribbelig war, sie zu sehen und alles, was sie konnte, aus ihr herauszubekommen. Sie nennt sich Mrs. Graham, und sie trägt Trauer. Keine Witwentracht, sondern leichte Trauerkleidung. Und sie ist noch ganz jung, heißt es, nicht älter als fünf oder sechsundzwanzig, aber so reserviert. Sie versuchten alles Erdenkliche, um herauszufinden, wer sie ist und woher sie kommt, und alles über sie. Doch weder Mrs. Wilson mit ihren ausdauernden und dreisten, treffsicheren Attacken noch Miss Wilson mit ihrem geschickten Manövrieren gelang es ihr, auch nur eine einzige befriedigende Antwort oder zufällige Bemerkung zu entlocken oder ein Wort zu ergattern, das geeignet gewesen wäre, ihre Neugier zu stillen oder den schwächsten Lichtstrahl auf ihre Geschichte, Lebensumstände oder gesellschaftlichen Beziehungen zu werfen. Zudem war sie nicht besonders höflich zu ihnen und sagte offensichtlich lieber Adieu als guten Tag. Aber Eliza Millward meint, ihr Vater wolle ihr bald seine Aufwartung machen, um ihr etwas geistlichen Beistand anzubieten, den sie, wie er fürchte, nötig habe, da sie sich am Sonntag nicht in der Kirche blicken ließ, obwohl sie, wie man weiß, schon Anfang letzter Woche in diese Gegend gekommen ist. Und sie, das heißt Eliza, wird ihn bitten, ihn begleiten zu dürfen und ist sicher, dass sie es schaffen wird, etwas aus ihr herauszubringen. Du weißt ja, Gilbert, sie bringt alles fertig. Und wir sollten in nächster Zeit dort einen Besuch abstatten, Mama. Das gehört sich schließlich so. Natürlich, mein Kind, die Ärmste, wie einsam sie sich fühlen muss. Und beeilt euch, wenn ich bitten darf, und vergesst nicht, mir zu berichten, wie viel Zucker sie in ihren Tee tut und welche Art von Hauben und Schürzen sie trägt und all das, denn ich weiß gar nicht, wie ich bis dahin leben soll, sagte Fergus mit großem Ernst. Aber wenn er bezweckte, dass diese Äußerung als ungeheuer geistreicher Einfall willkommen geheißen würde, hatte er sich geirrt, denn niemand lachte. Ihn allerdings konnte das nicht besonders aus der Fassung bringen, denn als er ein Stück von seinem Butterbrot abgebissen hatte und gerade einen Schluck Tee trinken wollte, übermannte ihn die Situationskomik mit solch unwiderstehlicher Macht, dass er vom Tisch aufspringen und prustend und würgend aus dem Zimmer stürzen musste, und kurz darauf hörte man ihn in einem fürchterlichen Lachanfall im Garten herumtoben. Was mich anging, so begnügte ich mich damit, schweigend Tee, Speck und Toast zu vertilgen, während meine Mutter und meine Schwester ihre Unterhaltung fortsetzten und weiter die offensichtlichen oder nicht offensichtlichen Umstände und die wahrscheinliche oder nicht wahrscheinliche Lebensgeschichte der geheimnisvollen Dame erörterten. Aber ich muss gestehen, dass ich nach dem Missgeschick meines Bruders ein- oder zweimal die Tasse an meine Lippen führte und sie wieder absetzte, ohne dass ich gewagt hätte, von ihrem Inhalt zu kosten, stand doch zu befürchten, dass ich meine Würde durch einen ähnlichen Ausbruch verletzte. Am nächsten Tag beeilten sich meine Mutter und Rose, der schönen Einsiedlerin, einen Höflichkeitsbesuch abzustatten und kamen nur wenig klüger zurück, als sie aufgebrochen waren, obwohl meine Mutter erklärte, sie bereue den Ausflug nicht, denn wenn sie schon nicht viel davon profitiert hatte, so bildete sie sich doch ein, einiges vermittelt zu haben, und das war ohnehin besser. Sie hatte einige nützliche Ratschläge erteilt, die, wie sie hoffte, nicht verworfen werden würden. Denn Mrs. Graham sagte zwar zu allem nur wenig und machte den Eindruck, ziemlich von sich eingenommen zu sein, schien aber nicht unfähig zu tieferem Nachdenken, obwohl sie nicht wisse, wo sie ihr Leben zugebracht hatte, das arme Ding, denn sie verriet eine beklagenswerte Ahnungslosigkeit in gewissen Punkten und hatte nicht einmal so viel Einsicht, sich derselben zu schämen. »In welchen Punkten, Mutter?«, fragte ich. »In Haushaltsangelegenheiten und all den kleinen Kochkünsten und anderen Dingen, mit denen jede Dame vertraut sein sollte, ob sie nun von ihrem Wissen praktischen Gebrauch machen muss oder nicht. Ich gab ihr jedoch ein paar nützliche Hinweise und etliche ausgezeichnete Rezepte, deren Wert sie augenscheinlich nicht zu würdigen verstand, denn sie bat, ich solle mich nicht bemühen, da sie so bescheiden und ruhig lebe, dass sie sicher sei, niemals davon Gebrauch zu machen. »Das macht nichts, meine Liebe,« sagte ich, »das ist etwas, was jede anständige Frau wissen sollte, und nebenbei bemerkt, auch wenn sie jetzt allein sind, werden sie es doch nicht immer sein. Sie waren verheiratet und werden wahrscheinlich, ich möchte wohl behaupten, fast sicher wieder heiraten.« »Sie irren sich, Madame,« sagte sie beinahe hochmütig. »Das wird bestimmt nie wieder der Fall sein.« Aber ich sagte ihr, »ich wisse es besser.« »Vermutlich irgendeine romantische junge Witwe,« sagte ich, »die hierher gekommen ist, um ihre Tage in Einsamkeit zu beschließen und im Verborgenen um den teuren Toten zu trauern. Aber das wird nicht lange dauern.« »Das glaube ich auch nicht,« bemerkte Rose, »denn sie schien nach allem nicht sehr verzweifelt, und sie ist ausnehmend hübsch, vielmehr schön. Du musst sie sehen, Gilbert. Du wirst sie eine makellose Schönheit nennen, obgleich du wohl kaum behaupten könntest, eine Ähnlichkeit zwischen ihr und Eliza Millward zu entdecken.« »Nun, ich kann mir viele Gesichter vorstellen, die schöner sind als Elizas, wenn auch nicht bezaubernder. Ich gebe ihr zu, sie darf kaum Anspruch auf Vollkommenheit erheben, aber ich bleibe dabei, sie wäre weniger interessant, wenn sie makelloser wäre.« »Und so ziehst du also ihre Mängel der Makellosigkeit anderer Leute vor?« »Ganz recht.« »Wenn Mutter nichts dagegen hat.« »Ach, mein lieber Gilbert, was redest du da für einen Unsinn? Ich weiß, du meinst es nicht so, es kommt ja gar nicht in Frage,« sagte meine Mutter, indem sie aufstand und geschäftig aus dem Zimmer ging, unter dem Vorwand, im Haus zu tun zu haben, bloß um der Widerrede auszuweichen, die mir auf der Zunge lag. Danach beehrte mich Rose mit weiteren Einzelheiten über Mrs. Graham, ihre äußere Erscheinung, ihre Umgangsformen, ihre Kleidung und sogar die Einrichtung des Zimmers, das sie bewohnte. All das wurde mir eingehender und genauer geschildert, als es mich interessierte. Aber da ich kein sehr aufmerksamer Zuhörer war, hätte ich die Beschreibung beim besten Willen nicht wiederholen können. Der nächste Tag war ein Samstag, und am Sonntag fragte sich jedermann, ob sich die schöne Unbekannte nun die Vorhaltungen des Pfarrers zu Herzen nehmen und zur Kirche kommen würde, oder nicht. Ich gestehe, ich schaute selbst mit einigem Interesse zu dem alten Familiengestühl, das zu Wildfell Hall gehörte, wo die verschossenen roten Kissen und Decken so viele Jahre lang nicht mehr gebügelt und erneuert worden waren und die grimmigen Wappenbilder mit ihren kümmerlichen Bordüren aus verschlissenem schwarzen Tuch so streng von der Wand herabschauten. Und dort erblickte ich eine große, damenhafte Gestalt, ganz in Schwarz gehüllt. Ihr Gesicht war mir zugewandt, und in ihm lag etwas, das, nachdem ich es einmal gesehen hatte, mich einlud, erneut hinzusehen. Ihr Haar war rabenschwarz und fiel in langen, glänzenden Locken herab, eine Haartracht, die damals ziemlich ungewöhnlich, aber dennoch anmutig und kleidsam war. Ihr Teint war hell und blass. Ihre Augen konnte ich nicht sehen, denn da sie auf ihr Gesangbuch gerichtet waren, wurden sie von den niedergeschlagenen Lidern und langen schwarzen Wimpern verborgen, aber die Brauen darüber waren ausdrucksvoll und schön geschwungen. Ihre Stirn war hoch und durchgeistigt, ihre Nase vollendet gebogen und die Gesichtszüge insgesamt waren makellos. Nur wirkten ihre Wangen und Augen etwas eingefallen und die Lippen waren, obzwar schön geformt, eine Spur zu schmal, ein wenig zu fest zusammengepresst und hatten etwas, das, so schien mir, von einem nicht sehr sanften und liebenswürdigen Wesen zeugte. Und ich sagte zu mir, »Ich möchte dich lieber aus dieser Entfernung bewundern, schöne Dame, als dein Hausgenosse sein.« Just in diesem Moment hob sie zufällig den Blick und er begegnete dem Meinen. Ich mochte nicht wegsehen und so richtete sie ihre Augen wieder auf das Buch, doch mit einem flüchtigen, vagen Ausdruck stiller Verachtung, der unsagbar provozierend auf mich wirkte. »Sie hält mich für einen unverschämten Laffen«, dachte ich. »Ha! Sie soll ihre Meinung bald ändern, wenn es mir der Mühe wert scheint.« Doch da wurde mir blitzartig bewusst, daß dies für einen Ort der Andacht sehr ungehörige Gedanken waren und daß mein Benehmen gegenwärtig alles andere als schicklich war. Ehe ich allerdings meine Aufmerksamkeit dem Gottesdienst zuwandte, blickte ich in der Kirche umher, um festzustellen, ob mich irgendjemand beobachtete, aber nein, alle, die sich nicht in ihre Gesangbücher vertieften, widmeten ihre Aufmerksamkeit der fremden Dame. Unter den Übrigen auch meine Mutter und meine Schwester sowie Mrs. Wilson und ihre Tochter und sogar Eliza Millward schielte aus den Augenwinkeln zu dem Gegenstand allgemeiner Attraktion. Dann sah sie zu mir her, blinzelte ein wenig und errötete, blickte bescheiden in ihr Gesangbuch und versuchte, ihr Minenspiel zu beherrschen. Hier sündigte ich erneut. Und diesmal wurde ich durch einen plötzlichen Rippenstoß vom Ellbogen meines unverschämten Bruders darauf aufmerksam gemacht. Fürs Erste konnte ich die Beleidigung nur dadurch vergelten, dass ich ihm heftig auf seine Zehen trat und ausgiebigere Rache aufschob, bis wir die Kirche verlassen haben würden. Bevor ich diesen Brief schließe, Halford, will ich dir nunmehr erzählen, wer Eliza Millward war. Sie war die jüngere Tochter des Pfarrers und zwar ein sehr einnehmendes Geschöpf, für das ich keine geringe Schwäche hatte. Und sie wusste es, obwohl es nie zu einer direkten Erklärung gekommen war und ich auch nie die endgültige Absicht dazu hatte, denn meine Mutter, die behauptete, es gebe im Umkreis von zwanzig Meilen keine, die gut genug für mich sei, konnte den Gedanken nicht ertragen, dass ich dieses unbedeutende kleine Ding heirate, das neben ihren zahlreichen anderen Nachteilen keine zwanzig Pfund ihr eigen nennen konnte. Elizas Gestalt war schmächtig und plump in einem, ihr Gesicht klein und beinahe so voll wie das meiner Schwester. Der Tör, dem ihren in gewisser Hinsicht ähnlich, aber zarter und weniger strotzend vor Gesundheit. Die Nase nach oben gezogen, die Züge ziemlich unregelmäßig und alles in allem betrachtet war sie wohl eher bezaubernd als hübsch. Aber ihre Augen? Ich darf dieses herausragende Merkmal nicht vergessen, denn darin lag ihre eigentliche Anziehungskraft, zumindest was ihre äußere Erscheinung anging. Sie waren langgezogen und schmal, die Iris schwarz oder von einem tiefen Dunkelbraun, der Ausdruck unterschiedlich und immer wechselnd, aber stets entweder auf widernatürliche, ich hätte fast gesagt diabolische Weise, verrucht oder unwiderstehlich betörend, oft beides. Ihre Stimme war sanft und kindlich, ihr Tritt leicht und weich wie der einer Katze, aber ihre Umgangsformen ähnelten häufig denen eines verspielten Kätzchens, das frech und grob, bald scheu, bald zahm ist, ganz nach seinem eigenen süßen Willen. Ihre Schwester Mary war etliche Jahre älter, etliche Zoll größer und von einem breiteren, gröberen Wuchs, ein geradliniges, stilles, kluges Mädchen, das seine Mutter während deren letzter langwieriger Krankheit geduldig gepflegt hatte und von dieser Zeit an bis jetzt die Haushälterin und das Aschenputtel der Familie war. Ihr Vater vertraute ihr und schätzte sie, alle Hunde, Katzen, Kinder und arme Leute liebten und verehrten sie und von allen anderen wurde sie übergangen und zurückgesetzt. Reverend Michael Millward selbst war ein großgewachsener, massiger, älterer Herr, der einen Schaufelhut über sein großes, viereckiges, grob geschnittenes Gesicht stülpte, einen dicken Spazierstock in der Hand trug und seine immer noch mächtigen Gliedmaßen in Kniehosen und Kamaschen oder, bei besonderen Gelegenheiten, in schwarze Seidenstrümpfe zwängte. Er war ein Mann mit festen Grundsätzen, starken Vorurteilen und regelmäßigen Gewohnheiten, intolerant gegenüber Abweichungen jeder Art, in der festen Überzeugung handelnd, daß seine Ansichten stets richtig seien und daß jeder, der sie nicht teilte, entweder höchst beklagenswert, oder vorsätzlich blind sein müsse. In meiner Kindheit pflegte ich ihn stets mit einem Gefühl von ehrfürchtiger Scheu zu betrachten, aber in der letzten Zeit, selbst jetzt, hatte ich sie überwunden, denn obwohl er gegenüber Wohlerzogenen eine väterliche Güte an den Tag legte, war er ein strenger Zuchtmeister und hatte unsere jugendlichen Verfehlungen und kleinen Sünden oft hart getadelt und überdies mußten wir, wann immer er in jenen Tagen unsere Eltern aufsuchte, vor ihn hintreten und unseren Katechismus herunterbeten oder was macht das fleißige Bienchen oder irgendein anderes Kirchenlied aufsagen oder schlimmer als alles, wir wurden über seinen letzten Predigtext und die wichtigsten Passagen seiner Auslegung gefragt, an die wir uns nie erinnern konnten. Manchmal machte der ehrwürdige Herr meiner Mutter Vorwürfe, dass sie zu nachsichtig mit ihren Söhnen sei, wobei er sich auf den alten Eli oder David und Absalon berief, was sie besonders ärgerte und so sehr sie ihn und seine Predigten auch respektierte, hörte ich doch, wie sie einmal ausrief, ich wünschte bei Gott, er hätte selbst einen Sohn, dann würde er mit seinem Rat für andere Leute nicht so schnell bei der Hand sein, er würde merken, was es heißt, zwei Jungens im Zaum halten zu müssen. Er befleißigte sich einer löblichen Sorgfalt gegenüber seinem körperlichen Wohlbefinden, stand sehr zeitig auf, unternahm regelmäßig vor dem Frühstück einen Spaziergang, achtete peinlich genau auf warme und trockene Kleidung, hatte noch niemals eine Predigt gehalten, ohne vorher ein rohes Ei geschluckt zu haben, obgleich er mit guten Lungen und einer gewaltigen Stimme gesegnet war, und zeigte sich ganz allgemein äußerst wählerisch in dem, was er aß und trank, wenn auch keineswegs abstinent, und hatte eine auf ihn selbst zugeschnittene Art der Diät. Er war ein Verächter von Tee und ähnlichem Spülwasser und ein Verfechter von Malzbier, Speck und Eiern, Schinken, gedörrtem Rindfleisch und anderen deftigen Speisen, die seinen Verdauungsorganen durchaus zuträglich waren, und die er daher als gut und bekömmlich für jedermann ansah, und sie voller Zuversicht sogar den schwächlichsten Rekonvaleszenten oder Dispeptikern empfahl, denen er, wenn sie aus seinen Verordnungen nicht den versprochenen Nutzen ziehen konnten, sagte, das käme davon, dass sie sich nicht daran gehalten hätten und die, wenn sie über ungünstige Nachwirkungen beklagten, die Versicherung erhielten, es sei alles nur Einbildung. Ich will nur noch auf zwei Personen zu sprechen kommen, die ich erwähnt habe, und dann diesen langen Brief beenden. Es sind dies Mrs. Wilson und ihre Tochter. Die erstgenannte war die Witwe eines vermögenden Gutsbesitzers, eine engstirnige, geschwätzige, alte Klatschbase, deren Charakter nicht der Beschreibung lohnt. Sie Richard, ein scheuer, lernbegieriger junger Mann, der unter Anleitung des Pfarrers die Klassiker studierte und sich mit der Absicht, in den geistlichen Stand einzutreten, auf das College vorbereitete. Ihre Schwester Jane war eine junge Dame mit einigen Fähigkeiten und noch mehr Ehrgeiz. Auf ihren eigenen Wunsch hin hatte sie eine reguläre Internatserziehung erhalten, was in ihrer Familie noch keiner erreicht hatte. Sie hatte den Schliff gut angenommen, überaus gewählte Umgangsformen erworben, ihren provinziellen Akzent ganz abgelegt und konnte sich größerer Bildung rühmen als die Töchter des Pfarrers. Außerdem wurde sie als eine Schönheit betrachtet. Aber mich konnte sie nie auch nur für einen Augenblick zu ihren Bewunderern zählen. Sie war ungefähr 26, ziemlich groß und sehr schlank. Ihr Haar war weder Haselnuss noch Kastanienbraun, sondern von einem ganz unverkennbar leuchtenden Hellrot. Ihr Teint war bemerkenswert hell und strahlend, ihr Kopf klein, ihr Hals lang, das Kinn schön geschwungen, aber sehr kurz, die Lippen dünn und rot, die Augen hell Haselnuss braun, lebhaft und durchdringend, doch bar jeder Poesie oder Empfindung. Sie hatte viele Verehrer in ihrer eigenen Gesellschaftsschicht oder hätte sie zumindest haben können, wies aber alle ab oder stieß sie zurück, denn nur ein vornehmer Herr war ihrem erlesenen Geschmack genehm und nur ein reicher Mann konnte ihren hochfliegenden Ehrgeiz befriedigen. Einen Herrn gab es indes, von dem sie unlängst ziemlich eindeutige Aufmerksamkeiten empfing und auf dessen Herz, Name und Vermögen, so wurde geflüstert, sie ernsthafte Absichten hatte. Das war Mr. Lawrence, der junge Squire, dessen Familie früher Wildfell Hall bewohnt, aber es vor etwa 15 Jahren zugunsten eines moderneren und behaglicheren Herrenhauses im benachbarten Sprengel aufgegeben hatte. Nun, Helford, sage ich dir für diesmal Adieu. Das ist die erste Rate meiner Schuld. Wenn dir die Münze recht ist, lass es mich wissen und ich schicke dir den Rest, wenn ich Zeit habe. Falls du lieber mein Gläubiger bleiben möchtest, als deinen Geldbeutel mit so plumpen, schweren Geldstücken vollzustopfen, sag es mir ruhig und ich will dir deinen schlechten Geschmack verzeihen und gern den Schatz für mich behalten. Immer der Deine Gilbert Markham Kapitel 2 Eine Unterredung Erfreut stelle ich fest, mein aller geschätztester Freund, dass die Wolke deines Unmuts gewichen ist. Das Licht deiner Gunst labt mich wieder unter Verlangst nach der Fortsetzung meiner Geschichte. Deshalb sollst du sie ohne weitere Umstände bekommen. Ich glaube, der Tag, den ich zuletzt erwähnte, war ein gewisser Sonntag, der letzte im Oktober des Jahres 1827. Am darauf folgenden Dienstag war ich mit meinem Hund und meiner Flinte draußen auf der Jagd nach Wild, wie ich es im Gebiet von Linden Carr antreffen konnte. Aber da ich keins aufstöberte, richtete ich meine Waffe auf die Falken und die Rabenkrähen, deren Raubzüge mich, wie ich vermutete, um bessere Beute gebracht hatten. Zu diesem Zweck verließ ich die belebteren Gefilde, die bewaldeten Täler, die Kornfelder und die Wiesen und schickte mich an, die steile Anhöhe von Wildfell hinauf zu steigen, die wildeste und höchste Erhebung in unserer Gegend, wo die Hecken ebenso wie die Bäume, je höher man kommt, kerklich und verkrüppelt werden und jene schließlich rohen, zum Teil mit Efeu und Moos überwachsenen Steinmauern, diese Lerchen und schottischen Eisenholzbäumen oder vereinzelten Schledornsträuchern weichen. Da die Felder dort uneben und steinig und vollkommen ungeeignet für den Pflug sind, wurden sie zumeist zum Weiden der Schafe und des Viehs genutzt, das Erdreich war dünn und unergiebig, graue Felsbrocken ragten hier und dort aus den begrasten Hügelchen, Blaubeersträucher und Heidekraut, Relikte noch wilderer Ödnis wuchsen unter den Mauern, und in vielen der Einfriedungen hatten Kreuzkraut und Binsen die spärlich wachsenden Kräuter völlig überwuchert, aber es war ja nicht mein Besitz. Fast auf dem Gipfel des Hügels, etwa zwei Meilen von Lindenkar entfernt, stand Wildfell Hall, ein ausgedienter Landsitz aus elisabethanischer Zeit, aus dunkelgrauem Stein erbaut, Achtung gebietend und malerisch anzuschauen, aber zweifellos recht kalt und düster als Wohnstätte mit seinen dicken, steinernen Mittelpfeilern und kleinen, vergitterten Fensterscheiben, seinen vom Zahn der Zeit angenagten Windfängen und seiner allzu einsamen, allzu ungeschützten Lage, vor den Unbilden von Wind und Wetter geschützt, nur durch eine Gruppe schottischer Fichten, die selbst von Stürmen fast zerzaust waren und so bedrohlich und düster aussahen wie das Herrenhaus selbst. Hinter demselben lagen einige brachliegende Felder und dann die braune, von Heidekraut bedeckte Kuppe des Hügels. Vor dem Haus befand sich, umgeben von Steinmauern und zugänglich durch ein eisernes Tor mit großen, die Torpfosten überragenden Kugeln aus grauem Granit, ähnlich denen, die das Dach und die Giebel zierten, ein Garten, in dem einst Pflanzen und Blumen gestanden hatten, die so widerstandsfähig waren, dass sie den Boden und das Klima am ehesten ertrugen, sowie Bäume und Sträucher, die der erbarmungslosen Schere des Gärtners am besten Stand hielten und am bereitwilligsten die Gestalt annahmen, die er ihnen zu geben beschloss. Dieser Garten bot jetzt, da er seit so vielen Jahren nicht mehr gepflanzt und gepflegt und dem Unkraut und Gras, dem Frost und dem Wind, dem Regen und der Trockenheit überlassen wurde, in der Tat einen sehr ungewöhnlichen Anblick. Die dichten grünen Ligusterhecken, die den Hauptweg eingefasst hatten, waren zu zwei Dritteln verdorrt und die verbliebenen wuchsen kreuz und quer. Der alte Schwan aus Buchsbaumholz, der neben dem Fußabstreicher saß, hatte seinen Hals und die Hälfte seines Körpers eingebüßt. Die bezinten Türme aus Lorbeer in der Mitte des Gartens, der riesenhafte Krieger, der auf der einen Seite des Eingangstors stand, und der Löwe, der auf der anderen Wache hielt, waren zu fantastischen Gestalten ausgewachsen, denen nichts im Himmel oder auf Erden oder in den Gewässern unter der Erde ähnelte. Aber für meine jugendliche Fantasie hatten sie alle ein koboldhaftes Aussehen, das gut zu den Geistergeschichten und düsteren Überlieferungen passte, die uns unsere alte Amme über das von Gespenstern heimgesuchte Herrenhaus und seine verblichenen Bewohner erzählt hatte. Als ich in Sichtweite des Herrenhauses kam, gelang es mir, einen Falten und zwei Krähen zu erlegen, und dann weitere Beutezüge aufgebend, schlenderte ich weiter, um einen Blick auf das alte Anwesen zu werfen und zu sehen, welche Veränderungen von seiner neuen Bewohnerin an ihm vorgenommen worden waren. Ich mochte nicht direkt auf die Frontseite zugehen und auf das Tor starren, sondern ging an der Gartenmauer entlang und schaute und stellte keine Veränderung fest, außer an einem Flügel des Gebäudes, wo die zerbrochenen Fenster und das baufällige Dach offensichtlich repariert worden waren und eine dünne Rauchfahne aus dem Schornstein empor kräuselte. Während ich so dastand, auf mein Gewehr gestützt und zu den dunklen Giebeln hinaufschauend und in eitles Träumen versunken, ein Gewebe von launischen Fantasien spann, in denen alte Erinnerungen und die schöne junge Einsiedlerin, die nun in diesen Mauern lebte, sich fast die Waage hielten, hörte ich ein leichtes Rascheln und Krabbeln just innerhalb des Gartens. Und als ich in die Richtung schaute, aus der das Geräusch kam, gewahrte ich eine winzige Hand, die sich über die Mauer streckte. Sie klammerte sich an den obersten Stein und dann tauchte ein zweites Händchen auf, um einen festeren Halt zu suchen und dann erschien eine kleine weiße, von dichtem hellbraunem Haar gekrönte Stirn und ein paar tiefblauer Augen darunter und der obere Teil eines elfenbeinfarbenen Näschens. Die Augen nahmen von mir keine Notiz, sondern funkelten vor Begeisterung beim Anblick von Sancho, meinem wunderschönen schwarz-weißen Setter, der, die Schnauze auf dem Boden gerichtet, auf dem Feld herum schnüffelte. Das kleine Geschöpf hob sein Gesicht und rief laut nach dem Hund. Das gutmütige Tier blieb stehen, sah auf und wedelte mit dem Schwanz, machte aber keine weiteren Annäherungsversuche. Das Kind, ein kleiner Junge von anscheinend etwa fünf Jahren, krabbelte auf die Mauerkrone und rief immer wieder nach dem Hund. Aber da es merkte, dass das keinen Zweck hatte, beschloss es offenbar, wie Mohammed zum Berg zu gehen, da der Berg nicht zu ihm kommen wollte und versuchte, über die Mauer zu gelangen. Aber ein störrischer alter Kirschbaum, der dicht daneben wuchs, fasste ihn mit einem seiner krummen, dürren Arme, die sich über die Mauer streckten am Schlawittchen. Bei dem Versuch, sich daraus zu befreien, rutschte der Knabe mit dem Fuß aus und fiel herunter, aber nicht auf die Erde, der Baum hielt ihn immer noch fest. Es gab einen lautlosen Kampf und dann einen durchdringenden Schrei. Aber im nächsten Augenblick hatte ich meine Büchse ins Gras fallen lassen und fing den kleinen Kerl in meinen Armen auf. Ich wischte ihm die Augen mit seinem Rock, sagte ihm, dass alles in Ordnung sei und rief Sancho, damit er ihn besänftige. Er legte gerade sein Händchen auf den Hals des Hundes und begann unter Tränen zu lächeln, als ich hinter mir das Klicken des eisernen Tors und ein Rascheln von Frauenkleidern hörte, und siehe da, Mrs. Graham stürzte auf mich zu, den Nacken entblößt, die schwarzen Locken im Wind wehend. Geben Sie mir das Kind, sagte sie mit einer Stimme, die kaum lauter als ein Flüstern war, aber in einem Tonfall von erschreckender Heftigkeit, und sie faßte den Jungen und entriss ihn mir, als ob in meiner Berührung etwas schrecklich Giftiges lege, und stand dann da, mit der einen Hand die Seine festdrückend, die andere auf seiner Schulter, ihre großen leuchtenden dunklen Augen auf mich gerichtet, bleich, atemlos, zitternd vor Erregung. Ich habe dem Kind nichts zu leid getan, Madame, sagte ich und wußte nicht recht, ob ich eher überrascht oder ungehalten sein sollte. Er ist von der Mauer dort gefallen, und ich konnte ihn glücklicherweise auffangen, als er kopfüber von dem Baum herunterhing, und wer weiß, welche Katastrophe verhindern. Ich bitte Sie um Verzeihung, Sir, stammelte sie, und wurde plötzlich ruhiger. Das Licht der Vernunft schien durch ihr verdüstertes Gemüt zu brechen, und eine schwache Röte überzog ihre Wangen. Ich habe sie nicht sofort erkannt, und ich dachte, sie beugte den Kopf, um das Kind zu küssen, und schlang zärtlich ihren Arm um seinen Hals. Sie dachten vermutlich, ich wolle ihren Sohn entführen. Mit einem halb verlegenen Lachen streichelte sie seinen Kopf und erwiderte, ich wusste ja nicht, dass er versucht hatte, auf die Mauer zu klettern. Ich habe zu. Ich verbeugte mich, wagte aber zu fragen, woher sie mich kenne. Ihre Schwester hat hier vor ein paar Tagen mit Mrs. Markham einen kurzen Besuch gemacht. Dann ist also die Ähnlichkeit so stark, fragte ich einigermaßen überrascht und nicht gerade so geschmeichelt bei dieser Vorstellung, wie ich es wohl hätte sein sollen. Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit um die Augen herum und in der Gesichtsfarbe meine ich erwiderte sie, wobei sie mein Gesicht etwas unsicher musterte. Und ich glaube, ich habe sie am Sonntag in der Kirche gesehen. Ich lächelte. Entweder in dem Lächeln oder in der Erinnerung, die es wach rief, lag etwas, was ihr besonders missfiel, denn sie nahm plötzlich wieder jene stolze, kalte Miene an, die mich in der Kirche so unsäglich auf Abwege geführt hatte. Eine Miene von abweisender Verachtung, die sich so leicht und so ganz ohne die geringste Verzerrung einzelner Züge einstellte, dass sie, solange sie auf ihrem Antlitz lag, der natürliche Ausdruck desselben zu sein schien und umso provozierender auf mich wirkte, als ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie vorgetäuscht war. Guten Morgen, Mr. Markham, sagte sie, und ohne noch ein Wort oder einen Blick zu verschwenden, zog sie sich mit dem Kind in den Garten zurück und ich ging wieder nach Hause wütend und unzufrieden. Ich konnte kaum sagen, weswegen und will es daher auch gar nicht erst versuchen. Ich blieb nur so lange, bis ich Gewehr und Pulverhorn beiseite gelegt und einem der Knechte einige notwendige Anweisungen erteilt hatte und begab mich dann zum Pfarrhaus, um auf fröhlichere Gedanken zu kommen und mein aufgewühltes Gemüt durch die Gesellschaft und Unterhaltung von Eliza Millward zu besänftigen. Wie üblich traf ich sie mit einer Plattstich Stickerei eifrig beschäftigt an. Die Manie für C4 Stickerei hatte damals noch nicht eingesetzt. Während ihre Schwester in der Kaminecke saß, die Katze auf den Knien und einen ganzen Berg Strümpfe stopfte. »Mary, Mary, leg sie weg«, sagte Eliza hastig, als ich das Zimmer betrat. »Bestimmt nicht«, lautete die behäbige Antwort, und mein Erscheinen verhinderte jede weitere Diskussion. »Sie haben ja solches Pech, Mr. Markham«, bemerkte die jüngere Schwester mit einem ihrer schelmischen, verschmitzten Blicke. »Papa ist eben in die Gemeinde gegangen und wird wahrscheinlich erst in einer Stunde zurück sein. »Das macht nichts. Ich werde wohl ein paar Minuten mit seinen Töchtern verbringen können, wenn Sie es mir erlauben«, sagte ich, stellte einen Stuhl vor dem Kamin und setzte mich dorthin, ohne zu warten, dass man mich darum bat. »Nun, wenn Sie recht nett und unterhaltsam sind, werden wir nichts dagegen haben. »Knüpfen Sie an Ihre Erlaubnis bitte keine Bedingung, denn ich bin nicht gekommen, um Fröhlichkeit zu verbreiten, sondern zu suchen«, antwortete ich. Ich hielt es jedoch für angezeigt, eine kleine Anstrengung zu unternehmen, um Ihnen meine Gesellschaft angenehm zu machen. Und wie wenig ich mich auch anstrengte, so schien dem doch durchaus Erfolg beschieden, denn Miss Eliza war nie zuvor besserer Laune. In der Tat schienen wir Gefallen aneinander zu finden und schafften es eine heitere und angeregte, wenn auch nicht sehr tiefschürfende Konversation zwischen uns in Gang auf, außer um gelegentlich eine mutwillige Behauptung oder eine übertriebene Äußerung ihrer Schwester zurecht zu rücken und sie einmal zu bitten, das Wollknäuel aufzuheben, das unter den Tisch gerollt war. Ich tat dies jedoch selbst gewissermaßen pflichtgemäß. »Danke, Mr. Markham«, sagte sie, als ich es ihr überreichte. Ich hätte es wohl selbst aufgehoben. Ich wollte nur nicht die Katze aufstören. »Mary, liebe, das würde dich in Mr. Markhams Augen nicht entschuldigen, sagte Eliza. Er hasst Katzen, das möchte ich wohl behaupten, ebenso von Herzen, wie er alte Jungfern hasst, wie alle anderen Herren auch, nicht wahr, Mr. Markham? Ich finde es ganz natürlich, dass unser unfreundliches Geschlecht diese Geschöpfe nicht mag, erwiderte ich, denn ihr Damen verschwendet so viele Liebkosungen an sie. »Gott schütze sie, die kleinen Lieblinge!« rief sie in einem plötzlichen Ausbruch von Begeisterung, wandte sich um und überschüttete das Schmusetier ihrer Schwester mit einem Regen von Küssen. »Lass das, Eliza!« sagte Miss Millward etwas schroff und stieß sie ungeduldig weg. Aber es war Zeit für mich zu gehen. Ich mochte mich beeilen, wie ich wollte, und Pünktlichkeit. Meine schöne Freundin ließ mich offensichtlich nur ungern gehen. Beim Abschied drückte ich ihr zärtlich die kleine Hand und sie schenkte mir dafür ihr süßestes Lächeln und einen ihrer betörendsten Blicke. Ich ging sehr glücklich nach Hause, das Herz randvoll mit Selbstzufriedenheit und überfließend vor Liebe zu Eliza. Kapitel 3 Eine Meinungsverschiedenheit Zwei Tage darauf stattete Mrs. Graham in Linden Carr einen Höflichkeitsbesuch ab, ganz gegen Roses Erwartung, die die Vorstellung hegte, dass die geheimnisvolle Bewohnerin von Wildfell Hall die üblichen Regeln zivilisierten Zusammenlebens gänzlich missachte, eine Meinung, in der sie von den Wilsons bestärkt wurde, die bezeugten, dass weder ihr eigener Besuch noch der der Millwards bisher erwidert worden sei. Nun allerdings war der Grund für die Unterlassung geklärt, wenn auch nicht ganz zu Roses Zufriedenheit. Mrs. Graham hatte ihr Kind mitgebracht und auf das Erstaunen, dass meine Mutter darüber zum Ausdruck brachte, dass es so weit laufen könne, erwiderte sie, es ist ein langer Spaziergang für ihn, aber ich mußte ihn entweder mitnehmen oder ganz von dem Besuch absehen, denn ich lasse ihn nie allein und ich darf sie, Mrs. Markham wohl bitten, mich bei den Millwards und bei Mrs. Wilson zu entschuldigen, wenn sie sie sehen, da ich fürchte, ich muß mir das Vergnügen, sie zu besuchen, versagen, bis mein kleiner Arthur in der Lage ist, mich zu begleiten. Aber sie haben doch eine Dienerin, sagte Rose. Können sie ihn denn nicht bei ihr lassen? Sie hat sich um ihre eigenen Aufgaben zu kümmern und nebenbei bemerkt, ist sie zu alt, um hinter einem Kind herzurennen und er ist zu quirlig, um einer älteren Frau aufgebürdet zu werden. Aber sie haben ihn doch zu Hause gelassen, um in die Kirche zu kommen. Ja, einmal, aber aus einem anderen Grund hätte ich ihn nicht zu Hause gelassen und ich denke, in Zukunft muß ich versuchen, ihn mitzunehmen oder zu Hause bleiben. Ist er denn so unartig? fragte meine Mutter ziemlich schockiert. Nein, erwiderte die Dame und lächelte traurig, als sie über die wallenden Locken ihres Sohnes strich, der auf einem niedrigen Stuhl zu ihren Füßen saß. Aber er ist mein Ein und Alles und ich bin seine einzige Freundin, also sind wir nicht gern voneinander getrennt. Aber meine Liebe, das nenne ich Affenliebe, sagte meine Mutter, die nie ein Blatt vor den Mund nahm. Sie sollten versuchen, eine Verderben, Mrs. Markham? Ja, es verdirbt das Kind. Selbst in seinem Alter sollte er nicht immer am Rockzipfel seiner Mutter hängen. Er sollte lernen, sich dafür zu schämen. Mrs. Markham, bitte sagen Sie solche Dinge zumindest nicht in seiner Gegenwart. Ich bin überzeugt, mein Sohn wird sich niemals schämen, dass er seine Mutter liebt, sagte Mrs. Graham mit so ernstem Nachdruck, dass es die Anwesenden in Erstaunen versetzte. Meine Mutter bemühte sich, sie durch eine Erklärung zu besänftigen, aber sie schien der Meinung zu sein, es sei schon genug über dieses Thema gesagt worden und gab dem Gespräch unvermittelt eine andere Wendung. Genau wie ich es mir gedacht habe, sagte ich zu mir selbst, die Wesensart der Dame ist nicht gerade die sanfteste, ungeachtet ihres lieblichen blassen Gesichts und ihrer edlen Stirn, auf der Denken und Leiden gleicherweise ihre Spuren hinterlassen zu haben scheinen. Während dieser ganzen Zeit saß ich an einem Tisch an der einen Seite des Zimmers versunken, in dem ich zufällig gerade zu dem Zeitpunkt gelesen hatte, als unsere Besucherin eintraf. Und da ich nicht übermäßig höflich sein wollte, hatte ich mich bei ihrem Eintritt lediglich verbeugt und meine Beschäftigung wie zuvor fortgesetzt. Nach einem Weilchen merkte ich indes, dass jemand leichten, aber langsamen und zögerlichen Schrittes auf mich zukam. Es war der kleine Afer, unwiderstehlich angezogen von meinem Hund Sancho, der zu meinen Füßen lag. Als ich von dem Buch aufblickte, sah ich ihn in einer Entfernung von etwa zwei Jahrts stehen, wie er die klaren blauen Augen sehnsüchtig auf den Hund richtete und sich nicht von der Stelle rührte, nicht etwa aus Angst vor dem Tier, sondern aus einer scheuen Abneigung, sich dessen Herrn zu nähern. Eine kleine Ermunterung bewog ihn jedoch näher zu kommen. Das Kind war zwar scheu, aber nicht verstockt. Im nächsten Augenblick kniete es auf dem Teppich, die Arme um Sanchos Hals geschlungen und ein paar Minuten später saß der kleine Kerl auch schon auf meinen Knien und sah sich mit lebhaftem Interesse die verschiedenen Arten von Pferden, Schafen, Schweinen und Modellbauernhöfen an, die in dem Band vor mir abgebildet waren. Ab und zu schaute ich zu seiner Mutter hinüber, um zu sehen, wie ihr die neu entstandene Vertrautheit gefiel, und ich las aus dem unruhigen Ausdruck ihres Blicks, dass es ihr aus dem einen oder anderen Grund nicht recht war, das Kind so bei mir sitzen zu sehen. Arthur, sagte sie schließlich, komm her, du störst Mr. Markham, er möchte lesen. Keineswegs, Mrs. Graham, bitte lassen Sie ihn bleiben, mir macht es eben so viel Spaß wie ihm, bat ich. Aber trotzdem rief sie ihn mit Gesten und Blicken, doch wortlos zu sich. Nein, Mama, sagte das Kind, lass mich zuerst diese Bilder anschauen und dann komme ich und will dir alles darüber erzählen. Wir werden am Montag, dem 5. November eine kleine Abendgesellschaft haben, sagte meine Mutter, und ich hoffe, sie werden mit von der Partie sein. Sie können natürlich ihren kleinen Jungen mitbringen und wir werden wohl in der Lage sein, ihn zu unterhalten. Und dann können sie ihre Entschuldigungen den Millwards und den Wilsons selbst vortragen. Sie werden alle hier sein, denke ich. Danke, ich gehe niemals in Gesellschaft. Oh, aber es wird doch eine richtige Familienangelegenheit sein, zu früher Stunde und nur wir selbst und eben die Millwards und Wilsons, von denen sie die meisten ja bereits kennen und Mr. Lawrence, ihr Landlord, mit dem sie Bekanntschaft machen sollten. Ich kenne ihn schon etwas, aber sie müssen mich für dieses Mal entschuldigen, denn die Abende sind jetzt düster und feucht und Arthur, fürchte ich, ist zu zart, um sich unbeschadet ihren Gefahren auszusetzen. Wir müssen das Vergnügen ihrer Gastfreundschaft verschieben, bis die Tage wieder länger und die Nächte wärmer sind. Auf einen Wink von meiner Mutter holte Rose nun eine Karaffe mit Wein samt Gläsern und Kuchen aus dem Geschirrladen unter dem Eichenschrank und die Erfrischung wurde den Gästen auf gebührende Weise vorgesetzt. Beide nahmen sich von dem Kuchen, aber den Wein wiesen sie hartnäckig zurück, trotz der gastfreundlichen Versuche der Hausfrau, ihn ihnen aufzudrängen. Insbesondere Arthur wich vor dem rubinroten Nektar zurück, wie wenn er Entsetzen und Abscheu empfände und weinte fast, als man ihn zum Trinken drängte. Lass nur, Arthur, sagte seine Mama, Mrs. Marke meint, es wird dir gut tun, da du von deinem Spaziergang müde bist, aber sie wird dich nicht zwingen, davon zu trinken. Ich möchte wohl behaupten, dass du auch ohne ihn wieder auf die Beine kommst. Er verabscheut den bloßen Anblick von Wein, fügte sie hinzu, und sein Geruch macht ihn fast krank. Ich habe ihm immer etwas Wein oder eine schwache Mischung von Brandwein und Wasser als eine Art Medizin schlucken lassen, wenn er krank war, und ich habe wahrhaftig alles getan, was ich konnte, um ihm alkoholische Getränke verhasst zu machen. Jedermann lachte, außer der jungen Witwe und ihrem Sohn. Also Mrs. Graham, sagte meine Mutter, indem sie sich die Heiterkeitstränen aus ihren hellblauen Augen wischte, also sie überraschen mich, ich habe ihnen wirklich mehr gesunden denken sie doch nur, was für einen Mann sie aus ihm machen werden, wenn sie weiter darauf bestehen, ich halte es für ein ausgezeichnetes Erziehungskonzept, fiel ihr Mrs. Graham mit unerschütterlichem Ernst ins Wort, damit hoffe ich ihn zumindest vor einem entwürdigenden Laster zu bewahren, ich wünschte, ich könnte ihm jedes andere ebenso verleiden. Aber damit, sagte ich, werden sie ihn nie zu einem tugendhaften Mann erziehen. Was macht denn Tugend aus, Mrs. Graham? Ist es der Umstand fähig und willens zu sein, der Versuchung zu widerstehen oder keine Versuchungen zu haben, denen man widerstehen muss? Ist derjenige ein willensstarker Mann, der große Hindernisse überwindet und erstaunliche Leistungen vollbringt, wenn auch durch gewaltige körperliche Anstrengung und unter der Gefahr einer gewissen daraus folgenden Erschöpfung oder führen? Wenn sie möchten, dass ihr Sohn ehrenhaft durchs Leben geht, dürfen sie nicht versuchen, ihm die Steine aus dem Weg zu räumen, sondern müssen ihn lehren, mit festem Schritt über sie hinweg zu gehen, nicht darauf bestehen, ihn bei der Hand zu führen, sondern ihm beibringen, alleine zu gehen. Ich will ihn bei der Hand führen, Mr. Markham, bis selbst wenn ich beim Freimachen des Weges mein Möglichstes getan habe, wird immer noch eine Menge bleiben, woran er die ganze Behändigkeit, Beharrlichkeit und Umsicht erproben kann, die er jemals haben wird. Es redet sich leicht über edlen Widerstand und Prüfungen der Tugendhaftigkeit, aber zeigen sie mir unter 50 oder 500, die der Versuchung erlegen sind, auch nur einen, der so tugendhaft nicht lieber auf das Schlimmste gefasst machen und davon ausgehen, dass er wie sein, wie die übrige Menschheit werden wird, wenn ich nicht Sorge trage, dies zu verhindern. Sie sind sehr schmeichelhaft zu uns allen, bemerkte ich. Ich weiß nichts über sie, ich spreche von denen, die ich kenne, und wenn ich sehe, wie das ganze Menschengeschlecht mit sehr wenigen Ausnahmen durchs Leben stolpert und stümpert, in jede Falle tappt und sich bei jedem Hindernis, das ihm im Weg liegt, das Schienbein bricht, soll ich da nicht alles in meiner Macht stehende tun, um zu gewährleisten, dass sein Lebensweg ebener und weniger gefährdet ist? Ja, aber das sicherste Mittel wird sein, ihn gegen Versuchungen zu wappnen, nicht sie ihm aus dem Weg zu räumen. Ich will getan habe, was ich kann, ihm das Laster so zu verleiden, wie es ihm von seinem eigenen Wesen her ist. Ich selbst habe in der Tat nur wenige Verlockungen gehabt zu dem, was die Gesellschaft Laster nennt. Aber dennoch habe ich Versuchungen und Anfechtungen anderer Art erfahren, denen zu widerstehen es bei vielen Gelegenheiten mehr Wachsamkeit und Festigkeit erfordert hat, als ich bis nachzudenken und gegen die eigene angeborene Bestechlichkeit ankämpfen wollen. Ja, sagte meine Mutter, die ihren Gedankengang nur halbverstand, aber sie sollten über einen Jungen nicht allein entscheiden. Und, meine liebe Mrs. Graham, lassen Sie mich rechtzeitig vor dem Fehler warnen, dem fatalen Fehler, wie ich es wohl nennen darf, die Erziehung des Jungen selbst in die Hand zu nehmen. Weil sie in einigen und glauben Sie mir, falls Sie an dem Versuch festhalten, werden Sie es bitter bereuen, wenn der Schaden erst einmal angerichtet ist. Ich soll ihn vermutlich in die Schule schicken, damit er lernt, die Autorität und Zuneigung seiner Mutter gering zu schätzen, sagte die Dame mit einem ziemlich bitteren Lächeln. Oh nein, aber wenn Sie möchten, dass ein Junge seine Mutter gering schätzt, dann muss sie ihn nur zu Hause behalten und ihr Leben damit verbringen, ihn zu verhätscheln und sich zur Sklave in seiner Verrücktheiten und Launen machen. Ich stimme vollkommen mit Ihnen überein, Mrs. Markham, aber nichts könnte meinen Grundsätzen und meinem Handeln ferner liegen als eine derart sträfliche Schwachheit. Nun, Sie werden ihn aber wie ein Mädchen behandeln. Sie werden seinen Mut verderben und einen richtigen Weichling aus ihm machen, bestimmt, Mrs. Graham. Sie mögen denken, was Sie wollen, doch ich werde Mr. Millward ersuchen, mit Ihnen darüber zu sprechen. Er wird Ihnen die Folgen schildern. Er wird es Ihnen glasklar vor Augen führen und Ihnen sagen, was Sie tun sollten und alles darüber. Und ich bin ganz sicher, er wird Sie im Handumdrehen überzeugen können. Es besteht kein Anlass, dem Pfarrer Ungelegenheiten zu bewreiten, sagte Mrs. Graham und sah zu mir hin. Vermutlich lächelte ich gerade über das schrankenlose Vertrauen meiner Mutter in diesen ehrwürdigen Herrn. Mr. Markham hier hält seine Überredungskünste denen des Mr. Millward mindestens für ebenbürtig. Wenn ich nicht auf ihn höre, ließe ich mich auch dann nicht überzeugen, wenn er Ihnen erzählen würde, dass einer von den Toten auferstünde. Also, Mr. Markham, Sie, der Sie behaupten, dass ein Junge nicht vor dem Übel beschützt, sondern hinausgeschickt werden sollte, um dagegen zu kämpfen, allein und ohne Hilfe, nicht gelehrt werden sollte, den Fallstricken des Lebens aus dem Weg zu gehen, sondern mutig in Sie hinein oder über Sie hinweg zu springen, wie es ihm beliebt, lieber die Gefahr zu suchen, als ihr durch Versuchung zu stehlen, würden Sie Verzeihen Sie, Mrs. Graham, aber Sie gehen zu weit. Ich habe noch nicht gesagt, dass ein Junge gelehrt werden sollte, in die Fallstricke des Lebens hineinzuspringen oder sogar willentlich die Versuchung herbeizuwünschen, um seine Tugend dadurch zu üben, dass er sie überwindet. Ich habe nur gesagt, dass es besser ist, Ihren Helden zu wappnen und zu stärken, als den Feind zu entwaffnen und zu schwächen. Und wenn Sie einen Eichensetzling in ein Treibhaus stellen, ihn Tag und Nacht sorgfältig zudecken und ihn vor jedem Windhauch abschirmen, können Sie nicht erwarten, dass ein so widerstandsfähiger Baum daraus wird, wie einer, der auf der Bergseite herangewachsen ist, dem Wirken der Elemente ausgesetzt und nicht einmal vor dem Angriff des Sturms geschützt. Zugegeben, aber würden Sie im Hinblick auf ein Mädchen dasselbe Argument benutzen? Gewiss nicht. Nein. Sie würden wollen, dass sie liebevoll und zartfühlend gehegt wird, wie eine Treibhauspflanze, dass man ihr beibringt, sich, was Leitung und Hilfe betrifft, an andere zu halten und man sie so weit wie möglich sogar vor der Kenntnis des Bösen bewahrt. Aber hätten Sie vielleicht die Güte, mir zu erläutern, warum Sie diesen Unterschied machen? Ist es deshalb, weil Sie meinen, Sie habe keine Tugend? Sicherlich nicht. Nun, Sie behaupten aber, dass Tugend nur durch Versuchung ans Licht kommt und Sie sind der Meinung, dass man eine Frau gar nicht zu wenig der Versuchung aussetzen oder zu wenig mit dem Laster oder allem, was damit zusammenhängt, vertraut machen kann. Das ist entweder deshalb so, weil Sie sie für so grundlegend lasterhaft oder für so anfällig halten, dass sie der Versuchung nicht widerstehen kann und wenn sie auch rein und unschuldig sein mag, solange man sie noch in Unwissenheit und Gewahrsam hält und dadurch um die wahre Tugend bringt, so heißt das doch, dass, wenn man sie lehrt, wie man sündigt, man sie zugleich zu einer Sünderin macht und je größer ihr Wissen, je weitreichender ihre Freiheit, desto tiefer wird ihre Verworfenheit sein, wohingegen es in dem edleren Geschlecht eine natürliche Neigung zum Guten gibt, die geschützt wird durch geistige Überlegenheit, die, je mehr sie durch Prüfungen und Gefahren geübt wird, sich nur desto weiter entwickelt. Bewahre Gott, daß ich so dächte, unterbrach ich sie schließlich. Nun, dann meinen sie wohl, daß beide schwach sind und zu Irrtümern neigen und der geringste Fehler, der bloße Schatten einer Befleckung, wird die eine zugrunde richten, während der Charakter des anderen an Stärke und Lauterkeit gewinnt. Seine Erziehung schließt, wie es sich gehört, damit, daß er ein wenig mit verbotenen Dingen vertraut gemacht wird. Eine solche Erfahrung wird für ihn, um einen abgedroschenen Vergleich zu gebrauchen, das sein, was der Sturm für die Eiche ist, der zwar die Blätter zerzaust und die kleineren Zweige knickt, aber dazu dient, daß die Wurzeln fester und die Fasern des Baums widerstandsfähiger und dichter werden. Sie würden uns gerne ermuntern, unsere Söhne alle Dinge selbst erfahren zu lassen, während unsere Töchter nicht einmal von der Erfahrung anderer profitieren dürfen. Ich hingegen würde gerne beide von der Erfahrung anderer und den Weisungen einer höheren Autorität profitieren lassen, damit sie schon von vornherein das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen wissen und keine Bewährungsproben brauchen, um das Schlimme einer Verfehlung zu erkennen. Ich würde ein armes Mädchen nicht in die Welt hinausschicken, ungewappnet gegen seine Feinde und ahnungslos gegenüber den Fallstricken, die auf seinem Weg liegen, und ich würde sie auch nicht bewachen und bewahren, bis sie der Selbstachtung und des Selbstvertrauens beraubt, die Kraft oder den Willen eingebüßt hat, sich selbst zu bewachen und zu bewahren. Und was meinen Sohn betrifft, wenn ich dächte, er würde zu dem heranwachsen, was sie einen Mann von Welt nennen, einen, der das Leben gesehen hat und sich seiner Erfahrung rühmt, selbst wenn er daraus so weit Nutzen ziehen sollte, dass er sich mäßigen und schließlich zu einem nützlichen und angesehenen Mitglied der Gesellschaft werden würde, wäre es mir lieber, er stürbe morgen, tausendmal lieber. Wiederholte sie ernsthaft, indem sie ihren Liebling an sich presste und seine Stirn in inniger Zuneigung küßte. Er hatte bereits seinen neuen Kameraden verlassen und eine Weile neben den Knien seiner Mutter gestanden, auf ihr Gesicht geschaut und in stummer Verwunderung ihrer unverständlichen Rede gelauscht. »Nun, ihr Damen müßt wohl stets das letzte Wort haben,« sagte ich, da ich sah, wie sie aufstand und anfing, sich von meiner Mutter zu verabschieden. »Sie mögen so viel reden, wie sie wollen, ich kann nur nicht bleiben, um es mir anzuhören. Nein, die Sache ist die, sie hören sich gerade so viel von einem Argument an, wie es ihnen passt und der Rest mag in den Wind gesprochen sein. »Wenn Sie unbedingt noch mehr zu dem Thema sagen möchten,« erwiderte sie, als sie Rose die Hand schüttelte, »müssen Sie mich eines schönen Tages mit Ihrer Schwester besuchen und ich werde mir alles, was Sie zu mir sagen möchten, anhören, so geduldig, wie Sie es sich nur wünschen können. Ich würde mir lieber von Ihnen als von dem Pfarrer die Leviten lesen lassen, weil ich am Ende der Aussprache weniger Gewissensbisse hätte, Ihnen zu sagen, daß ich an meiner Meinung genauso festhalte wie am Anfang. Was, wovon ich überzeugt bin, im Hinblick auf jeden der beiden Logiker der Fall sein würde. »Ja, natürlich,« erwiderte ich, weil ich unbedingt genauso provozierend sein wollte, wie Sie. Denn wenn eine Dame einwilligt, ein Argument anzuhören, das ihrer eigenen Meinung zuwiderläuft, ist sie stets im Vorhinein entschlossen, ihm zu widersprechen, nur mit ihren Ohren zuzuhören und sich innerlich gegen die überzeugendste Beweisführung resolut zu verschließen. »Guten Morgen, Mr. Markham,« sagte mein schöner Widerpart mit einem bedauernden Lächeln, und sie senkte leicht das Haupt und wollte gehen. Aber ihr Sohn hielt sie mit kindlicher Beharrlichkeit zurück, indem er ausrief, »Mama, du hast Mr. Markham noch gar nicht die Hand gegeben.« Sie drehte sich lachend um und streckte mir ihre Hand hin. Ich drückte sie nicht ohne Groll, denn ich war verärgert über das dauernde Unrecht, das sie mir von unserer allerersten Begegnung an angetan hatte. Ohne irgendetwas von meiner tatsächlichen Wesensart und meinen Grundsätzen zu wissen, hegte sie offensichtlich Vorurteile gegen mich und schien es darauf anzulegen, mir zu zeigen, dass ihre Meinung über mich in jeder Einzelheit weit hinter der zurückblieb, die ich selbst von mir hatte. Ich war von Natur aus überempfindlich, sonst hätte es mich nicht so sehr erbost. Vielleicht war ich auch ein klein wenig verdorben durch meine Mutter und meine Schwester und einige andere Damen aus meiner Bekanntschaft. Und doch war ich keineswegs ein eitler Narr, wovon ich absolut überzeugt bin, ob du es glaubst oder nicht. Kapitel 4 Die Abendgesellschaft Ungeachtet Dinge zu tun, die diese aus tiefster Seele verabscheuten, in Bezug auf Essen und Trinken, gegenüber dem helllodernden Kaminfeuer zu sitzen oder zu sprechen, wenn sie eigentlich schweigen wollten. Trotzdem ertrugen sie es recht gut, waren sie doch alle in Festtagslaune. Mr. Millward tat sich mächtig hervor mit gewichtigen Maximen und betulichen Scherzen, salbungsvollen Anekdoten und orakelhaften Aussprüchen, die er zur Erbauung der ganzen Versammlung im Allgemeinen und für die ihn bewundernde Mrs. Markham, den höflichen Mr. Lawrence, die ernste Mary Millward, den stillen Richard Wilson und den nüchternen Robert im Besonderen zum Besten gab, da sie die aufmerksamsten Zuhörer waren. Mrs. Wilson brillierte mehr denn je mit ihrem Vorrat an neuesten Neuigkeiten und alten Skandalen, miteinander verknüpft durch banale Fragen und Bemerkungen sowie oft wiederholte Beobachtungen, die anscheinend nur in der Absicht vorgebracht wurden, ihrem unermüdlichen Mundwerk ja keinen Augenblick Ruhe zu gönnen. Sie hatte ihr Strickzeug mitgebracht und es schien, als wäre ihre Zunge mit ihren Fingern eine Wette eingegangen, diese an Flinkheit und unablässiger Bewegung zu übertreffen. Ihre Tochter Jane gab sich natürlich so charmant und vornehmen, so geistreich und verführerisch, wie sie es nur vermochte, galt es doch, sämtliche anwesende Damen in den Schatten zu stellen und sämtliche Herren zu bezirzen und besonders Mr. Lawrence zu erobern und sich ihn gefügig zu machen. Ihre kleinen Tricks, die seine Unterwerfung bewirken sollten, waren zu subtil und zu wenig handfest, als dass ich sie bemerkt hätte. Aber ich hatte den Eindruck, sie umgebe sich mit einem raffinierten Getue von Überlegenheit und mit einem unsympathischen Selbstbewusstsein, das all ihre Vorteile aufhob. Und nachdem sie gegangen war, deutete mir Rose ihre verschiedenen Blicke, Worte und Verhaltensweisen derart scharfsinnig und zugleich unerbittlich, dass ich mich über die Verschlagenheit der Dame ebenso wunderte, wie über die durchdringende Einsicht meiner Schwester und mich fragte, ob nicht auch sie ein Auge auf den Squire habe. Aber keine Angst, Telford, das war nicht der Fall. Richard Wilson, Janes jüngerer Bruder, saß in einer Ecke, anscheinend gut gelaunt, aber schweigsam und scheu, bestrebt sich, den Blicken der anderen zu entziehen, doch immerhin willens genug zuzuhören und zu beobachten. Und obwohl er nicht so recht in seinem Element war, wäre er doch auf seine stille Art recht glücklich gewesen, wenn meine Mutter ihn hätte in Ruhe lassen können. Aber in ihrer falsch verstandenen Zuvorkommenheit verfolgte sie ihn andauernd mit ihren Aufmerksamkeiten. Indem sie ihm alle möglichen Delikatessen aufdrängte, in der Meinung, er sei zu schüchtern, um sich selbst zu bedienen, und ihn zwang, seine einsilbigen Antworten auf die zahlreichen Fragen und Bemerkungen, mit denen sie ihn vergebens in die Unterhaltung mit einzubeziehen, versuchte, durchs Zimmer zu brüllen. Rose teilte mir mit, daß er uns nur auf eindringliches Bitten seiner Schwester Jane hin mit seiner Gesellschaft beehrt hatte, dem Mr. Lawrence unbedingt beweisen wollte, daß sie zumindest einen Bruder habe, dem mehr von einem Gentleman anhafte und der kultivierter war als Robert. Mit dem gleichen Eifer hatte sie diesen ehrenwerten Menschen fernzuhalten versucht, aber er versicherte, er sehe keinen Grund, weshalb er sich nicht einer Plauderei mit Markham und der alten Dame – tatsächlich war meine Mutter noch keineswegs alt – und der munteren Miss Rose und dem Pfarrer ebenso erfreuen sollte wie jeder andere. Und damit hatte er auch Recht. So redete er mit meiner Mutter und Rose über Alltägliches und besprach Gemeindeangelegenheiten mit dem Pfarrer, landwirtschaftliche Dinge mit mir und politische Fragen mit uns beiden. Ein weiterer stummer Gast war Mary Millward. Man setzte ihr nicht mit eben solch gnadenloser Freundlichkeit zu wie Dick Wilson, weil sie eine ganz bestimmte, kurze, entschiedene Art hatte, etwas zu beantworten und abzulehnen und eher für störrisch als für schüchtern gehalten wurde. Wie dem auch sein mochte, sie trug gewiss nicht viel zur Freude der Gesellschaft bei und schien auch nicht viel aus dieser zu schöpfen. Elisa erzählte mir, sie sei nur gekommen, weil ihr Vater darauf bestand, da er es sich in den Kopf gesetzt habe, dass sie sich zu ausschließlich ihren Haushaltspflichten widme und dadurch solche Zerstreuungen und unschuldigen Vergnügungen versäume, die sich für ihr Alter und ihr Geschlecht durchaus schickten. Insgesamt machte sie jedoch einen leidlich gut gelaunten Eindruck. Ein oder zweimal brachte sie der witzige Einfall oder der Frohsinn einiger Günstlinge unter uns zum Lachen und dann bemerkte ich, wie sie den Blick Richard Wilsons suchte, der ihr gegenüber saß. Als er bei ihrem Vater Unterricht hatte, war sie etwas mit ihm bekannt geworden, trotz der zurückhaltenden Lebensgewohnheiten der beiden und ich vermute, es hatte sich zwischen ihnen eine Art von Zusammengehörigkeitsgefühl herausgebildet. Meine Eliza war unbeschreiblich bezaubernd, kokett, ohne affektiert zu sein und augenscheinlich mehr darauf aus, meine Aufmerksamkeit zu fesseln, als die aller anderen im Zimmer. Ihr Entzücken, mich in der Nähe zu haben, wie ich so neben ihr saß oder stand, ihr ins Ohr flüsterte oder ihr beim Tanz die Hand drückte, war deutlich aus ihrem strahlenden Gesicht und wogenden Busen zu lesen, wurde allerdings durch freche Worte und Gesten Lügen gestraft. Aber ich sollte lieber meine Zunge im Zaum halten. Wenn ich mich jetzt dieser Dinge rühme, werde ich deswegen später womöglich vor Scham darüber erröten müssen. Doch nun zu den anderen Teilnehmern unserer Abendgesellschaft. Rose war schlicht und natürlich wie immer und voll Frohsinn und Lebhaftigkeit. Fergus war unverschämt und albern, aber seine Unverschämtheit und Alberei brachte andere zum Lachen, wenn er dadurch nicht sogar in ihrer Achtung stieg. Und endlich, denn von mir will ich nicht sprechen, Mr. Lawrence. Er war ein richtiger Gentleman und nett gegenüber jedermann, höflich zum Pfarrer und den Damen, besonders zu seiner Gastgeberin und ihrer Tochter sowie Miss Wilson, der irregeleitete Mann. Er hatte nicht den Geschmack, Elisa den Vorzug zu geben. Mr. Lawrence und ich standen auf einigermaßen vertrautem Fuß. Im Wesentlichen reservierter Art und nur selten den abgeschiedenen Ort seiner Geburt verlassend, wo er seit dem Tode seines Vaters für sich allein lebte, hatte er weder Gelegenheit noch Neigung, viele Bekanntschaften zu knüpfen, und von all denen, die er je gekannt hatte, war ich, nach seinem Verhalten zu urteilen, der Kamerad, der ihm am meisten entsprach. Ich mochte den Mann durchaus recht gern, aber er war zu kühl und zurückhaltend und in sich verschlossen, um sich meiner herzlichen Sympathie erfreuen zu können. Eine offene und freimütige Art, wenn sie mit keinerlei Grobheit einherging, bewunderte er bei anderen durchaus, aber er selbst konnte sie sich nicht aneignen. Seine übermäßige Zurückhaltung in all seinen eigenen Belangen war ziemlich empörend und abweisend. Aber ich entschuldigte sie aus der Überzeugung heraus, dass sie weniger stolz und mangelndem Vertrauen in seine Freunde entsprang, als einem in gewissem Sinne krankhaften Taktgefühl und einer eigentümlichen Schüchternheit, deren er sich zwar bewusst war, zu deren Überwindung es ihm aber an Kraft und Entschiedenheit fehlte. Sein Herz war wie eine empfindliche Pflanze, die sich bei Sonnenschein einen Augenblick lang öffnet, aber bei der geringsten Berührung mit dem Finger oder durch den leichtesten Windhauch in sich zusammenrollt und verschließt. Und alles in allem genommen war unsere Vertrautheit eher eine gegenseitige Achtung als eine tiefe und echte Freundschaft, so wie sie sich zwischen mir und dir, Helford, seither entwickelt hat, die ich, trotz unserer gelegentlichen Grobheiten, mit nichts besser vergleichen kann als mit einem alten Mantel, untadelig im Gewebe, aber leicht und lose, der sich der Gestalt des Trägers angepasst hat und den dieser verwenden kann, wie es ihm beliebt, ohne sich mit der Angst abgeben zu müssen, ihn zu beschädigen. Wohingegen Mr. Lawrence wie ein neues Kleidungsstück ist, ganz gefällig und gut passend anzusehen, aber so eng sitzend am Ärmel, daß man bei einer unvorsichtigen Bewegung der Arme fürchten würde, die Säume aufzureißen und so glatt und fein auf der Oberfläche, daß man Bedenken hat, es auch nur einem einzigen Regentropfen auszusetzen. Schon bald nach der Ankunft der Gäste brachte meine Mutter die Rede auf Mrs. Graham, bedauerte, daß sie nicht hier war, um die anderen zu treffen und erklärte den Millwards und den Wilsons die Gründe, die sie für ihr Versäumnis angegeben hatte, deren Besuche zu erwidern, in der Hoffnung, sie würden ihr verzeihen, da sie bestimmt nicht unhöflich sein wollte und sie gern irgendwann sehen würde. Aber sie ist schon eine sehr eigenartige Dame, Mr. Lawrence, fügte sie hinzu. Wir wissen nicht so recht, was wir von ihr halten sollen, aber ich möchte wohl meinen, sie können uns etwas mehr über sie erzählen, denn sie ist ja ihre Pächterin und sie sagte, sie kenne sie ein wenig. Alle Augen waren auf Mr. Lawrence gerichtet. Ich hatte den Eindruck, er blickte reichlich verwirrt drein, als man ihn so ansprach. Ich, Mrs. Markham, sagte er. Sie irren sich, ich kenne sie nicht, das heißt, gewiss habe ich sie gesehen, aber ich bin der Letzte, den sie fragen sollten, um etwas über Mrs. Graham zu erfahren. Darauf wandte er sich unverzüglich an Rose und bat sie, die Gesellschaft mit einem Lied oder einem Stück auf dem Klavier zu erfreuen. Nein, sagte sie, sie müssen Miss Wilson bitten, sie stellt uns alle in den Schatten, was das Singen und auch das Musizieren betrifft. Mrs. Wilson sträubte sich dagegen. Sie werden zu gern singen, sagte Fergus, wenn sie es auf sich nehmen, neben ihr zu stehen, Mr. Lawrence und die Seiten für sie umzublättern. Ich werde überaus glücklich sein, das zu tun, Miss Wilson. Wollen Sie es mir gestatten? Sie reckte ihren langen Hals und lächelte und ließ sich von ihm zum Instrument führen, wo sie in ihrem allerbesten Stil ein Stück nach dem anderen spielte und sang. Während er geduldig daneben stand, eine Hand auf die Lehne ihres Stuhls gestützt und mit der anderen die Seiten ihres Notenhefts umblätterte. Vielleicht war er von ihrem Vortrag ebenso bezaubert wie sie selbst. Es war alles recht hübsch in seiner Art, aber ich kann nicht sagen, dass es mich sehr tief bewegt hätte. Es lag viel Geschick und Vortragstechnik darin, aber recht wenig Gefühl. Doch wir waren mit Mrs. Graham noch nicht fertig. Ich nehme keinen Wein, Mrs. Markham, sagte Mr. Millward, als die Getränke aufgetragen wurden. Ich nehme etwas von ihrem selbstgebrauten Bier. Ich ziehe ihr selbstgebraute stets allem anderen vor. Von diesem Kompliment geschmeichelt zog meine Mutter die Klingel und sogleich wurde ein Porzellankrug mit bestem Ale gebracht und vor den ehrenwerten Gentleman hingestellt, der die Vorzüge desselben sowohl zu schätzen wußte. Und das ist genau das Richtige, rief er, indem er sich in einem langen, geschickt von dem Krug in dem Becher gelenkten Strahl ein Glas davon einschenkte, so dass er viel Schaum erzeugte ohne einen einzigen Tropfen zu verplempern. Und nachdem er es einen Augenblick gegen die Kerze gehalten und betrachtet hatte, nahm er einen gehörigen Schluck und dann schmatzte er mit den Lippen, holte tief Luft und füllte sein Glas aufs Neue, wobei meine Mutter mit größter Befriedigung zusah. Es gibt nichts, was dem gleich käme, Mr. Markham, sagte er. Ich behaupte immer, dass sich nichts mit ihrem selbstgebrauten Bier vergleichen lässt. Ich freue mich wirklich, dass Sie es mögen, Sir. Ich kümmere mich stets selbst um das Brauen, genauso wie um den Käse und um die Butter. Ich habe es gern, wenn alles gut gemacht wird, solange wir noch da sind. Ganz recht, Mrs. Markham. Aber dann, Mr. Milord, halten Sie es nicht für falsch, ab und zu ein wenig Wein zu trinken oder auch ein bisschen Schnaps, sagte meine Mutter, als sie einen dampfenden Krug mit Grock Mrs. Wilson hinreichte, die versicherte, dass ihr Wein immer auf den Magen schlage und deren Sohn Robert sich in diesem Augenblick ein tüchtiges Glas von diesem Gebräu einschenkte. Keineswegs, erwiderte das Orakel mit einem gnädigen Kopfnicken. Das sind alles segensreiche Wohltaten, wenn wir nur den rechten Gebrauch davon zu machen wissen. Aber Mrs. Graham ist nicht dieser Meinung. Sie hätten nur hören sollen, wie sie sich neulich darüber äußerte. Ich sagte ihr, dass ich es ihnen erzählen würde. Und meine Mutter beehrte die Anwesenden mit einem ausführlichen Bericht über die irrigen Vorstellungen und Verhaltensweisen jener Dame, die vorliegende Angelegenheit betreffend, und beendete ihn mit »Nun, finden Sie nicht auch, dass das falsch ist?« »Falsch«, wiederholte der Pfarrer mit einer über das Gewohnte hinausgehenden Feierlichkeit. »Sträflich, würde ich sagen. Sträflich. Das heißt nicht nur aus dem Jungen einen Dummkopf machen, sondern das heißt die Gaben der Vorsehung verschmähen und ihn lehren, sie mit Füßen zu treten.« So dann ging er ausführlicher auf die Frage ein und erklärte des Langen und Breiten, wie dumm und gottlos eine solche Maßnahme sei. Meine Mutter hörte ihm mit größter Ehrfurcht zu, und sogar Mrs. Wilson ließ sich herab, ihrer Zunge einen Augenblick lang Einhalt zu gebieten und schweigend zu lauschen, während sie selbst zufrieden ihren Grog schlürfte. Mr. Lawrence saß da, den Ellbogen auf den Tisch gestützt, achtlos mit seinem halbleeren Weinglas spielend und verstohlen in sich hineinlächelnd. »Aber meinen Sie nicht, Mr. Millward,« warf er ein, als dieser Herr schließlich seine Rede unterbrach, »dass, wenn ein Kind vielleicht von Natur aus zur Unmäßigkeit neigt, durch die Schuld seiner Eltern oder Vorfahren zum Beispiel, dass da nicht einige Vorsichtsmaßnahmen ratsam sind?« Nun wurde ja allgemein angenommen, dass Mr. Lawrence's Vater sein Leben durch Unmäßigkeit verkürzt hatte. »Einige Vorsichtsmaßnahmen, das mag wohl sein, aber Mäßigung ist eine Sache und Abstinenz eine andere.« »Aber ich habe gehört, dass bei manchen Menschen Mäßigkeit, das heißt Maßhalten, fast unmöglich ist, und wenn Abstinenz ein Übel sein soll, was einige bezweifelt haben, wird wohl niemand leugnen, dass der Exzess ein noch größeres ist. Einige Eltern haben ihren Kindern gänzlich verboten, berauschende Getränke zu kosten, aber die Autorität eines Elternteils kann nicht ewig wehren. »Und ist das etwa richtig, Sir? Habe ich Ihnen nicht dargetan, wie falsch es ist, wie sehr wieder die Schrift und die Vernunft ein Kind zu lehren, dass es mit Abscheu auf die Wohltaten der Vorsehung blickt, anstatt sie richtig zu gebrauchen?« »Sie mögen Laudanum für ein Geschenk der Vorsehung halten, Sir,« erwiderte Mr. Lawrence lächelnd. »Und dennoch werden Sie zugeben, dass die meisten von uns sich dessen und selbst in Maßen genossen besser enthalten, aber,« fügte er hinzu, »ich möchte nicht, dass Sie mein Lächeln zu ernst nehmen. Zum Beweis dafür leere ich mein Glas.« »Und nehmen noch eins, hoffe ich Mr. Lawrence,« sagte meine Mutter und schob ihm die Flasche hin. Höflich verneinte er und lehnte sich, indem er seinen Stuhl etwas vom Tisch wegrückte, nach hinten zu mir. Ich saß in geringfügigem Abstand dahinter auf dem Sofa neben Eliza und fragte mich nachlässig, ob ich Mrs. Graham kenne. »Ich bin ihr ein- oder zweimal begegnet,« erwiderte ich. »Was halten Sie von ihr?« »Ich kann nicht behaupten, dass ich sie besonders mag. Sie ist hübsch, oder ich sollte besser sagen, distinguiert und interessant, anzusehen, aber keineswegs liebenswert. Eine Frau, die zu starken Vorurteilen neigt, würde ich meinen, und durch dick und dünn an ihnen festhält, die alles so hinbiegt, dass es in ihre vorgefassten Meinungen passt. Zu hart, zu scharfzüngig, zu herb für meinen Geschmack. Er gab darauf keine Antwort, sondern senkte den Blick und biß sich auf die Lippen, und kurz darauf erhob er sich und schlenderte zu Miss Wilson hin, von mir ebenso abgestoßen wie von ihr angezogen, glaube ich. In diesem Augenblick nahm ich es kaum wahr, aber später sollte ich mir diese und andere nichtige Umstände ähnlicher Art in Erinnerung rufen als »Aber ich darf nichts vorwegnehmen.« Wir beschlossen den Abend mit Tanzen. Betrachtete es doch unser würdiger Pastor nicht als einen Skandal, bei diesem Ereignis anwesend zu sein, obwohl einer von den Dorfmusikern engagiert war, um unseren Bewegungen mit seiner Geige den Rhythmus vorzugeben. Aber Mary Millward weigerte sich hartnäckig, sich uns anzuschließen, und ebenso Richard Wilson, obzwar ihn meine Mutter inständig bat und sich ihm sogar als Tanzpartnerin anbot. Wir kamen allerdings auch sehr gut ohne sie zurecht. Mit einem einzigen Satz Quadrillen und verschiedenen Ländlern zogen wir das Ganze bis in den späten Abend hin. Und schließlich, nachdem wir unseren Musiker gebeten hatten, zu einem Walzer aufzuspielen, wollte ich gerade Eliza in diesem herrlichen Tanz herumwirbeln, begleitet von Lawrence und Miss Wilson und Fergus und Rose, als Mr. Millward mit den Worten dazwischen tat, »Nein, nein, das erlaube ich nicht. Komm, es ist jetzt Zeit zu gehen.« »Nein, Papa«, bat Eliza, »Höchste Zeit, mein Kind, höchste Zeit. Maß halten in allen Dingen, denk daran, das ist der Vorsatz. Mach deine Mäßigung allen Männern deutlich.« Aber aus Rache folgte ich Eliza in den schwach beleuchteten Flur, wo ich mich, fürchte ich, unter dem Vorwand, ihr in ihren Umhang zu helfen, schuldig erklären muß, ihr hinter ihres Vaters Rücken einen Kuss auf die Wange gedrückt zu haben, während er seinen Hals und sein Kinn in die Falten eines Wollschals einwickelte. Aber ach, als ich mich umdrehte, stand meine Mutter dicht hinter mir. Die Folge davon war, daß kaum waren die Gäste gegangen, ich mir eine sehr strenge Strafpredigt anhören mußte, die auf recht unfreundliche Weise meinem Übermut Einhalt gebot und den Abend recht unangenehm zum Abschluss brachte. Mein lieber Gilbert, sagte sie, ich wünschte, du würdest das unterlassen, du weißt, wie sehr mir dein Wohl am Herzen liegt, wie ich dich liebe und über alles in der Welt schätze und wie sehr es mich verlangt, dich wohlversorgt im Leben zu sehen und wie bitter es mich schmerzen würde, wenn ich mit ansehen müßte, wie du dieses Mädchen heiratest oder irgendeine andere aus der Nachbarschaft. Was du an ihr findest, weiß ich nicht. Es ist nicht nur das fehlende Geld, an das ich denke, nichts dergleichen, aber sie verfügt weder über Schönheit noch Klugheit noch Güte noch über irgendetwas, was wünschenswert ist. Wenn du deinen eigenen Wert so kenntest wie ich, würdest du nicht im Traum daran denken. Warte doch eine Weile und schau dich um. Falls du dich an sie bindest, wirst du es den Lebtag bereuen, wenn du um dich schaust und siehst, wie viele bessere es gibt. Mein Wort darauf, das wirst du. Gute Mutter, sei doch ruhig. Ich hasse es, wenn man mir Vorhaltungen macht. Ich will ja noch gar nicht heiraten, das versichere ich dir. Aber du meine Güte, darf ich mich denn überhaupt nicht amüsieren? Doch, mein lieber Junge, aber nicht so. Wirklich, du solltest nicht solche Sachen machen. Du würdest dem Mädchen Schaden zufügen, wenn sie das wäre, was sie sein sollte. Aber ich versichere dir, sie ist das durchtriebenste kleine Biest, das man sich nur vorstellen kann, und du wirst dich in ihren Fallstricken verfangen, noch ehe du dich versiehst. Und wenn du sie heiratest, Gilbert, wirst du mir das Herz brechen. Und damit Schluss. Nein, wein doch nicht darüber, Mutter, sagte ich, denn die Tränen schossen ihr aus den Augen. Da, lass diesen Kuss den einen auslöschen, den ich ihr leiser gab. Mach sie nicht mehr schlecht und beruhige dich, denn ich will versprechen, niemals, das heißt, ich will versprechen, zweimal darüber nachzudenken, ehe ich irgendeinen wichtigen Schritt tue, den du ernstlich missbilligst. Mit diesen Worten zündete ich meine Kerze an und ging ziemlich ernüchtert zu Bett. Kapitel 5 Das Atelier Es war gegen Ende des Monats, als ich schließlich Roses beharrlichen Bitten nachgab und sie bei ihrem Besuch in Wildfell Hall begleitete. Zu unserer Überraschung wurden wir in einen Raum geführt, wo mir als erstes eine Staffelei ins Auge fiel, mit einem Tisch daneben, der mit Rollen von Leinwand, Flaschen mit Öl und Viennis, einer Palette, Pinseln, Farben etc. bedeckt war. An die Wand gelehnt standen etliche Skizzen in unterschiedlichen Stadien der Ausführung und ein paar fertige Gemälde, zumeist mit Landschaften und Personen. Ich muß sie in meinem Atelier empfangen, sagte Mrs. Graham. Das Wohnzimmer ist heute nicht geheizt und es ist etwas zu kalt, um sie in ein Gemach mit einem leeren Kaminrost zu führen. Und indem sie zwei Stühle von dem Künstlerkram befreite, von dem sie in Beschlag genommen waren, bat sie uns Platz zu nehmen und nahm ihren eigenen neben der Staffelei wieder ein. Wobei sie sich derselben zwar nicht direkt zuwandte, aber während des Gesprächs ab und zu einen Blick auf das darauf stehende Bild warf und ihm hin und wieder einen Pinselstrich versetzte, als sei es ihr unmöglich, ihre Aufmerksamkeit gänzlich von ihrer Beschäftigung abzuwenden, um sie auf ihre Gäste zu richten. Es handelte sich um eine Ansicht von Wildfell Hall, wie sie sich frühmorgens vom darunterliegenden Feld her bot, wenn sich das Haus in dunkler Silhouette gegen den klaren, silbrigen Himmel erhob, mit ein paar roten Streifen am Horizont, naturgetreu gezeichnet und koloriert und sehr geschmackvoll und gekonnt ausgeführt. Ich sehe, Sie sind mit dem Herzen ganz bei Ihrer Arbeit, Mrs. Graham, bemerkte ich. Ich darf Sie bitten, damit weiterzumachen, denn wenn Sie sich durch unsere Gegenwart unterbrechen lassen, werden wir uns wohl oder übel als ungebetene Eindringlinge betrachten. Oh nein, erwiderte sie, indem sie ihren Pinsel auf den Tisch warf, als besinne sie sich plötzlich auf ihre Höflichkeitspflichten. Ich werde nicht so von Besuchern belagert, daß ich für die wenigen, die mir die Gunst ihrer Gesellschaft erweisen, nicht bereitwillig ein paar Minuten erübrigen könnte. Sie haben ihr Gemälde fast vollendet, sagte ich, wobei ich hinzutrat, um es aus der Nähe zu betrachten und es mit einem höheren Maß an Bewunderung und Entzücken zu mustern, als ich mich bemühte, zum Ausdruck zu bringen. Noch ein paar Pinselstriche im Vordergrund und es wird fertig sein, würde ich wohl meinen, aber warum haben Sie es Fernley Manor Cumberland genannt anstatt Wildfell Hall, fragte ich unter Anspielung auf den Titel, den sie in kleinen Buchstaben am unteren Rand der Leinwand hingeschrieben hatte. Aber sofort wurde mir bewusst, daß ich mit dieser Frage eine Unverschämtheit begangen hatte, denn sie errötete und zögerte. Doch nach einer kurzen Pause erwiderte sie mit einer Art verzweifelter Aufrichtigkeit, weil ich Freunde, Bekannte zumindest, auf der Welt habe, vor denen ich meinen gegenwärtigen Aufenthaltsort verborgen halten möchte, und da sie vielleicht das Bild sehen und möglicherweise den Stil erkennen könnten, trotz der falschen Initialen, die ich in die Ecke geschrieben habe, so greife ich zu der Vorsichtsmaßnahme, dem Ort auch einen falschen Namen zu geben, um sie auf eine falsche Fährte zu locken, wenn sie versuchen sollten, mich darüber ausfindig zu machen. Dann wollen sie also das Bild nicht für sich behalten? fragte ich in dem Bestreben, irgendetwas zu sagen, um das Thema zu wechseln. Nein, ich kann es mir nicht leisten, zu meinem eigenen Vergnügen zu malen. Mama schickt all ihre Bilder nach London, sagte Afer, und dort verkauft sie jemand für sie und schickt uns das Geld. Als ich den Blick über die anderen Stücke schweifen ließ, entdeckte ich eine hübsche Skizze von Lindenhobe, vom Gipfel des Hügels aus gesehen. Eine weitere Ansicht des alten Herrenhauses, wie es im flirrenden Licht eines ruhigen Sommernachmittags da lag, und ein schlichtes und dennoch bemerkenswertes kleines Bild mit einem Kind, das ruhig dreinschauend, aber mit einem Ausdruck tiefen und kummervollen Bedauerns über eine Handvoll verwelkter Blumen grübelt, mit flüchtigen Andeutungen dunkler, niedriger Hügel und herbstlicher Felder als Hintergrund und einem düsteren, bewölkten Himmel darüber. Sie sehen, es herrscht hier ein trauriger Mangel an Motiven, bemerkte die schöne Künstlerin. Einmal habe ich den alten Herrensitz in einer Vollmondnacht gemalt und ich werde ihn wohl erneut an einem verschneiten Wintertag aufs Papier bringen und dann wieder an einem dunklen, wolkenverhangenen Abend, denn ich habe sonst wirklich nichts zu malen. Man hat mir erzählt, dass man irgendwo in der Umgebung einen schönen Blick aufs Meer hat. Stimmt das? Und ist denn diese Stelle zu Fuß zu erreichen? Ja, wenn Sie nichts dagegen haben, vier Meilen zu laufen oder beinahe soweit etwas weniger als acht Meilen hin und zurück und über eine etwas unwegsame, anstrengende Straße. In welcher Richtung liegt der Ort? Ich beschrieb ihr die Lage so gut ich konnte und machte mich gerade an einer Erklärung der verschiedenen Straßen, Wege und Felder, die man durchqueren mußte, um dorthin zu gelangen, wo man gerade ausgehen müsse und nach rechts und nach links, als sie mich unterbrach. Oh, hören Sie auf damit! Erzählen Sie mir das nicht jetzt! Ich werde jedes Wort ihrer Erklärungen vergessen, ehe ich sie brauche. Vor dem nächsten Frühjahr ist bestimmt nicht daran zu denken und dann darf ich Sie vielleicht darum bemühen. Gegenwärtig haben wir noch den Winter vor uns und... Sie hielt plötzlich inne, sprang mit einem unterdrückten Ausruf von ihrem Sitz auf und sagte, Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, eilte aus dem Zimmer und schloß die Tür hinter sich. Neugierig, was sie so aufgeschreckt hatte, schaute ich zum Fenster, denn ihr Blick war kurz zuvor unbedacht darauf gerichtet gewesen und sah eben die Schöße eines Männerrocks hinter einem großen Stechpalmenstrauch verschwinden, der zwischen dem Fenster und dem Portikus stand. Das ist Mamas Freund, sagte Arthur. Rose und ich sahen einander an. Ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll, flüsterte Rose. Das Kind blickte sie mit ernstem Staunen an. Sogleich begann sie, mit ihm über belanglose Dinge zu plaudern, während ich mir mit dem Betrachten der Bilder die Zeit vertrieb. Da stand eines in einem dunklen Winkel, das ich zuvor noch nicht beachtet hatte. Es stellte ein kleines Kind dar, das im Grase saß, den Schoß voller Blumen. Die winzigen Gesichtszüge und großen blauen Augen, wie sie durch eine Flut hellbrauner Locken lächelten, die über die Stirn fiel, als es sich über seinen Schatz beugte, wiesen genügend Ähnlichkeit mit denen des jungen Herrn vor mir auf, um es als ein Porträt Arthur Grahams in seiner frühen Kindheit erscheinen zu lassen. Indem ich es hochhob, um es ans Licht zu halten, entdeckte ich ein anderes dahinter, das mit der Vorderseite gegen die Wand lehnte. Ich wagte es, auch dieses hochzuheben. Es war das Porträt eines vornehmen Herrn in den vollen Blüten seiner frühen Mannesjahre, recht ansehnlich und nicht schlecht ausgeführt, aber wenn es von derselben Hand wie die anderen stammte, lag es offensichtlich einige Jahre zurück, denn hier zeigte sich eine weit sorgfältigere Detailgenauigkeit und weniger von jener Frische der Farbgebung und Freiheit der künstlerischen Darstellung, die mich an ihnen so entzückte und erstaunte. Nichtsdestoweniger betrachtete ich es mit nicht geringem Interesse. In den Gesichtszügen und im Ausdruck lag eine bestimmte Individualität, die ihm zugleich den Stempel einer gelungenen Wirklichkeitstreue aufdrückte. Die strahlenden blauen Augen sahen den Betrachter mit einer Art versteckter Schalkhaftigkeit an. Man erwartete fast, dass sie gleich blinzeln würden. Die Lippen, von etwas allzu sinnlicher Fülle, schienen sich gleich zu einem Lächeln verziehen zu wollen. Die lebhaft getönten Wangen wurden durch den üppigen Wuchs eines rötlichen Backenbartes verschönt, während das Haselnussbraune sich in dichten, schweren Locken kräuselnde Haar zu viel von seiner Stirn einnahm und kundzutun schien, dass der Besitzer desselben darüber stolzer war als über seinen Verstand, wozu er vielleicht durchaus Grund hatte. Und doch wirkte er nicht töricht. Ich hatte das Porträt noch keine zwei Minuten in der Hand gehabt, da kehrte die schöne Künstlerin schon wieder zurück. Nur jemand, der wegen der Bilder gekommen ist, sagte sie zur Entschuldigung für ihren überstürzten Weggang. Ich habe ihm gesagt, er solle warten. Ich fürchte, man wird es für einen Akt von Impertinenz halten, sagte ich, sich anzumaßen, ein Bild anzuschauen, das der Künstler zur Wand gedreht hat, aber darf ich fragen, es ist ein Akt von sehr großer Impertinenz, Sir, und ich bitte Sie deshalb, keine Fragen darüber zu stellen, denn Ihre Neugier wird nicht auf Ihre Kosten kommen. Erwiderte sie und suchte, die Schroffheit ihres Tadels durch ein Lächeln zu mildern. Aber ich konnte an ihren rotfleckigen Wangen und ihren funkelnden Augen sehen, dass sie ernsthaft verärgert war. Ich wollte sie ja nur fragen, ob sie es selbst gemalt haben, sagte ich und überließ das Bild mürrisch ihren Händen, denn sie nahm es mir ab, ohne irgendwelche weiteren Umstände zu machen und indem sie es schnell wieder in die dunkle Ecke zurückstellte, mit dem Gesicht zur Wand, lehnte sie das andere wie zuvor dagegen und drehte sich dann zu mir um und lachte. Aber mir war nicht zum Scherzen zumute. Achtlos wandte ich mich zum Fenster und sah auf den verwahrlosten Garten und ließ sie ein paar Minuten mit Rose reden, sagte da meiner Schwester, dass es Zeit sei zu gehen, worauf ich dem kleinen Herrn die Hand schüttelte, mich kühl vor der Dame verbeugte und zur Tür begab. Aber nachdem sie sich von meiner Schwester verabschiedet hatte, streckte mir Mrs. Graham ihre Hand hin, wobei sie mit sanfter Stimme und keineswegs unsympathischem Lächeln sagte, »Lassen Sie die Sonne nicht über Ihrem Ärger untergehen, Mr. Markham. Es tut mir leid, wenn ich Sie durch meine brüste Art verletzt habe.« Wenn sich eine Dame zu Entschuldigungen herablässt, kann man natürlich nicht mehr an seinem Zorn festhalten. So trennten wir uns fürs Erste als gute Freunde und diesmal drückte ich ihr die Hand herzlich und ganz ohne Gehässigkeit. Kapitel 6 Fortschritte Während der nächsten sechs Monate betrachte ich Mrs. Grahams Haus nicht und sie auch nicht das meine. Aber die Damen redeten noch immer über sie und unsere Bekanntschaft machte weitere, wenn auch nur langsame Fortschritte. Was das Gerede der anderen anging, so schenkte ich ihm nur wenig Beachtung, wenn es sich auf die schöne Einsiedlerin bezog, meine ich, und die einzige Information, die ich ihm entnahm, war, dass sie eines schönen frostigen Wintertags ihren kleinen Jungen die ganze Strecke bis zum Pfarrhaus mitzunehmen gewagt hatte und dass unglücklicherweise niemand außer Miss Millward zu Hause gewesen war. Trotzdem hatte sie dort eine ganze Weile gesessen und nach allem, was man hörte, hatten sie sich einander eine ganze Menge zu erzählen gehabt und waren mit dem beiderseitigen Wunsch geschieden, sich wiederzutreffen. Aber Mary mochte Kinder und liebevolle Mamas mögen jene, die ihre Schätze so recht zu würdigen verstehen. Doch manchmal sah ich sie auch selbst, nicht nur, wenn sie zur Kirche kam, sondern wenn sie mit ihrem Sohn draußen auf den Hügeln unterwegs war, sei es nun, dass sie irgendein bestimmtes Ziel hatte oder an schönen Tagen gemächlich über das Moor oder das kahle Weideland wanderte, das den alten Herrensitz umgab, sie selbst mit einem Buch in der Hand, ihr Sohn um sie herumhüpfend, und bei all diesen Gelegenheiten, wenn ich sie auf meinen einsamen Spaziergängen oder Ausritten oder wenn ich meinen Arbeiten als Bauer nachging erblickte, richtete ich es gewöhnlich so ein, dass ich sie traf oder einholte, denn es gefiel mir recht gut, Mrs. Graham zu sehen und mit ihr zu reden, und besonders gern plauderte ich mit ihrem kleinen Begleiter, der sich, als erst einmal das Eis seiner Schüchternheit gebrochen war, als sehr liebenswerter, kluger und unterhaltsamer kleiner Kerl erwies. Und bald wurden wir die besten Freunde. Wie sehr dies seiner Mama zu verdanken war, weiß ich nicht. Anfangs hegte ich den Verdacht, sie wolle kaltes Wasser auf diese aufkeimende Vertrautheit schütten, die aufflackernde Flamme unserer Freundschaft sozusagen zum Erlöschen bringen, aber da sie schließlich trotz ihrer Vorurteile gegen mich feststellte, dass ich völlig harmlos war und es sogar gut mit ihr meinte und dass ihr Sohn durch mich und meinen Hund eine ganze Menge Spaß aus der Bekanntschaft schöpfte, den er sonst nicht gehabt hätte, wandte sie nichts mehr dagegen ein und hieß mich sogar mit einem Lächeln willkommen. Was Arthur betraf, so schrie er mir sein Willkommen immer schon von Weitem entgegen und rannte 50 Jahrts von seiner Mutter weg auf mich zu. Wenn ich zufällig zu Pferd war, konnte er sicher sein, zu einem kleinen Kanter oder Galopp zu kommen oder wenn eines der Zugpferde in erreichbarer Entfernung stand, wurde ihm ein gemächlicher Ritt auf diesem spendiert, was ihm fast ebenso gut gefiel. Aber seine Mutter folgte uns stets und lief neben ihm her, nicht so sehr, glaube ich, um für seine Sicherheit zu sorgen, als um darauf zu achten, dass ich seinem kindlichen Gemüt keine anstößigen Ideen Einflöße, denn sie war stets auf der Hut und ließ es niemals zu, dass man ihn ihr aus dem Blickfeld entführte. Am allerliebsten sah sie ihn mit Sancho herumrennen und sich balgen, während ich neben ihr herging. Nicht so sehr fürchte ich, weil sie meine Gesellschaft gern hatte, obwohl ich mich manchmal dieser Selbsttäuschung hingab, sondern aus Freude ihren Sohn so glücklich in diesen vergnüglichen Zeitvertreib vertieft zu sehen, der seinen zarten Körper so kräftigte, doch so selten ausgeübt wurde, da es ihm an Spielgefährten in seinem Alter mangelte. Und vielleicht wurde ihre Freude nicht wenig durch den Umstand versüßt, dass ich bei ihr statt bei ihm war und ihm deshalb weder direkt noch indirekt absichtlich oder unbewusst Schaden zufügen konnte und das alles dank ihrer Gegenwart. Aber bisweilen, glaube ich, genoss sie die Unterhaltung mit mir wirklich ein bisschen und eines strahlenden Februarmorgens, als wir 20 Minuten lang durchs Moor schlenderten, legte sie ihre übliche Schroffheit und Zurückhaltung ab und ließ sich ernsthaft auf ein Gespräch mit mir ein, wobei sie mit so viel Beretsamkeit und gedanklicher sowie emotionaler Tiefe ihre Ansichten über ein Thema vortrug, die glücklicherweise mit meinen eigenen Vorstellungen genau übereinstimmten und sie obendrein noch so wunderschön aussah, dass ich ganz verzaubert nach Hause ging. Und auf dem Weg stutzte ich innerlich, als ich mich bei dem Gedanken ertappte, dass es nach alledem vielleicht besser sei, einen Tag mit einer solchen Frau zu verbringen, als fragenden Sinn wegen meiner Untreue. Als ich den Salon betrat, traf ich dort Eliza und Rose an und sonst keinen Menschen. Die Überraschung war durchaus nicht so angenehm, wie sie es hätte sein sollen. Wir plauderten eine ganze Weile miteinander, aber ich fand sie recht oberflächlich und sogar ein bisschen fade, verglichen mit der reiferen und ernsten Mrs. Graham. Ach, wie unbeständig ist doch der Mensch. Wie dem auch sei, dachte ich bei mir, ich sollte Eliza Millward nicht heiraten, da meine Mutter so sehr dagegen ist und ich sollte dem Mädchen auch nicht vormachen, dass ich die Absicht dazu habe. Nun, wenn diese Stimmung anhält, wird es mir nicht so schwer fallen, meine Gefühle aus ihrer sanften, doch unerbittlichen Gewalt zu befreien. Und ob zwar es gegen Mrs. Graham vielleicht ebenso viel einzuwenden gibt, mag man mir wohl, wie den Ärzten erlauben, ein größeres Übel mit einem geringeren zu kurieren, denn ich werde mich, denke ich, in die junge Witwe nicht ernstlich verlieben und sie sich ebenso wenig in mich, das ist gewiss, aber wenn ich in ihrer Gesellschaft etwas Freude finde, so wird man mir wohl zugestehen, sie zu suchen, und wenn der Stern ihrer Göttlichkeit hell genug ist, um den Glanz von Elisas Stern zu überstrahlen, umso besser, aber ich kann es mir kaum vorstellen. Und fortan ließ ich selten einen schönen Tag verstreichen, um etwa zu der Zeit, wenn meine neue Bekannte gewöhnlich ihre Einsiedelei verließ, einen Besuch in Wildfell abzustatten. Aber ich wurde in meinen Hoffnungen auf ein weiteres Gespräch so oft enttäuscht, sie änderte ihre Ausgehstunden und ihre Zufluchtsorte so häufig, die gelegentlichen Blicke, die ich erhaschen konnte, waren so flüchtig, dass ich schon fast zu der Annahme neigte, sie gebe sich ebenso viel Mühe, meine Gesellschaft zu meiden, wie ich, die ihre zu suchen, aber das war eine zu unangenehme Vermutung, als dass ich sie auch nur einen Augenblick länger als unumgänglich gehegt hätte. Eines ruhigen klaren Nachmittags im März jedoch, als ich gerade das Walzen des Weidelandes und das Ausbessern einer Hecke im Tal überwachte, sah ich Mrs. Graham unten am Bach, ein Skizzenbuch in der Hand, ganz in die Ausübung ihrer Lieblingsbeschäftigung vertieft, während Arthur sich die Zeit damit vertrieb, Dämme und Wellenbrecher in das flache, steinige Gewässer zu bauen. Ich hatte eine Abwechslung ziemlich nötig und eine so seltene Gelegenheit durfte nicht versäumt werden. So ließ ich sowohl Weide als auch Hecke sein und begab mich eilends zu der Stelle, aber nicht vor Sancho, der sofort, nachdem er seinen jungen Freund wahrgenommen hatte, die dazwischenliegende Entfernung im vollen Galopp dahin rannte und in unbändiger Freude auf ihn zusprang, sodass das Kind fast mitten in den Bach gestürzt wäre. Aber glücklicherweise bewahrten ihn die Steine davor, sich ernsthaft nass zu machen, während ihre glatte Oberfläche verhinderte, dass er sich gar zu weh tat, und so konnte er über den unerwarteten Vorfall lachen. Mrs. Graham studierte gerade die besonderen Gestaltungen der verschiedenen Baumarten in ihrer winterlichen Nacktheit und zeichnete mit mutigem, wenn auch zartem Strich ihre verschiedenen Verästelungen ab. Sie redete nicht viel, aber ich stand da und beobachtete die Fortschritte ihres Bleistifts. Es war ein Vergnügen, ihn von diesen schönen, anmutigen Fingern so geschickt geführt zu sehen. Aber schon bald wurde ihre Behändigkeit beeinträchtigt. Sie begann zu zögern, leicht zu zittern und falsche Striche zu machen und kamen dann plötzlich zur Ruhe, während ihre Besitzerin ihr Gesicht lachend zu meinem emporhob und mir zu verstehen gab, daß die Skizze von meiner Oberaufsicht nicht profitierte. Dann, sagte ich, unterhalte ich mich eben mit Arthur, bis sie fertig sind. Ich würde gern ein wenig reiten, Mr. Markham, wenn Mama mich lässt, sagte das Kind. Worauf denn, mein Junge? Ich glaube, auf dem Feld, dort steht ein Pferd, erwiderte er und deutete dorthin, wo die kräftige schwarze Stute gerade die Walze zog. Nein, nein, Arthur, das ist zu weit, warnte seine Mutter ein. Aber ich versprach ihn, nach ein oder zwei Runden auf der Weide wohlbehalten zurückzubringen, und als sie seinen ungeduldigen Gesichtsausdruck sah, lächelte sie und ließ ihn gehen. Es war das erste Mal, dass sie mir erlaubt ihrer Seite zu entführen. Wie er so auf seinem riesenhaften Rost thronte und das weite abschüssige Feld feierlich auf- und abritt, sah er wie die Verkörperung ruhiger, fröhlicher Zufriedenheit und Freude aus. Das Walzen war jedoch bald getan. Aber als ich den tapferen Reitersmann vom Pferd hob und ihn wieder seiner Mutter übergab, schien sie ziemlich missvergnügt, dass ich ihn so lange ferngehalten hatte. Sie hatte ihr Skizzenbuch zugeklappt und wahrscheinlich schon seit einigen Minuten ungeduldig auf seine Rückkehr gewartet. Es sei nun höchste Zeit, nach Hause zu gehen, sagte sie, und hätte mir wohl einen guten Abend gewünscht, aber ich wollte sie noch nicht verlassen. Ich begleitete sie noch halb den Hügel hinauf. Sie wurde umgänglicher und ich begann, mich sehr glücklich zu fühlen. Aber als wir in Sichtweite des grimmigen alten Herrensitzes kamen, blieb sie stehen und wandte sich mir zu, während sie sprach, als erwarte sie, ich würde nicht weitergehen, so daß die Unterhaltung hier enden müsse und ich nun Abschied nehmen und gehen würde. Da es in der Tat Zeit war zu gehen, denn der klare, kalte Abend ging rasch zur Neige, die Sonne war untergegangen und der zunehmende Mond leuchtete deutlich am bleichen grauen Himmel, aber ein Gefühl fast wie Mitleid ließ mich wie angewurzelt stehen bleiben. Es erschien mir grausam, sie einem so einsamen, unbehaglichen Zuhause zu überlassen. Ich schaute zu ihm hinauf. Schweigend und düster blickte es auf uns herab. Ein schwaches rotes Licht schien durch die unteren Fenster des einen Gebäudeflügels, aber alle anderen Fenster lagen in Dunkelheit und viele boten ihre schwarzen, höhlenartigen, von Glasscheiben oder Fensterrahmen gänzlich entblößten Vertiefungen dar. Finden sie nicht, dass es ein öder Ort ist, um darin zu leben, sagte ich nach einem Augenblick stummer Betrachtung. Manchmal ja, erwiderte sie, an Winterabenden, wenn Arthur im Bett ist und ich allein da sitze, den öden Wind um mich stöhnen und durch die verfallenen alten Zimmer heulen höre. Keine Bücher und keine Beschäftigungen können dann die schlimmen Gedanken und Ängste verdrängen, die auf einen einstürzen. Aber ich weiß, es ist dumm, sich solcher Schwäche zu überlassen. Wenn Rachel mit einem solchen Leben zufrieden ist, warum sollte ich es nicht auch? Tatsächlich kann ich gar nicht dankbar genug für einen derartigen Zufluchtsort sein, solange er mir überlassen bleibt. Der abschließende Satz war leise gesprochen, als ob sie ihn mehr zu sich selbst als zu mir gesagt hätte. Darauf wünschte sie mir einen guten Abend und ging. Ich hatte auf meinem Heimweg noch nicht viele Schritte getan, als ich Mr. Lawrence auf seinem hübschen grauen Pony gewahrte, wie er den zerfurchten Weg heraufkam, der über den Gipfel des Hügels verlief. War das Mrs. Graham, mit der Sie gerade eben gesprochen haben? fragte er, nachdem die ersten nachdenklich blickte er auf die Mähne seines Pferdes, als ob er mit irgendetwas daran ernsthaft nicht zufrieden wäre oder so. Nun, was denn? Oh, nichts, erwiderte er, nur ich dachte, Sie können sie nicht leiden, fügte er ruhig hinzu, wobei er seine klassisch geformten Lippen zu einem leicht sarkastischen Lächeln kräuselte. Vermutlich war es so, darf ein Mann bei Kantschaft seine Meinung etwa nicht ändern? Doch, natürlich, entgegnete er, wobei er sorgfältig eine verfilzte Stelle in der weißlichen Mähne des Ponys entwirrte. So dann wandte er sich mir plötzlich zu und fügte, seine scheuen Haselnuss Augen mit einem ruhigen, durchdringenden Blick auf mich gerichtet hinzu. Dann haben Sie also Ihre Meinung geändert? Ich kann nicht sagen, dass ich sie ganz geändert habe. Nein, ich vertrete im Hinblick auf sie wohl noch dieselbe Meinung wie vorher, nur leicht verbessert. Oh! Er suchte nach irgendetwas anderem, worüber man reden konnte. Und indem er zum Mond empor sah, machte er einige Bemerkungen über die Schönheit des Abends, worauf ich nichts antwortete, da sie für das Thema unwichtig waren. Lawrence sagte ich und sah ihm dabei ruhig ins Gesicht. Sind Sie in Mrs. Graham verliebt? Anstatt dadurch tief beleidigt zu sein, wie ich eigentlich fast erwartete, folgte dem ersten Überraschungsmoment ein Gekicher, als sei er von der Idee höchlich amüsiert. In Sie verliebt, wiederholte er, wie kommen Sie denn darauf? Wegen des Interesses, das Sie an den Fortschritten in meiner Bekanntschaft mit der Dame nehmen und an den Änderungen in meiner Meinung über Sie. Ich dachte, Sie sind vielleicht eifersüchtig. Er lachte erneut. Eifersüchtig, nein, aber ich dachte, Sie wollten Eliza Millward heiraten. Dann dachten Sie falsch, ich werde weder die eine noch die andere heiraten, soweit ich weiß. Dann meine ich, sollten Sie sie lieber in Ruhe lassen. Werden Sie Jane Wilson heiraten? Er wurde rot und spielte wieder mit der Mähne, antwortete aber, nein, ich denke nicht. Dann sollten Sie sie lieber in Ruhe lassen. Sie wird mich aber nicht in Ruhe lassen, hätte er wohl sagen können. Aber er sah nur dumm drein und sagte eine halbe Minute lang gar nichts, und dann machte er einen weiteren Versuch, dem Gespräch, eine und diesmal ließ ich es geschehen, denn er hatte schon genug ertragen. Noch ein Wort über dieses Thema und es wäre ihm wohl der Geduldsfaden gerissen. Ich kam zu spät zum Tee, aber meine Mutter hatte netterweise die Teekanne und das Gebäck auf dem Kamineinsatz warm gehalten. Sie schimpfte mich zwar ein wenig aus, ließ aber meine Entschuldigung gelten, und als ich mich über den Geschmack des Tees beklagte, der zu lang gezogen hatte, schüttete sie den Rest in den Schmutzwasserbehälter und bat Rose, frischen in die Kanne zu tun und den Wasserkessel wieder zum Kochen zu bringen. Dienstleistungen, die mit großem Getue und manch bemerkenswerten Kommentaren verrichtet wurden. Na schön, wenn es sich jetzt um mich gehandelt hätte, hätte ich überhaupt keinen Tee mehr gekriegt. Selbst wenn es Fergus gewesen wäre, hätte er sich mit dem, was eben da war, abfinden müssen und gesagt bekommen, er solle dafür dankbar sein, denn es sei viel zu gut für ihn. Aber du, für dich ist ja nichts gut genug, was wir tun. Es ist immer so, wenn irgendetwas Besonderes Leckeres auf dem Tisch steht, blinzelt und nickt mir Mama zu, mich zurückzuhalten und wenn ich nicht darauf achte, flüstert sie, isst nicht so viel davon Rose, Gilbert wird es zum Abendbrot haben wollen. Ich bin überhaupt nichts. Im Wohnzimmer heißt es, komm Rose, leg deine Sachen weg und lass uns das Zimmer recht hübsch und ordentlich herrichten, bis sie reinkommen und ein schönes Feuer machen. Gilbert mag ein fröhliches Feuer. In der Küche mach diesen Pudding recht groß Rose, die Jungs werden wohl hungrig Wenn ich sage, nein Mama, das mag ich nicht, heißt es, ich solle nicht an mich selbst denken. Du weißt, Rose, bei allen Haushaltsangelegenheiten haben wir nur an zwei Dinge zu denken, erstens, was zweckmäßigerweise zu tun ist und zweitens, was für die Herren des Hauses am angenehmsten ist. Für die Damen ist alles recht. Und das ist auch ein sehr guter Grundsatz, sagte meine Mutter. Gilbert denkt bestimmt ebenso. Auf alle Fälle ein sehr bequemer Grundsatz für uns, sagte ich. Aber wenn es dir wirklich um mein Wohlbehagen ginge, Mutter, müsstest du auf deine eigene Bequemlichkeit und Annehmlichkeit etwas mehr achten, als du es tust. Was Rose betrifft, so hege ich keinen Zweifel, dass sie sich schon um sich selbst kümmert. Und wann immer sie ein Opfer bringt oder einen Akt der Selbstverleugnung begeht, wird sie schon dafür sorgen, mich das Ausmaß derselben wissen zu lassen. Aber was dich angeht, so könnte ich mich hemmungslos gehen lassen oder die Bedürfnisse der anderen gröblichst missachten, bloß weil ich es gewohnt bin, dass man sich dauernd um mich sorgt und mir alle Wünsche von den Augen abliest oder auf der Stelle erfüllt, während man mich über das, was für mich getan wird, in totaler Ahnungslosigkeit lässt, wenn Rose mich nicht ab und zu aufklärte. Und ich würde deine Güte als eine Selbstverständlichkeit hinnehmen und nie wissen, wie viel Dank ich dir schulde. Ach, und du wirst es auch nie erfahren, Gilbert, bis du verheiratet bist, dann nämlich, wenn du irgend so ein oberflächliches, eingebildetes Mädchen wie Eliza Millward zur Frau hast, dem außer ihrem unmittelbaren Vergnügen und Vorteil alles einerlei ist oder eine irregeleitete, eigensinnige Frau wie Mrs. Graham, die ihre wichtigsten Pflichten nicht kennt und nur in den Dingen geschickt ist, die sie am wenigsten angehen. Dann wirst du den Unterschied merken. Es wird mir gut tun, Mutter. Ich bin ja schließlich nicht bloß auf der Welt, um die guten Eigenschaften und das Wohlwollen anderer für mich wirken zu lassen, nicht wahr, sondern meiner eigenen so einzusetzen, dass ihnen damit gedient ist. Und wenn ich heirate, erwarte ich mir mehr Freude davon, dass ich meine Frau glücklich und zufrieden mache, als umgekehrt. Geben ist seliger denn Nehmen. Ach, das ist doch alles Unsinn, mein Lieber. Kindisches Gerede ist das. Du wirst es bald leid werden, deine Frau zu hätscheln und bei Laune zu halten und sei sie noch so bezaubernd. Und dann kommt die eigentliche Prüfung. Nun, dann muss eben ein jeder von uns die Lasten des Anderen tragen. Dann muss jeder von euch sich in die ihm gebührende Position einfinden. Du wirst deine Arbeit verrichten und sie, wenn sie deiner würdig ist, wird die Ehre tun. Aber es ist deine Aufgabe, es dir angenehm zu machen und die Ehre dazu beizutragen. Dein armer, lieber Vater war gewiss der beste Ehemann, der je gelebt hat. Und nachdem die ersten sechs Monate oder so ungefähr vorüber waren, hätte ich genauso unverzüglich von ihm erwartet, dass er fliegen könne, wie dass er sich Mühe gebe, mir eine Freude zu machen. Er sagte immer, ich sei eine gute Ehefrau und tue meine Pflicht. Und er tat stets die Seine. Gott segne ihn. Er war zuverlässig und pünktlich, fand selten Fehler ohne Grund, ließ meinen guten Mahlzeiten stets Gerechtigkeit widerfahren und verdarb das, was ich gekocht hatte, kaum jemals durch zu spät kommen. Und mehr als das kann keine Frau von einem Mann erwarten. Stimmt das, Helfort? Beschränken sich unsere häuslichen Tugenden tatsächlich darauf? Und verlangt deine glückliche Frau wirklich nicht mehr? Kapitel 7 Der Ausflug Wenige Tage nach diesem Vorfall, an einem milden, sonnigen Vormittag, der Boden unter meinen Füßen war ziemlich aufgeweicht, denn der letzte Schnee war eben erst weggeschmolzen, hatte jedoch hier und da noch einen dünnen Streifen zurückgelassen und lag noch auf dem frischen grünen Gras unter den Hecken. Aber daneben lugten bereits die jungen Schlüsselblumen aus ihrem feuchten, dunklen Blattwerk hervor und die Lerche in den Lüften sang schon von Sommer und Hoffnung und Liebe und allen himmlischen Dingen. Ich war draußen auf dem Hügel, genoss diese Herrlichkeiten und schaute nach, ob meine kleinen Lämmer und ihre Mütter wohl auf seien. Da sah ich, als ich meinen Blick umherschweifen ließ, drei Personen vom Tal heraufkommen. Es waren Eliza Millward, Fergus und Rose. Also überquerte ich das Feld, um ihnen entgegen zu gehen und als ich erfuhr, dass sie nach Wildfell Hall wollten, erklärte ich mich bereit, mit ihnen zu gehen und indem ich Eliza meinen Arm bot, die ihn gern anstelle des meines Bruders annahm, sagte ich zu diesem, er könne ruhig umkehren, da ich die Dame begleiten würde. Entschuldige mal, stieß er hervor, es sind die Damen, die mich begleiten, nicht ich sie. Mir hat alle schon einen verstohlenen Blick auf diese seltsame Fremde geworfen, nur ich nicht und ich konnte meine jämmerliche Unwissenheit nicht länger ertragen. Komme, was wolle, ich muss meine Neugier befriedigen. So bat ich Rose, mit mir zum Herrenhaus zu gehen und mich ihr schnellstens vorzustellen. Sie schwor, das tue sie nicht, wenn nicht auch Miss Eliza mitgehe. Also rannte ich zum Fahrhaus und holte sie und wir sind den ganzen Weg herauf untergehakt gegangen, so närrisch verliebt wie ein Liebespaar und nun hast du sie mir weggenommen und obendrein willst du mich auch noch um meinen Spaziergang und um meinen Besuch bringen. Geh zu deinen Feldern und zu deinem Vieh zurück, du tölpelhafter Kerl. Du passt nicht in eine Gesellschaft von Damen und Herren wie wir, die nichts anderes zu tun haben, als um die Häuser unserer Nachbarn herum zu spionieren, verstohlen in ihre geheimsten Winkel zu gucken und ihre Geheimnisse auszuschnüffeln und die Nase zu rümpfen, wenn uns etwas nicht passt. Du verstehst nichts von solchen erlesenen Quellen des Vergnügens. Könnt ihr denn nicht beide gehen? schlug Eliza vor, die den letzten Teil der Rede geflissentlich überhört hatte. Ja, beide, natürlich, rief Rose. Je mehr, desto lustiger. Und ich bin sicher, wir werden alle Fröhlichkeit, die wir in dieses große, dunkle, düstere Zimmer mit seinen engen, vergitterten Fenstern und seinen grässlichen alten Möbeln nur mitnehmen können, bitter gebrauchen. Es sei denn, sie führt uns wieder in ihr Atelier. So gingen wir denn alle gemeinsam und die dürre alte Dienstmarkt, die uns die Tür öffnete, führte uns in ein Zimmer, wie es mir Rose als den äußeren Rahmen ihrer ersten Begegnung mit Mrs. Graham beschrieben hatte. Ein einigermaßen geräumiges und hohes Zimmer, das allerdings durch die altmodischen Fenster nur wenig Licht erhielt, mit einer Decke, Panelen und einer durch üppiges, doch nicht sehr geschmackvolles Schnitzwerk verzierten Kaminverkleidung aus düster wirkender schwarzer Eiche mit dazu passenden Tischen und Stühlen, einem alten, mit einer bunten Büchermischung bestückten Bücherschrank auf der einen Seite des Kamins und einem nicht mehr neuen Piano auf der anderen. Die Dame saß in einem steifen, hochlehnigen Armstuhl, hatte zur einen Seite ein rundes Tischchen, in dem sich ein Schreibpult und ein Handarbeitskörbchen befand, zur anderen ihren kleinen Jungen, der den Ellbogen auf ihr Knie gestützt dastand und ihr aus einem kleinen Buch, das sie auf dem Schoß liegen hatte, bewundernswert flüssig vorlas, während sie ihre Hand auf seiner Schulter ruhen ließ und Gedanken verloren mit den langen, welligen Locken spielte, die ihm in den elfenbeinfarbenen Nacken fielen. Die beiden zogen meine Aufmerksamkeit auf sich, bildeten sie doch einen wohltuenden Gegensatz zu den Gegenständen, die sie umgaben. Natürlich aber veränderten sie ihre Stellung sofort bei unserem Eintritt. Nur während der wenigen kurzen Augenblicke, als Rachel uns die Tür aufhielt, konnte ich dieses Bild betrachten. Ich glaube nicht, dass Mrs. Graham besonders begeistert war, uns zu sehen. Es lag etwas unbeschreiblich Abweisendes in ihrer ruhigen, gelassenen Höflichkeit, aber ich sprach nicht viel mit ihr. Nachdem ich mich in die Nähe des Fensters, etwas abseits von der Runde gesetzt hatte, rief ich Arthur zu mir, und er und ich und Sancho vergnügten uns sehr nett miteinander, während die beiden jungen Damen seine Mutter mit belanglosem Geplauder quälten und Fergus ihr gegenüber saß. Die Beine übereinander geschlagen und die Hände in den Hosentaschen, lehnte er sich in seinen Stuhl zurück und starrte bald auf die Decke, bald seiner Gastgeberin geradewegs ins Gesicht. In einer Art und Weise, die in mir große Lust aufkommen ließ ihn mit einem Fußtritt aus dem Zimmer zu befördern. Bald pfiff er leise ein paar Akte einer seiner Lieblingsmelodien vor sich hin, bald unterbrach er die Unterhaltung oder füllte eine Gesprächspause, wie es gerade so kam, mit irgendeiner äußerst impertinenten Frage oder Bemerkung, wie zum Beispiel, es erstaunt mich, Miss Graham, wie Sie sich ein solches baufälliges, wackeliges, altes Gebäude als Wohnsitz wählen konnten. Wenn Sie es sich schon nicht leisten können, das ganze Haus zu bewohnen und ausbessern zu lassen, warum haben Sie sich dann nicht ein schmuckes, kleines Cottage genommen? Vielleicht war ich zu stolz, Mr. Fergus, erwiderte sie lächelnd. Vielleicht habe ich an diesem romantischen, altmodischen Anwesen besonderen Gefallen gefunden. Aber es hat ja auch in der Tat viele Vorteile gegenüber einem Cottage. Erstens sind, wie Sie sehen, die Zimmer größer und luftiger, zweitens können die unbewohnten Gemächer, für die ich nicht bezahle, als Rumpelkommandinen, falls ich irgendetwas hineinzustellen habe. Und sie sind sehr nützlich für meinen kleinen Jungen, um an Regentagen, wenn er nicht nach draußen gehen kann, darin herumzutollen. Und dann gibt es einen Garten, in dem er spielen und ich arbeiten kann. Sie sehen, dass ich schon einige kleine Verbesserungen vorgenommen habe. Fuhr sie fort, wobei sie sich zum Fenster hinwandte. Dort, in jener Ecke, ist ein Beet mit Frühgemüse und hier blühen schon ein paar Schneeglöckchen und Primeln. Und da öffnet sich gerade ein gelber Krokus, den Sonnenstrahlen. Ja, wie können sie es bloß in einer solchen Lage aushalten, wo ihre nächsten Nachbarn zwei Meilen entfernt wurden und niemand hereinschaut oder vorbeikommt. Rose würde an einem solchen Ort ganz verrückt werden. Sie kann nicht leben, wenn sie nicht ein halbes Dutzend neuer Kleider und Hüte am Tage sieht. Nicht zu reden von den Gesichtern darunter. Aber sie könnten vielleicht den ganzen Tag lang an diesen Fenstern sitzen und Ausschau halten, ohne auch nur ein altes Weiblein zu erblicken, das seine Eier zum Markt trägt. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht gerade die Einsamkeit dieses Ortes war, die ihn mir vor allem empfahl. Ich finde kein Vergnügen daran, Leute am Fenster vorbeigehen zu sehen und ich lebe gern zurückgezogen. Oh, Sie könnten ebenso gut sagen, wir sollen uns alle um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern und sie in Ruhe lassen. Nein, mir liegt nichts an einem ausgedehnten Bekanntenkreis, aber wenn ich ein paar Freunde habe, freue ich mich natürlich, sie gelegentlich zu sehen. Niemand kann in dauernder Einsamkeit glücklich sein. Wenn Sie deshalb, Mr. Fergus, mein Haus als Freund betreten wollen, werde ich Sie willkommen heißen. Wenn nicht, so muss ich gestehen, es wäre mir lieber, Sie blieben weg. Darauf wandte sie sich ab und richtete einige Bemerkungen an Rose oder Eliza. Und Mrs. Graham, fing er fünf Minuten später wieder an, auf unserem Weg hier haben wir ein Problem erörtert, das Sie mühelos für uns lösen könnten, da es hauptsächlich Sie selbst betrifft. Wir reden uns nämlich oft über Sie, die Köpfe heiß, haben doch einige von uns nichts Besseres zu tun, als sich über die Angelegenheiten ihrer Nachbarn auszulassen. Und wir als waschechte Einheimische kennen uns schon so lange und haben schon so oft übereinander geredet, dass wir dieses Spiels vollständig überdrüssig sind. Und so bedeutet ein Fremder, der zu uns kommt, eine unschätzbare Bereicherung, da die Quellen unserer Unterhaltung schon längst versiegt sind. Also, die Frage oder die Fragen, die Sie beantworten sollen, halt doch den Mund, Fergis, rief Rose, die vor Besorgnis und Wut in heller Aufregung war. Ich will aber nicht. Die Fragen, die Sie beantworten sollen, sind folgende. Erstens, beziehen Sie sich auf Ihre Herkunft, Abstammung und Ihren früheren Wohnsitz. Einige wollen erfahren haben, dass Sie Ausländerin und einige, dass Sie Engländerin sind. Einige behaupten, dass Sie aus dem Norden des Landes und einige, dass Sie aus dem Süden stammen. Einige sagen, nun, Mr. Fergis, ich werde es Ihnen sagen. Ich bin Engländerin und ich begreife nicht, warum irgendjemand daran zweifeln sollte. Und ich bin auf dem Land geboren, und zwar weder im äußersten Norden noch im äußersten Süden unserer glücklichen Insel. Und auf dem Land habe ich mein Leben auch hauptsächlich verbracht. Und jetzt sind Sie hoffentlich zufriedengestellt, denn ich bin im Augenblick nicht gewillt, irgendwelche weiteren Fragen zu beantworten. Mit Ausnahme dieser. Nein, keine einzige mehr, lachte sie und indem sie unverzüglich von ihrem Platz aufstand, suchte sie bei dem Fenster zu Flucht, an dem ich saß, und aus purer Verzweiflung den Belästigungen meines Bruders zu entkommen, versuchte sie, mich ins Gespräch zu ziehen. Mr. Markham, sagte sie, wobei ihr schnelles Sprechen und ihr gerötetes Gesicht ihre innere Unruhe nur zu deutlich bekundeten. Haben Sie den schönen Blick aufs Meer vergessen, von dem wir vor einiger Zeit gesprochen haben? Ich glaube, ich muss Sie nun mit der Bitte behelligen, mir den kürzesten Weg zu diesem Punkt zu beschreiben, denn wenn dieses wunderschöne Wetter anhält, werde ich vielleicht einen Spaziergang dorthin machen und eine Zeichnung anfertigen können. Alle anderen Motive habe ich nun schon zur Genüge gemalt und ich sehne mich nach diesem Anblick. Ich war gerade dabei, ihrer Bitte nachzukommen, aber Rose wollte mich nicht weiterreden lassen. Oh, sag es ihr nicht, Gilbert, rief sie. Sie soll mit uns gehen. Ich vermute, es ist die Bucht, die Sie im Sinn haben, Mrs. Graham. Es ist ein sehr langer Spaziergang dorthin, zu weit für Sie und kommt für Arthur nicht in Frage, aber wir tragen uns mit dem Gedanken, an irgendeinem schönen Tag einen Picknick zu machen, um die Bucht zu sehen, und wenn Sie so lange warten wollen, bis die Schönwetterperiode kommt, werden wir uns alle freuen, sie bei uns zu haben. Die arme Mrs. Graham schaute ganz verzweifelt rein und versuchte, Ausreden vorzubringen, aber entweder aus Mitleid mit der Einsiedlerin oder weil ihr daran lag, die Bekanntschaft mit ihr zu pflegen, wollte Rose sie unbedingt dabei haben, und jeder Einwand wurde überstimmt. Man sagte ihr, es würde sich nur um eine kleine Gesellschaft handeln und um lauter Freunde, und den allerbesten Blick habe man von den Cliffs, die volle fünf Meilen entfernt seien. Für die Herren gerade ein hübscher Spaziergang, fuhr Rose fort, aber die Damen werden abwechselnd fahren und zu Fuß gehen, denn wir werden einen Ponywagen haben, der groß genug sein wird, daß Klein Arthur und drei Damen samt ihrem Zeichengerät und unserem Proviant Platz darin finden. So wurde in den Vorschlag schließlich eingewilligt, und nach weiterer kurzer Beratung über Zeitpunkt und Art des geplanten Ausflugs erhoben wir uns und nahmen Abschied. Aber es war erst März. Ein kalter, nasser April und zwei Wochen im Mai vergingen, ehe wir uns an unseren Ausflug wagen und dabei vernünftigerweise hoffen konnten, zu jenem Vergnügen zu kommen, daß wir in angenehmer Umgebung, fröhlicher Gesellschaft, frischer Luft, ausgelassener Stimmung und körperlicher Bewegung suchten, ohne dabei durch schlechte Straßenverhältnisse, kalte Winde oder dräuende Wolken beeinträchtigt zu werden. Dann, an einem herrlichen Morgen, sammelten wir unsere Truppen und rückten aus. Die Gesellschaft bestand aus Mrs. Graham und dem kleinen Mr. Graham, Mary und Eliza Millward, Jane und Richard Wilson, sowie Rose, Fergus und Gilbert Markham. Mr. Lawrence war eingeladen worden, sich uns anzuschließen, aber aus irgendeinem Grund, den er wohl selbst am besten kannte, hatte er uns seine Gesellschaft versagt. Ich selbst hatte ihn dringend gebeten, uns zu beehren. Als ich ihn so anging, zögerte er und fragte, wer mitkäme. Nachdem ich neben den übrigen auch Miss Wilson genannt hatte, schien er schon fast geneigt, mitzugehen, aber als ich Mrs. Graham erwähnte, in der Meinung, dies könnte ein weiterer Anreiz sein, hatte es anscheinend den gegenteiligen Effekt und er lehnte rundheraus ab und, um die Wahrheit zu gestehen, diese Entscheidung war mir gar nicht unangenehm, obwohl ich dir kaum hätte sagen können, warum. Es war um die Mittagszeit, als wir unseren Bestimmungsort erreichten. Mrs. Graham ging den ganzen Weg zu den Klippen zu Fuß und auch Klein Arthur marschierte den größeren Teil desselben mit, denn er war nun viel ausdauernder und lebhafter als zu dem Zeitpunkt, da er in unsere Gegend gekommen war und er mochte nicht mit Fremden in der Kutsche sitzen, während alle seine vier Freunde, Mama und Sancho und Mr. Markham sowie Miss Millward weit dahinter zu Fuß kamen oder über ferne Felder und Wege liefen. Ich habe sehr angenehme Erinnerungen an diesen Spaziergang entlang der harten, weißen, sonnenbeschienenen Straße, die hier und da von strahlend grünen Bäumen beschattet und vom Blumenrein und köstlich duftenden blühenden Hecken geziert war oder durch reizende Felder und Wiesen, die alle in die süße Blütenpracht und das leuchtende Grün des Wonnemonats Mai getaucht waren. Elisa freilich ging nicht an meiner Seite, aber war, wie ich fest annahm, bei ihren Freundinnen im Ponywagen ebenso glücklich wie ich. Und sogar, wenn wir Fußgänger, weil wir wegen einer Abkürzung durch die Felder die Straße verlassen hatten, die kleine Kutsche nur noch von Weitem sahen, wie sie inmitten der grünen bergenden Bäume verschwand, regte sich in mir kein Hass gegen diese Bäume, weil sie mir die Sicht auf das liebe Häubchen und Schultertuch versperrten, und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass all das, was ich zwischen uns schob, meinem Glück im Wege stände, denn, um die Wahrheit zu sagen, ich war zu glücklich in der Gesellschaft Mrs. Grahams, um die Abwesenheit Elisa Millwards zu bedauern. Allerdings war die Erstgenannte anfangs auf geradezu beleidigende Weise reserviert, wie es schien, entschlossen, mit niemandem zu reden als mit Mary Millward und Arthur. Sie und Mary wanderten gemeinsam dahin, gewöhnlich das Kind zwischen sich, aber wo es die Straße erlaubte, ging ich stets an ihrer anderen Seite, während Richard Wilson, die von Miss Millward übernahm, und Fergus umherschweifte, ganz wie ihm gerade der Sinn stand, und nach einer Weile wurde sie freundlicher und schließlich gelang es mir, ihre Aufmerksamkeit fast ganz für mich in Anspruch zu nehmen und dann war ich wirklich glücklich, denn wann immer sie sich zu einem Gespräch herabließ, hörte ich ihr gern zu. Wo ihre Ansichten und Empfindungen mit den meinen übereinstimmten, begeisterten mich ihr gesunder Menschenverstand, ihr ausgezeichneter Geschmack und ihr Einfühlungsvermögen. Wo sie voneinander abwichen, erregten dennoch ihre kompromisslose Kühnheit im Eingeständnis oder der Verteidigung dieser abweichenden Meinung, ihre Ernsthaftigkeit und ihr Scharfsinn mein Interesse. Und selbst, wenn sie mich durch ihre unfreundlichen Worte oder Blicke und ihre ungnädigen Schlüsse hinsichtlich meiner Person erzürnte, machte es mich nur um so unzufriedener mit mir selbst, weil ich einen so ungünstigen Eindruck auf sie hinterlassen hatte und um so begieriger, meinen Charakter und meine Wesensart vor ihr Recht zu fertigen und, wenn möglich, ihre Achtung zu gewinnen. Schließlich war unser Spaziergang zu Ende. Die immer steiler und höher werdenden Hügel hatten uns eine Zeit lang die Aussicht versperrt, aber als wir den Gipfel einer steil ansteigenden Anhöhe erklommen und nach unten schauten, öffnete sich das Gelände vor uns und das blaue Meer lag plötzlich zu unseren Füßen. Tief-Ultramarin, nicht völlig windstill, sondern von leuchtenden Schaumkronen bedeckt, winzige weiße Pünktchen huschten auf seiner Tiefe hin und her und waren kaum vom schärfsten Auge zu unterscheiden. Kleine Seemöwen, die sich darüber tummelten, die weißen Flügel im Sonnenschein funkelnd. Nur ein paar Schiffe waren zu sehen und auch die weit weg. Ich schaute zu meiner Begleiterin hin, um zu sehen, wie sie diese grandiose Szenerie aufnahm. Sie sagte nichts, sondern stand still da und richtete ihre Augen mit einem Blick auf das Meer, der mir die Gewissheit gab, dass sie nicht enttäuscht war. Sie hatte sehr schöne Augen, nebenbei bemerkt. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon geschrieben habe, aber sie waren seelenvoll, groß, klar und beinahe schwarz, nicht braun, sondern von einem tiefen Dunkelgrau. Eine kühle, belebende Brise blies vom Meer her, mild, rein, wohltuend. Sie fuhr durch ihre herabfallenden Ringellocken und gab ihren gewöhnlich allzufahlen Lippen und Wangen eine lebhaftere Farbe. Sie spürte ihre anregende Wirkung und ich ebenso. Ich fühlte, wie sie durch meinen Körper prickelte, wagte aber nicht, mich ihr hinzugeben, solange sie so ruhig blieb. Es lag ein Ausdruck von gedämpfter Heiterkeit in ihrem Gesicht, der fast in ein Lächeln des begeisterten Einverständnisses überging, als ihr Auge dem Meinen begegnete. Nie hatte sie so reizend ausgesehen, nie war mein Herz so innig an ihr gehangen wie jetzt. Wären wir zwei Minuten länger hier allein gestanden, ich hätte mich für das Weitere nicht verbürgen können. Zum Glück für Besonnenheit, ja vielleicht für mein Vergnügen während des restlichen Tages, wurden wir gleich darauf zum Essen gerufen. Eine recht anständige Mahlzeit, die Rose unter Mitwirkung von Miss Wilson und Eliza, die, da sie sich mit ihr den Platz in der Kutsche geteilt hatten, etwas vor den anderen angekommen waren, auf einer Bodenerhebung angerichtet hatten, von der aus man das Meer überblicken konnte und die durch einen vorspringenden Felsen und überhängende Bäume vor der stechenden Sonne geschützt war. Mrs. Graham setzte sich in einem ziemlichen Abstand von mir. Eliza war meine unmittelbare Nachbarin. Auf ihre sanfte, unaufdringliche Art bemühte sie sich zu gefallen und war ohne Zweifel so faszinierend und bezaubernd wie eh und je, wenn ich es nur hätte empfinden können. Aber bald begann sich mein Herz wieder für sie zu erwärmen und wir waren, soweit ich sehen konnte, alle recht fröhlich und glücklich miteinander während des geselligen Mahls. Ich schaute zu meiner Begleiterin hin, um zu sehen, wie sie diese grandiose Szenerie aufnahm. Sie sagte nichts, sondern stand still da und richtete ihre Augen mit einem Blick auf das Meer, der mir die Gewissheit gab, dass sie nicht enttäuscht war. Sie hatte sehr schöne Augen, nebenbei bemerkt. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon geschrieben habe, aber sie waren seelenvoll, groß, klar und beinahe schwarz, nicht braun, sondern von einem tiefen Dunkelgrau. Eine kühle, belebende Brise blies vom Meer her, mild, rein, wohltuend. Sie fuhr durch ihre herabfallenden Ringellocken und gab ihren gewöhnlich allzufahlen Lippen und Wangen eine lebhaftere Farbe. Sie spürte ihre anregende Wirkung und ich ebenso. Ich fühlte, wie sie durch meinen Körper prickelte, wagte aber nicht, mich ihr hinzugeben, solange sie so ruhig blieb. Es lag ein Ausdruck von gedämpfter Heiterkeit in ihrem Gesicht, der fast in ein Lächeln des begeisterten Einverständnisses überging, als ihr Auge dem Meinen begegnete. Nie hatte sie so reizend ausgesehen, nie war mein Herz so innig an ihr gehangen wie jetzt. Wären wir zwei Minuten länger hier allein gestanden, ich hätte mich für das Weitere nicht verbürgen können. Zum Glück für Besonnenheit, ja vielleicht für mein Vergnügen während des restlichen Tages, wurden wir gleich darauf zum Essen gerufen. Eine recht anständige Mahlzeit, die Rose unter Mitwirkung von Miss Wilson und Eliza, die, da sie sich mit ihr den Platz in der Kutsche geteilt hatten, etwas vor den anderen angekommen waren, auf einer Bodenerhebung angerichtet hatten, von der aus man das Meer überblicken konnte und die durch einen vorspringenden Felsen und überhängende Bäume vor der stechenden Sonne geschützt war. Mrs. Graham setzte sich in einem ziemlichen Abstand von mir. Eliza war meine unmittelbare Nachbarin. Auf ihre sanfte, unaufdringliche Art bemühte sie sich zu gefallen und war ohne Zweifel so faszinierend und bezaubernd wie eh und je, wenn ich es nur hätte empfinden können. Aber bald begann sich mein Herz wieder für sie zu erwärmen und wir waren, soweit ich sehen konnte, alle recht fröhlich und glücklich miteinander während des geselligen Mahls. Als es beendet war, rief Rose Fergus zu sich, damit er ihr helfe, die Reste, Teller, Messer und so weiter einzusammeln und wieder in den Körben zu verstauen. Und Mrs. Graham nahm ihren Klappstuhl und ihre Zeichensachen und nachdem sie Miss Millbord gebeten hatte, auf ihren kostbaren Sohn aufzupassen und diesem strikt eingeschärft hatte, sich nicht von der Seite seiner neuen Beschützerin zu rühren, verließ sie uns und ging auf dem steilen, steinigen Hügel weiter zu einer etwas entfernten, höheren, abschüssigeren Stelle, die eine noch schönere Aussicht versprach. Sie zog es vor, dort zu zeichnen, obwohl ihr einige der Damen sagten, es sei ein schrecklicher Ort und ihr rieten, es nicht zu wagen. Als sie weg war, hatte ich das Gefühl, als sei es nun mit der Kurzweil vorbei, obwohl sie schwer sagen lässt, was sie eigentlich zu der Ausgelassenheit der Gesellschaft beigetragen hatte. Kein Witz, kein Lachen war ihr über die Lippen gekommen, aber ihr Lächeln hatte mich fröhlich gestimmt. Eine treffende Bemerkung oder ein heiteres Wort von ihr hatten meine fünf Sinne geschärft und allem, was die anderen taten und sagten, ein gewisses Interesse verliehen. Selbst meine Unterhaltung mit Eliza war durch ihre Gegenwart belebt worden, obgleich ich es nicht begreifen konnte. Und nun, da sie gegangen war, amüsierte mich Elizas ausgelassener Unsinn nicht mehr, ja, ging mir regelrecht auf die Nerven und ich wurde es leid, sie zu unterhalten. Ich fühlte mich unwiderstehlich zu jenem fernen Punkt hingezogen, wo die schöne Künstlerin saß und ihrer einsamen Beschäftigung nachging und ich bemühte mich nicht lange, der Anziehung zu widerstehen. Während meine kleine Nachbarin gerade ein paar Worte mit Miss Wilson wechselte, stand ich auf und stahl mich unbemerkt davon. Ein paar eilige Schritte und etwas beherztes Klettern brachten mich bald zu der Stelle, wo sie saß. Ein schmaler Felssims am äußersten Rand der Klippe, die in einem jähen Absturz direkt zum felsigen Strand hin abfiel. Sie hörte mich nicht kommen. Als mein Schatten auf ihr Papier fiel, versetzte ihr das an den elektrischen Schlag und sie schaute sich hastig um. Jede andere Dame aus meiner Bekanntschaft hätte bei einem solch plötzlichen Schreck laut aufgeschrien. Oh, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Warum haben Sie mich so erschreckt? sagte sie etwas gereizt. Ich hasse es, wenn man mich so plötzlich überfällt. Warum? Für wen haben Sie mich denn gehalten? sagte ich. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie so schwache Nerven haben, wäre ich vorsichtiger gewesen, aber schon gut, machen Sie sich nichts daraus. Weswegen sind Sie denn gekommen? Kommen nun etwa alle? Nein, dieser kleine Sims könnte Sie wohl kaum alle aufnehmen. Da bin ich aber froh, denn ich habe das Reden satt. Nun, dann werde ich also nicht reden. Ich werde nur da sitzen und Ihnen beim Zeichnen zuschauen. Oh, aber Sie wissen doch, dass ich das nicht mag. Dann werde ich mich damit begnügen, diese wunderbare Aussicht zu bewundern. Sie machte keine Einwendungen dagegen und zeichnete eine Weile still vor sich hin. Aber ich konnte nicht umhin, ab und zu verstohlen, einen Blick von der herrlichen Aussicht zu unseren Füßen auf die elegante weiße Hand zu lenken, die den Bleistift hielt und auf den anmutigen Nacken und die glänzenden rabenschwarzen Locken, die auf das Papier herabfielen. Wenn ich jetzt nur, dachte ich bei mir, einen Bleistift und ein Stück Papier hätte, könnte ich eine reizendere Skizze anfertigen als die ihre. Vorausgesetzt natürlich, ich hätte die Fähigkeit, naturgetreu abzuzeichnen, was ich vor mir sehe. Doch obwohl mir diese Genugtuung versagt blieb, war ich schon vollauf zufrieden, dort neben ihr zu sitzen und nichts zu sagen. Sind Sie noch da, Mr. Markem? sagte sie schließlich und drehte sich nach mir um, denn ich saß etwas hinter ihr auf einem bemusten Vorsprung der Klippe. Warum gehen Sie nicht weg und amüsieren sich mit Ihren Freunden? Weil ich ihrer müde bin wie Sie und ich werde morgen oder irgendwann später immer noch genug von Ihnen haben. Aber Sie zu sehen, werde ich vielleicht wer weiß, wie lange nicht mehr das Vergnügen haben. Was hat denn Arthur gemacht, als Sie weggingen? Er war bei Miss Millward, wo Sie ihn gelassen haben. Ganz in Ordnung, hoffte aber, Mama werde nicht lange wegbleiben. Übrigens, mir haben Sie ihn nicht anvertraut, murrte ich, obwohl ich die Ehre einer viel längeren Bekanntschaft hatte. Aber Miss Millward beherrscht die Kunst, Kinder zu beschwichtigen und zu unterhalten, setzte ich gleichgültig hinzu, wenn sie auch sonst zu nichts Nütze ist. Miss Millward hat viele schätzenswerten Eigenschaften, die wahrzunehmen oder zu würdigen man von jemandem wie Ihnen nicht erwarten kann. Wollen Sie Arthur ausrichten, dass ich in ein paar Minuten kommen werde? Wenn das der Fall ist, will ich mit Ihrer Erlaubnis warten, bis diese paar Minuten vorüber sind, und dann kann ich Ihnen helfen, den schwierigen Pfad hier hinabzusteigen. Danke. In solchen Situationen komme ich ohne Hilfe immer am besten zurecht. Aber ich kann doch wenigstens Ihren Hocker und Ihr Skizzenbuch tragen. Diese Gunst verwehrte sie mir nicht, doch ich war ziemlich gekränkt über ihren offensichtlichen Wunsch, mich loszuwerden, und begann gerade, meine Hartnäckigkeit zu bereuen, als sie mich etwas besänftigte, indem sie meinen Geschmack und mein Urteil über irgendein zweifelhaftes Detail in ihrer Zeichnung konsultierte. Meine Meinung fand glücklicherweise ihre Zustimmung und die Verbesserung, die ich vorschlug, wurde ohne Zögern angenommen. Ich habe mich oft vergebens danach gesehnt, sagte sie, das Urteilsvermögen eines anderen in Anspruch nehmen zu können, wenn ich meinen Augen und meinem Verstand nicht so recht vertrauen konnte, nachdem sie so lange mit der Betrachtung eines einzigen Gegenstandes beschäftigt gewesen waren, dass sie fast die Fähigkeit verloren hatten, eine angemessene Vorstellung darüber zu bilden. Das, erwiderte ich, ist nur eines der Übel, denen uns ein Leben in Einsamkeit aussetzt. Es stimmt, sagte sie, und wir verfielen wieder in Schweigen. Nach etwa zwei Minuten jedoch erklärte sie ihre Zeichnung für beendet und klappte das Buch zu. Als wir zum Ort unseres Picknicks zurückkehrten, stellten wir fest, dass die ganze Gesellschaft ihn bereits verlassen hatte, mit Ausnahme von dreien, Mary Millward, Richard Wilson und Arthur Graham. Der jüngere Herr lag in tiefem Schlaf versunken da, den Kopf in den Schoß der Dame gebettet. Der andere saß neben ihr, eine Taschenbuchausgabe irgendeines Klassikers in der Hand. Er ging niemals irgendwo hin ohne einen solchen Begleiter, mit dem er seine Musestunden verschönern konnte. Jede Minute schien ihm verloren, die nicht dem Studieren gewidmet oder aufgrund seiner physischen Natur zur bloßen Lebenserhaltung unumgänglich nötig war. Selbst jetzt konnte er sich nicht dem Genuß dieser reinen Luft und des milden Sonnenscheins hingeben, jener herrlichen Aussicht und den beruhigenden Geräuschen der Musik der Wellen und des sanften Windes in den schützenden Bäumen über ihm, nicht einmal mit einer Dame an seiner Seite, wenn auch einer nicht sehr charmanten, wie ich einräumen will. Selbst hier also mußte er sein Buch herausziehen, um seine Zeit bestmöglich auszunützen, während er die bescheidene Mahlzeit verdaute und seine müden Glieder ausruhte, die so viel körperliche Bewegung im Freien nicht gewohnt waren. Vielleicht jedoch erübrigte er auch ab und zu einen Moment, um mit seiner Begleiterin ein Wort oder einen Blick zu wechseln. Jedenfalls schien sie über sein Verhalten überhaupt nicht verärgert zu sein, denn auf ihren reizlosen Zügen lag ein Ausdruck von ungewöhnlicher Heiterkeit und innerer Ruhe und als wir kamen, war sie mit großem Wohlwollen in die Betrachtung seines bleichen, nachdenklichen Gesichts versunken. Die Heimreise war durchaus nicht so angenehm für mich wie der erste Teil des Tages, denn nun saß Mrs. Graham in der Kutsche und Eliza Millward war meine Weggefährtin. Sie hatte bemerkt, wie ich die junge Witwe bevorzugte und fühlte sich augenscheinlich vernachlässigt. Sie tat ihren Kummer indes nicht durch scharfe Vorwürfe, bittere Sarkasmen oder schmollendes mürrisches Schweigen kund, Verhaltensweisen, von denen ich jede einzelne oder alle zusammen leicht hätte ertragen oder mit Lachen übergehen können, sondern sie gab ihn durch eine Art von sanfter Melakolie, einer milden, vorwurfsvollen Traurigkeit zu erkennen, die mir in der Seele wehtat. Ich versuchte, sie aufzuheitern und allem Anschein nach gelang mir das auch bis zu einem gewissen Grad, ehe der Spaziergang vorüber war. Aber während ich das tat, verspürte ich Gewissensbisse, da ich ja wußte, dass das Band früher oder später durchtrennt werden mußte und dies nur hieß, falsche Hoffnungen zu nähren und den schlimmen Tag hinauszuschieben. Als der Ponywagen sich Wildfell Hall so weit genähert hatte, wie es die Straße zuließ, es sei denn freilich, er wäre den langen Holperpfad hinaufgefahren, was Mrs. Graham nicht erlauben wollte, stiegen die junge Witwe und ihr Sohn aus, sodass Rose die Zügel übernahm. Und ich überredete Eliza, den Platz des Jungen einzunehmen. Nachdem ich sie bequem in der Kutsche untergebracht, sie gebeten hatte, sich vor der Abendluft in Acht zu nehmen und ihr freundlich gute Nacht gewünscht hatte, fühlte ich mich erheblich erleichtert und beeilte mich, Mrs. Graham meine Dienste anzubieten, um ihre Gerätschaften die Felder hinauf zu tragen. Aber sie hatte sich bereits ihren Klappstuhl über den Arm gehängt und ihr Skizzenbuch in die Hand genommen und bestand darauf, sich hier auf der Stelle von mir und der übrigen Gesellschaft zu verabschieden. Aber diesmal lehnte sie meine angebotene Hilfe auf eine so nette und freundliche Weise ab, dass ich ihr fast verziehe. Kapitel 8 Das Geschenk Sechs Wochen waren vergangen. Es war ein strahlender Morgen gegen Ende Juni, das Heu zum Großteil geschnitten und nun, da sich nach dem Regen der letzten Woche endlich schönes Wetter eingestellt hatte, wollte ich es unbedingt so gut wie möglich nutzen und hatte deshalb alle Arbeitskräfte auf der gemähten Wiese zusammengerufen und arbeitete selbst mitten unter ihnen. An der Spitze einer stattlichen Schar von Knechten und Tagelöhnern raffte ich in Hemdsärmeln einen leichten, schattenspendenden Strohhut auf dem Kopf, armweise feuchtes, dampfendes Gras auf und schüttelte es in alle vier Himmelsrichtungen aus und wollte so von morgens bis in die Nacht weiterarbeiten, mit ebenso großem Eifer und ausdauerndem Fleiß, wie ich von einem jeden von ihnen erwarten konnte, sowohl, um durch eigene Anstrengung zum Gelingen beizutragen, als auch, um die Arbeiter durch mein Beispiel anzufeuern, als, siehe da, meine Vorsätze von einem Augenblick auf den anderen über den Haufen geworfen wurden, schlicht und einfach durch die Tatsache, daß mein Bruder zu mir gerannt kam und mir ein kleines Päckchen in die Hand drückte, das gerade aus London eingetroffen, ich seit einiger Zeit erwartet hatte. Ich riß die Verpackung auf und brachte eine elegante Taschenausgabe von Marmion zum Vorschein. Ich glaube, ich weiß, für wen das ist, sagte Fergus, der daneben stand, während ich den Band mit Wohlgefallen durchsah. Das ist bestimmt für Eliza Meloart. Er sagte das mit einem so siebengescheinten Tonfall und Blick, daß ich mich freute, ihm widersprechen zu können. Du irrst dich, mein Junge, sagte ich, wobei ich meine Jacke aufhob, das Buch in eine ihrer Taschen steckte und sie, die Jacke meine ich, dann anzog. Komm jetzt her, du fauler Hund, und mach dich einmal nützlich. fuhr ich fort. Zieh deine Jacke aus und nimm meinen Platz auf dem Feld ein, bis ich wiederkomme. Bis du wiederkommst? Und wo gehst du jetzt hin, wenn ich fragen darf? Egal wohin, das Wann ist alles, was dich angeht, und ich werde bis zum Essen zurück sein, spätestens. Oh, und ich soll so lange schuften, nicht wahr? Und obendrein auch alle diese Burschen zur Arbeit anhalten? Na schön. Ich fühle mich ja schon, für dieses eine Mal gewissermaßen. Also los, meine Freunde, aufgepasst, ich komme jetzt, um euch zu helfen. Und verflucht sei der Mann oder die Frau, der auch nur einen Augenblick lang nichts tut, ob er nun in die Gegend starrt, sich den Kopf kratzt oder die Nase putzt. Kein Vorwand wird ihm nützen. Nichts als Arbeit, Arbeit, Arbeit im Schweiß eures Angesichts. Und so weiter und so weiter und so weiter. Indem ich ihn so auf die Leute einreden ließ, mehr zu deren Belustigung als Erbauung, kehrte ich nach Hause zurück, und nachdem ich an meiner äußeren Erscheinung einige Veränderungen vorgenommen hatte, eilte ich das Buch in meiner Jackentasche nach Wildfell Hall, denn es war für Mrs. Grahams Bücherschrank bestimmt. Was denn? Wart ihr, sie und du schon auf so vertrautem Fuße, dass es zum Austausch von Geschenken kam? Nicht direkt, du alter Draufgänger. Dies war mein erstes Experiment in dieser Hinsicht, und ich war sehr gespannt auf das Ergebnis. Wir hatten uns seit dem Ausflug zur Bucht mehrere Male getroffen, und ich hatte den Eindruck gehabt, sie sei dem Umgang mit mir nicht abgeneigt, vorausgesetzt, ich beschränkte mich im Gespräch auf die Erörterung abstrakter Dinge oder Themen von allgemeinem Interesse. Sobald ich auf Gefühle zu sprechen kam oder etwas Schmeichelhaftes sagte, oder meinen Worten oder Blicken nur im geringsten den Anstrich von Zärtlichkeit gab, wurde ich nicht nur durch einen sofortigen Wandel in ihrem momentanen Benehmen bestraft, sondern dazu verurteilt, sie abweisender und distanzierter, um nicht zu sagen unzugänglich zu finden, wenn ich mich das nächste Mal um ihre Gesellschaft bemühte. Dieser Umstand beunruhigte mich jedoch nicht übermäßig, weil ich ihnen nicht so sehr eine Abneigung gegenüber meiner Person zuschrieb, als vielmehr eine Art kategorischer Entschlossenheit gegen eine zweite Ehe, die sich bereits vor der Zeit unserer Bekanntschaft herausgebildet hatte, ob nun aufgrund übertriebener Liebe zu ihrem verstorbenen Mann oder weil sie genug von ihm und dem Ehestand überhaupt hatte. Zuerst nämlich hatte es ihr anscheinend Vergnügen bereitet, mich in meiner Eitelkeit zu kränken und mir meine Dünkel auszutreiben, indem sie Knospe für Knospe, so wie sie zu treiben wagten, unbarmherzig im Keime erstickte. Und ich gestehe, damals war ich tief gekränkt, wenn auch gleichzeitig gereizt, nach Rache zu suchen. Aber in jüngster Zeit, da sie zweifellos merkte, dass ich nicht jener hohlköpfige Gag war, für den sie mich anfangs gehalten hatte, wies sie meine bescheidenen Annäherungsversuche in gänzlich veränderter Haltung zurück. Es war eine Art ernsten, fast kummervollen Missfallens, das zu erwecken, ich bald sorgfältig zu vermeiden lernte. Lass mich nur erst meine Stellung als Freund fest verankern, dachte ich, ihrem Sohn ein Beschützer und Spielgefährte und ihr selbst ein bescheidener, zuverlässiger, redlicher Freund sein, und dann, wenn ich mich für ihre Annehmlichkeit und Freude im Leben so recht unentbehrlich gemacht habe, wie ich es zu können glaube, werden wir sehen, was als nächstes zu erreichen ist. So redeten wir über Malerei, Dichtung und Musik, über Theologie, Geologie und Philosophie. Ein paar Mal lieh ich ihr ein Buch und einmal lieh sie mir eines dafür. Ich traf sie auf ihren Spaziergängen, so oft ich konnte. Ich kam zu ihrem Haus, so oft ich es mich getraute. Mein erster Vorwand, in das Heiligtum einzudringen, bestand darin, dass ich Arthur ein kleines watschelndes Hündchen brachte, dessen Vater Sancho war, und dass das Kind ganz unbeschreiblich entzückte und infolgedessen auch seiner Mama angenehm sein mußte. Um einen zweiten Vorwand zu haben, brachte ich ihm ein Buch, das ich, da ich wußte, wie heikel seine Mutter war, sorgfältig ausgesucht hatte und das ich ihr zur Genehmigung vorlegte, bevor ich es ihm schenkte. Danach brachte ich ihr im Namen meiner Schwester ein paar Setzlinge für ihren Garten, nachdem ich zuvor Rose überredet hatte, sie ihr zu schicken. Jedes Mal fragte ich dabei nach dem Bild, das sie nach der auf der Klippe angefertigten Skizze malte, und ich wurde ins Atelier eingelassen und um meine Meinung oder meinen Rat bezüglich seiner Fortschritte gebeten. Mein letzter Besuch hatte der Rückgabe des Buches gegolten, das sie mir geliehen hatte, und da geschah es auch, daß sie, als wir zufällig über die Dichtung Sir Walter Scotts sprachen, den Wunsch ausdrückte, Marmion kennenzulernen, und ich hatte den vermessenen Gedanken gefasst, es ihr zu schenken, und nachdem ich wieder zu Hause angelangt war, bestellte ich sogleich den hübschen kleinen Band, den ich heute Morgen erhalten hatte. Aber mein Eindringen in die Einsiedelei bedurfte noch immer einer Rechtfertigung. So hatte ich mir ein blaues Lederhalsband für Arthurs kleinen Hund beschafft, und nachdem dieses überreicht und angenommen worden war, und zwar mit viel mehr Freude und Dankbarkeit auf Seiten des Empfängers, als es der Wert des Geschenks oder das selbstsüchtige Motiv des Gebers verdienten, wagte ich Mrs. Graham um einen weiteren Blick auf das Bild zu bitten, falls es dennoch da wäre. Oh ja, kommen Sie herein, sagte sie, denn ich hatte die beiden im Garten getroffen. Es ist fertig und gerahmt, es steht bereit zum Verschicken, aber sagen Sie mir noch einmal Ihre Meinung, und wenn Sie noch eine weitere Verbesserung vorschlagen können, soll sie zumindest berücksichtigt werden. Das Bild war auffallend schön, es war genau dieselbe Szene wie von Zauberhand auf die Leinwand übertragen, aber ich brachte meine Anerkennung vorsichtig und in wenigen Worten zum Ausdruck, aus Angst, ihr Missfallen zu erregen. Sie jedoch beobachtete meine Blicke aufmerksam, und ihr Künstlerstolz war zweifellos befriedigt, meine tief empfundene Bewunderung in meinen Augen zu lesen. Aber während ich auf das Bild starrte, dachte ich an das Buch und fragte mich, wie ich es übergeben sollte. Mir sank der Mut. Doch ich war entschlossen, kein solcher nah zu sein, der weg geht, ohne einen Versuch gemacht zu haben. Es war zwecklos, auf eine günstige Gelegenheit zu warten und zwecklos, sich eine Rede dafür auszudenken. Je offener und natürlicher die Sache erledigt wurde, desto besser, dachte ich bei mir. So schaute ich kurz aus dem Fenster, um mir ein Herz zu fassen, und dann zog ich das Buch heraus, wandte mich um und legte es ihr mit folgender, kurzer Erklärung in die Hand. Sie haben sich doch gewünscht, Marmion kennenzulernen, Mrs. Graham, und hier ist es, wenn Sie so freundlich sein möchten, es anzunehmen. Eine jähe Röte überzog ihr Gesicht, vielleicht eine schames Röte aus Mitgefühl für eine so linkische Art des Schenkens. Ernst sah sie sich den Band von beiden Seiten an, blätterte dann schweigend darin herum, wobei sie eine Weile nachdenklich die Stirn runzelte, hierauf klappte sie das Buch zu und fragte, den Blick auf mich richtend, seelenruhig nach seinem Preis. Ich spürte, wie mir das Blut heiß ins Gesicht schoss. »Es tut mir leid, Sie zu verletzen, Mr. Markham«, sagte sie, »aber wenn ich nicht für das Buch zahle, kann ich es nicht nehmen.« Und sie legte es auf den Tisch. »Warum denn nicht?« »Weil«, sie hielt inne und starrte auf den Teppich. »Warum nicht?« wiederholte ich derartig gereizt, dass sie erschrocken den Blick zu mir hob und mir unverwandt ins Gesicht sah. »Weil ich keine Verpflichtungen eingehen möchte, die ich nie tilgen kann, und ich bin Ihnen schon für Ihre Güte gegenüber meinem Sohn verpflichtet. Aber seine dankbare Zuneigung und Ihr eigenes Wohlwollen müssen Sie dafür entschädigen.« »Blödsinn«, stieß ich aus. Erneut richtete sie ihre Augen auf mich mit einem Ausdruck ruhigen, ernsten Erstaunens, der wie ein Vorwurf wirkte, ob er nun so gemeint war oder nicht. »Dann wollen Sie also das Buch nicht nehmen?« fragte ich sanfter, als ich bisher gesprochen hatte. »Ich werde es mit Freude nehmen, wenn Sie es mich bezahlen lassen.« Ich nannte ihr den genauen Preis und außerdem noch die Versandkosten, so gelassen ich nur konnte, denn ich war wirklich nahe daran, vor Enttäuschung und Ärger zu weinen. Sie zog ihre Geldbörse hervor und zählte kaltblütig das Geld hin, zögerte aber, es mir in die Hand zu drücken. Sie betrachtete mich aufmerksam und bemerkte mit einschmeichelnder Sanftheit in der Stimme, »Sie sind jetzt gewiss gekränkt, Mr. Markham. Ich wünschte, ich könnte Ihnen verständlich machen, dass ich...« »Oh, ich verstehe vollkommen«, sagte ich. »Sie denken, wenn Sie jetzt diese Kleinigkeit von mir annehmen, könnte ich später einmal darauf pochen. Aber Sie irren sich. Wenn Sie mir nur den Gefallen tun, es zu nehmen, werde ich, glauben Sie mir, keinerlei Hoffnung darauf bauen und dies nicht als einen Präzedenzfall für künftige Gunstbeweise betrachten. Und es ist Unsinn, davon zu reden, dass Sie Verpflichtungen mir gegenüber eingehen, wo Sie doch wissen müssten, dass in einem solchen Fall die Verpflichtung ganz auf meiner Seite liegt, die Gunst auf der Ihren.« »Gut, dann werde ich Sie also beim Wort nehmen,« antwortete sie mit einem ausgesprochen engelhaften Lächeln und tat das verhasste Geld in Ihre Börse zurück. »Aber denken Sie daran.« »Ich will daran denken, was ich gesagt habe, aber strafen Sie meine Anmaßung nicht dadurch, dass Sie mir Ihre Freundschaft vollständig entziehen und von mir erwarten, dafür zu büßen, indem ich mich noch ferner von Ihnen halte als vorher,« sagte ich und streckte ihr die Hand hin, um Abschied zu nehmen, denn ich war innerlich zu erregt, um noch länger zu bleiben. »Nun gut, lassen Sie uns einander das sein, was wir waren,« erwiderte sie, indem sie ihre Hand freimütig in die meine legte. »Und wie ich sie so hielt, hatte ich große Mühe, dem Wunsch zu widerstehen, sie an meine Lippen zu pressen. Aber dies wäre selbstmörderischer Wahnsinn gewesen. Ich war schon vorwegen genug gewesen, und dieses vorschnelle Anerbieten hatte meinen Hoffnungen ja ohnehin fast den Todesstoß versetzt. Mit aufgewühltem Herzen und glühendem Kopf eilte ich heimwärts, achtete nicht auf die sengende Mittagssonne, vergaß alles außer derjenigen, die ich eben verlassen hatte, bedauerte nichts außer ihrer Unnahbarkeit und meiner eigenen Voreiligkeit und meinen Mangel an Taktgefühl, fürchtete nichts außer ihrer verhassten Entschlossenheit und meiner Unfähigkeit, sie zu überwinden, hoffte nichts, doch Schluss damit. Ich will dich mit meinen widerstreitenden Hoffnungen und Ängsten, meinen ernsthaften Überlegungen und Vorsätzen nicht langweilen. Kapitel 9 Eine geheime Feindin Obwohl man nun hätte sagen können, dass meine Gefühle für Eliza Millbord deutlich erkaltet waren, gab ich meine Besuche im Pfarrhaus nicht vollständig auf, weil ich sie schonend auf die bevorstehende Trennung vorbereiten wollte, ohne viel Kummer zu erregen oder mir großen Unmut zuzuziehen und selbst zum Gegenstand des Dorfklatsches zu werden. Und wenn ich mich gänzlich ferngehalten hätte, wäre der Pfarrer, der meine Besucher als hauptsächlich, wenn ich ganz und gar ihm geltend betrachtete, wegen dieser Vernachlässigung bestimmt beleidigt gewesen. Aber, als ich am Tag nach meiner Unterredung mit Mrs. Graham dort vorsprach, war er zufällig gerade außer Haus. Ein Umstand, der mir jetzt keineswegs so angenehm war, wie bei früheren Gelegenheiten. Zwar war Miss Millward zugegen, aber das war kaum besser, als wenn niemand zu Hause gewesen wäre. Ich beschloss jedoch, meinen Besuch kurz zu machen und mit Eliza auf eine brüderliche, freundschaftliche Art zu reden, die ich mir aufgrund unserer langen Bekanntschaft herausnehmen durfte und die, wie ich meinte, weder kränkend wirken noch Anlass zu falschen Hoffnungen geben konnte. Nie pflegte ich mit ihr oder sonst jemandem über Mrs. Graham zu sprechen, aber ich saß noch keine drei Minuten, da brachte sie selbst auf recht bemerkenswerte Weise die Rede auf diese Dame. Oh, Mr. Markham, sagte sie mit entsetzter Miene und einer fast zu einem Flüsterton gesenkten Stimme, was halten Sie von dem empührenden Berichten über Mrs. Graham? Können Sie uns Mut machen, Ihnen nicht zu glauben? Welche Berichte? Ach, nun kommen Sie aber, Sie kennen sie doch, lächelte sie verschmitzt und schüttelte den Kopf. Ich weiß nichts davon, was in aller Welt meinen Sie, Eliza? Oh, fragen Sie mich nicht, ich kann es Ihnen nicht erklären. Sie nahm das Taschentuch wieder auf, das sie gerade eben mit einem breiten Spitzenrand verziert hatte und begann sich eifrig damit zu beschäftigen. Worum geht es, Miss Middlewood? Was meinen Sie? sagte ich, indem ich mich an ihre Schwester wandte, die in das Einsäumen eines großen, groben Betttuchs vertieft zu sein schien. Ich weiß es nicht, erwiderte sie, so ein leeres Gerücht, das irgendjemand in die Welt gesetzt hat, vermutlich. Ich habe erst davon gehört, als Eliza mir neulich erzählte, aber selbst wenn es mir auch die ganze Pfarrgemeinde ins Ohr schrie, würde ich kein Wort davon glauben. Dazu kenne ich Mrs. Graham zu gut. Sehr richtig, Miss Middlewood, so halte auch ich es, was immer es auch sein mag. »Schön«, bemerkte Eliza mit einem leichten Seufzer, »es ist gut, wenn man sich des Wertes derer, die man liebt, so sicher ist. Hoffentlich müssen Sie nicht eines Tages erkennen, daß ihr Vertrauen fehl am Platz war.« Und sie hob ihr Gesicht und warf mir einen Blick von solch besorgter Zärtlichkeit zu, daß mein Herz hätte dahin schmelzen mögen, aber in diesen Augen lauerte etwas, was mir gar nicht gefiel, und ich fragte mich, wie ich sie jemals hatte bewundern können, und das ehrliche Gesicht ihrer Schwester mit seinen grauen Äuglein erschien mir weitaus angenehmer. Aber in diesem Augenblick war ich erzürnt über Eliza wegen ihrer versteckten Andeutungen bezüglich Mrs. Graham, von deren Unwahrheit ich überzeugt war, ob sie es nun wußte oder nicht. Ich sagte damals nichts mehr zu diesem Thema und nur wenig über andere Dinge, denn da ich merkte, daß ich meinen Gleichmut nicht so recht wiederfinden konnte, erhob ich mich gleich danach und verabschiedete mich, wobei ich mich mit dem Vorwand entschuldigte, auf dem Hof zu tun zu haben. Und zum Hof ging ich denn auch und machte mir dabei keinerlei Gedanken über die mögliche Wahrheit dieser mysteriösen Berichte, sondern fragte mich nur, worin sie bestanden, von wem sie in die Welt gesetzt worden waren und auf welchen Grundlagen sie beruhten und wie man sie am wirkungsvollsten zum Verstummen bringen oder zurückweisen konnte. Ein paar Tage nach diesem Vorfall hatten wir wieder eine unserer geruhsamen kleinen Einladungen, zu der die übliche Gesellschaft von Freunden und Nachbarn, darunter auch Mrs. Graham, eingeladen worden war. Sie konnte nun nicht mehr unter dem Vorwand dunkler Abende oder garstigen Wetters fernbleiben und zu meiner großen Erleichterung kam sie. Ohne sie hätte ich die ganze Angelegenheit als unerträglich lästig empfunden, aber der Augenblick, als sie eintraf, brachte neues Leben ins Haus und, ob zwar ich wegen ihr die anderen Gäste nicht vernachlässigen oder erwarten durfte, viel von ihrer Aufmerksamkeit und Unterhaltung für mich allein zu gewinnen, sah ich, einem Abend entgegen, der vergnüglicher zu werden versprach, als es solche Einladungen gewöhnlich waren. Auch Mr. Lawrence kam. Er traf erst ein, als die übrigen bereits seit einiger Zeit versammelt waren. Ich war neugierig, wie er sich gegenüber Mrs. Graham verhalten würde. Eine leichte Verbeugung war alles, was zwischen ihnen bei seinem Eintritt ablief, und nachdem er die anderen Anwesenden höflich begrüßt hatte, setzte er sich ganz weit weg von der jungen Witwe zwischen meiner Mutter und Rose. »Haben Sie jemals eine derartige Verstellung gesehen?« flüsterte Eliza, die meine unmittelbare Tischnachbarin war. »Würden Sie nicht sagen, dass Sie einander vollkommen fremd sind?« »Fast, aber was ist denn los?« »Was denn? Sie können doch nicht so tun, als seien Sie ahnungslos.« »Ahnungslos worüber?« fragte ich so scharf, daß sie erschrak und erwiderte, »Obst, sprechen Sie doch nicht so laut.« »Also dann erzählen Sie mir,« antwortete ich in einem gedämpfteren Tonfall. »Was meinen Sie damit? Ich hasse Geheimnistuerei.« »Nun, Sie wissen ja, ich verbüge mich nicht dafür, daß es wahr ist, wirklich weit entfernt davon. Aber haben Sie nicht gehört?« »Ich habe nichts gehört, außer von Ihnen.« »Dann müssen Sie absichtlich taub sein, denn jeder wird Ihnen das erzählen. Aber ich werde Sie ja nur verärgern, wenn ich es wiederhole. So sollte ich wohl den Mund halten.« Sie schloss die Lippen und faltete die Hände vor sich mit einem Ausdruck von beleidigter Unschuld. »Wenn Sie mich nicht hätten verärgern wollen, dann hätten Sie von Anfang an Ihren Mund halten sollen oder aber offen und ehrlich aussprechen, was Sie zu sagen hatten.« Sie wandte das Gesicht zur Seite, zog ein Taschentuch hervor, stand auf und ging zum Fenster, wo Sie eine Weile stehen blieb, offensichtlich in Tränen aufgelöst. Ich war erstaunt, empört und beschämt, nicht so sehr über mein harsches Benehmen wie über Ihre kindische Schwäche. Es schien Sie jedoch niemand zu bemerken, und kurz darauf wurden wir zum Teetisch gerufen. In unserer Gegend war es üblich, unter allen Umständen zum Tee bei Tisch zu sitzen und eine kleine Mahlzeit daraus zu machen, denn wir nahmen das Dinner stets zeitig ein. Als ich mich auf meinen Platz setzte, hatte ich Rose zu meiner einen Seite und einen leeren Stuhl auf der anderen. »Darf ich mich neben Sie setzen?« fragte eine sanfte Stimme an meinem Ellbogen. »Wenn Sie möchten,« lautete meine Antwort. Elisa schlüpfte auf den unbesetzten Stuhl, dann sah sie mit einem halb traurigen, halb mutwilligen Lächeln zu mir auf und flüsterte. »Sie sind so streng, Gilbert.« Ich reichte ihr den Tee mit einem leicht verächtlichen Lächeln und sagte nichts, denn ich hatte nichts zu sagen. »Was habe ich denn gesagt, dass Sie so böse sind?« fragte sie in einem kläglichen Tonfall. »Kommen Sie, trinken Sie Ihren Tee, Elisa, und seien Sie nicht töricht,« antwortete ich, indem ich ihr den Zucker und die Sahne reichte. Just in diesem Moment entstand zu meiner anderen Seite eine leichte Unruhe, weil Miss Wilson kam, um über einen Platztausch mit Rose zu verhandeln. »Würden Sie so nett sein, Ihren Platz mit mir zu tauschen, Miss Markham?« sagte sie, »denn ich möchte nicht neben Mrs. Graham sitzen. Wenn es Ihre Mama für angebracht hält, solche Personen in Ihr Haus einzuladen, kann sie nichts dagegen haben, dass Ihre Tochter Ihnen Gesellschaft leistet.« Dieser letzte Satz wurde in einer Art Selbstgespräch hinzugefügt, als Rose weg war, aber ich war nicht höflich genug, ihn zu überhören. »Hätten Sie wohl die Güte, mir zu sagen, was Sie damit meinen, Miss Wilson?« sagte ich. Die Frage brachte sie etwas aus der Fassung, aber nicht sehr. »Nun, Mr. Markham,« erwiderte sie kühl, nachdem sie ihre Geistesgegenwart rasch wiedergewonnen hatte, »es überrascht mich doch einigermaßen, dass Mrs. Markham eine Person wie Mrs. Graham in Ihr Haus einlädt. Aber vielleicht weiß sie ja gar nicht, dass der Charakter der Dame nicht gerade für Ihren Wert gehalten wird.« »Sie weiß es nicht und ich auch nicht, und deshalb wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir etwas genauer erklärten, was Sie damit meinen.« »Dies ist wohl kaum der Zeitpunkt und der Ort für solche Erklärungen, aber ich halte Sie schwerlich für so unwissend, wie Sie vorgeben zu sein. Sie müssen Sie ebenso gut kennen wie ich.« »Das meine ich schon, vielleicht sogar ein bisschen besser. Und wenn Sie mich darüber aufklären wollen, was Sie gegen Sie gehört oder sich eingebildet haben, werde ich daher vielleicht in der Lage sein, Sie zu berichtigen.« »Können Sie mir dann erzählen, wer Ihr Mann war oder ob Sie jemals einen hatte?« Vor Empörung schwieg ich. Zu einem derartigen Zeitpunkt und an einem derartigen Ort konnte ich mir eine Antwort nicht zutrauen. »Haben Sie nie bemerkt?« sagte Eliza. »Was für eine auffällige Ähnlichkeit zwischen Ihrem Kind und...« »Und wem?« fragte Miss Wilson mit einem Ausdruck von kalter, aber scharfer Stränge. Eliza erschrak. Die schüchtern ausgesprochene Vermutung war nur für mein Ohr bestimmt gewesen. »Oh, entschuldigen Sie!« bat sie. »Ich kann mich ja irren. Vielleicht habe ich mich geirrt.« Aber sie begleitete diese Worte mit einem hinterhältig-spöttischen Blick, der aus den Winkeln ihrer unaufrichtigen Augen auf mich gerichtet war. »Sie brauchen mich nicht, um Entschuldigung zu bitten,« erwiderte ihre Freundin. »Aber ich sehe hier niemanden, der dem Kind auch nur im Geringsten ähnlich sieht, außer seine Mutter. Und wenn Sie boshafte Gerüchte hören, Miss Eliza, werde ich Ihnen dankbar sein. Das heißt, ich meine, Sie tun gut daran, sich zu enthalten, sie zu wiederholen. Ich vermute, die Person, auf die Sie anspielen, ist Mr. Lawrence. Aber ich kann Ihnen, glaube ich, versichern, dass Ihre Verdächtigungen in dieser Hinsicht ganz und gar unangebracht sind. Und wenn er überhaupt irgendeine besondere Beziehung zu der Dame hat, was zu behaupten niemand ein Recht hat, so verfügt er zumindest, was man von einigen anderen nicht sagen kann, über ein genügend Maß an Anstandsgefühl, das ihn davon abhält, in der Gegenwart ehrenwerter Leute mehr als eine flüchtige Bekanntschaft zuzugeben. Augenscheinlich war er sowohl überrascht, als auch verärgert, sie hier anzutreffen. »Hör mal feste drauf,« rief Fergus, der an der anderen Seite Elizas saß und der Einzige war, der diese Seite des Tisches mit uns teilte. »Häme feste wie Teegesteine, lassen Sie nur ja kein gutes Haar an ihr.« Mit einem Blick voll eisiger Verachtung richtete sich Miss Wilson würdevoll auf, sagte aber nichts. Eliza hatte etwas erwidern wollen, doch ich unterbrach sie, indem ich ihr, so ruhig ich konnte, sagte, wenn auch in einem Tonfall der zweifellos einiges von dem, was in mir vorging, verriet, »Wir haben nun genug von dem Thema. Wenn wir nur reden können, um die Leute, die gesellschaftlich höher stehen, als wir, mit übler Nachrede zu überziehen, sollten wir lieber den Mund halten.« »Ich finde, es wäre besser, wenn ihr das tätet,« bemerkte Fergus. »Und der Meinung ist auch unser guter Pfarrer. In bester Stimmung redet er schon eine ganze Weile lang auf die Gesellschaft ein und schaut von Zeit zu Zeit mit strengem, missbilligenden Blicken zu euch herüber, während ihr hier gesessen und so respektlos miteinander geflüstert und gemunkelt habt. Und einmal hat er mitten in einer Geschichte oder einer Predigt, ich weiß nicht, was es war, eine Pause gemacht und die Augen auf dich gerichtet, Gilbert, als ob er sagen wollte, wenn Mr. Markham seine Flirterei mit den beiden Damen dort beendet hat, werde ich fortfahren.« Was sonst noch am Teetisch gesagt wurde, weiß ich nicht und auch nichts, wie ich die Geduld fand, so lange am Tisch sitzen zu bleiben, bis die kleine Mahlzeit vorüber war. Ich erinnere mich allerdings, dass ich nur mit Mühe den Rest des Tees hinunterschluckte, der in meiner Tasse war und nichts aß, und dass das Erste, was ich tat, war, Arthur Graham anzustarren, der neben seiner Mutter auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches saß, und das Zweite, Mr. Lawrence anzustarren, der am unteren Ende saß. Und zunächst fiel mir auf, dass eine Ähnlichkeit bestand, aber bei weiterer Betrachtung kam ich zu dem Schluss, dass sie nur in meiner Einbildung existierte. Zwar hatten beide feinere Gesichtszüge und einen zarteren Knochenbau, als es gemeinhin bei den meisten Vertretern des raueren Geschlechts der Fall ist, und Lawrences Gesichtsfarbe war blass und hell und Arthurs von zarter Durchsichtigkeit. Aber Arthurs winziges Stupsnäschen konnte wohl nie so lang und gerade werden, wie Mr. Lawrence's Nase, und die Form seines Gesichts, das zwar nicht voll genug war, um rund und zu fein zu dem kleinen, mit einem Grübchen versehenen Kinn zulief, um viereckig genannt zu werden, konnte sich doch nie zu dem länglichen Oval der des Anderen auswachsen, während das Haar des Kindes offensichtlich von einer helleren, wärmeren Farbe war, als sie das des älteren Herren jemals gehabt hatte, und seine großen, klaren, blauen Augen, ob zwar zuweilen von einem frühreifen Ernst, waren den scheuen, haselnussbraunen Augen Mr. Lawrence's ganz und gar unähnlich, aus denen die empfindsame Seele so misstrauisch hervorblickte, als sei sie stets bereit, sich vor den Kränkungen einer zu brutalen, zu andersartigen Welt wieder in sie zurückzuziehen. Elender, der ich diese abscheuliche Vorstellung auch nur für einen Augenblick in mich aufnehmen mochte. Kannte ich nicht Mrs. Graham? Hatte ich sie nicht immer wieder getroffen, mich mit ihr unterhalten? Wusste ich denn nicht genau, dass sie aufgrund ihres Verstandes, der Reinheit und des Adels, ihrer Gesinnung, jeder ihrer Verleumderinnen unermesslich überlegen war, dass sie von ihrer äußeren Erscheinung her die vornehmste, die anbietungswürdigste ihres Geschlechts war, die ich je gesehen oder mir nicht einmal hatte vorstellen können? Ja, ich wollte mit Mary Millward, verständiges Mädchen, das sie war, sagen, dass, wenn die ganze Gemeinde, ja die ganze Welt mir diese entsetzlichen Lügen in die Ohren schrie, ich sie nicht glauben würde, denn ich kannte sie besser als diese Leute. Unterdessen glühte mir der Kopf vor Empörung und mein Herz schien vor lauter widerstreitenden Empfindungen aus seinem Gefängnis brechen zu wollen. Ich betrachtete meine beiden schönen Nachbarinnen mit einem Gefühl von Abscheu und Widerwillen, das ich kaum zu verbergen versuchte. Schon neckte man mich von verschiedenen Seiten wegen meiner Geistesabwesenheit und ungalanten Vernachlässigung der Damen, aber ich kümmerte mich wenig darum. Das Einzige, worum ich mich kümmerte, abgesehen von jenem großen Thema, das meine Gedanken beschäftigte, war, darauf zu achten, dass die Tassen auf das Teetablett wanderten und nicht zurückkamen. Ich dachte schon, Mr. Millward werde nie mehr damit aufhören, uns zu erzählen, dass er kein Teetrinker und es höchst schädlich sei, den Magen unter Ausschluss gesünderer Nahrung mit Flüssigkeiten zu belasten und dadurch Zeit zu gewinnen, seine vierte Tasse zu leeren. Schließlich war man damit fertig und ich stand auf und verließ den Tisch und die Gäste ohne ein Wort der Entschuldigung, ich konnte ihre Gesellschaft nicht länger ertragen. Ich stürmte hinaus, um meinen Kopf in der balsamischen Abendluft abzukühlen und mich zu beruhigen oder meinen leidenschaftlichen Gedanken in der Einsamkeit des Gartens nachzuhängen. Um zu vermeiden, von den Fenstern aus gesehen zu werden, lief ich einen kleinen Weg hinunter, der sich an der einen Seite der Umzäunung entlang zog und an dessen Ende eine von Rosen und Geißblatt überwucherte Bankstand. Hier setzte ich mich hin, um über die Tugenden und Irrtümer der Dame von Wildfell Hall nachzudenken. Aber ich war noch keine zwei Minuten damit beschäftigt, als mir Stimmen und Lachen und das kurze Auftauchen beweglicher Objekte zwischen den Bäumen hindurch sagten, dass die ganze Gesellschaft sich nach draußen begeben hatte, um ebenfalls im Garten Luft zu schnappen. Ich machte es mir jedoch in einer Ecke der Laube bequem und hoffte, die Stellung halten zu können, die vor Beobachtern ebenso sicher war wie vor Eindringlingen. Aber nein, zum Henker, da kam doch tatsächlich jemand den Weg herunter. Warum konnten sie sich nicht der Blumen und des Sonnenscheins im offenen Garten erfreuen und diesen schattigen Schlupfwinkel mir und den Fliegen und Mücken überlassen? Aber wie ich so durch meinen duftenden Schutzschirm aus ineinander verflochtenen Zweigen guckte, um herauszufinden, wer die Eindringlinge waren, denn das Stimmengemurmel sagte mir, dass es sich um mehr als einen handelte, legte sich mein Zorn sofort und ganz andere Gefühle bewegten mein immer noch unruhiges Gemüt. Denn Mrs. Graham kam langsam den Weg herab mit Arthur an ihrer Seite und sonst niemand. Warum waren sie allein? Hatte sich das Gift der verleumderischen Zungen schon überall verbreitet und hatten ihr alle bereits den Rücken zugekehrt? Jetzt fiel mir ein, dass ich gesehen hatte, wie Mrs. Wilson schon zu Beginn des Abends ihren Stuhl zu meiner Mutter hingerückt und sich vorgebeugt hatte, um ihr offensichtlich irgendeine wichtige, vertrauliche Neuigkeit mitzuteilen. Und aus ihrem unaufhörlichen Kopfnicken, den häufigen Verzerrungen ihrer faltigen Physionomie und dem Blinzeln und boshaften Zwinkern ihrer kleinen, hässlichen Augen schloss ich, dass es sich um eine gepfefferte Klatschgeschichte handeln mußte, die sie voll in Anspruch nahm. Und aufgrund der vorsichtigen, geheimniskrämerischen Art der Unterredung vermutete ich, dass irgendeine anwesende Person das unglückliche Objekt ihrer Verleumdungen war. Und aus all diesen Beweisen, zu denen sich noch die zwischen Entsetzen und Ungläubigkeit schwankenden Blicke und Gesten meiner Mutter gesellten, folgerte ich jetzt, dass das Objekt Mrs. Graham gewesen sein mußte. Ich erhob mich erst aus meinem Versteck, als sie fast das Ende des Weges erreicht hatte, damit sie meinen Anblick nicht vertriebe. Und als ich hervortrat, blieb sie stehen und schien umkehren zu wollen. Lassen Sie sich durch uns nicht stören, Mr. Markham, sagte sie. Wir sind selbst hierher gekommen, um Ruhe zu suchen, nicht um Ihnen in Ihrer Zurückgezogenheit lästig zu fallen. Ich bin kein Einsiedler, Mrs. Graham, wobei ich durchaus zugebe, dass es danach aussieht, wenn ich mich auf diese unhöfliche Weise von meinen Gästen zurückziehe. Ich fürchtete, es ginge Ihnen nicht so gut, sagte sie mit einem Blick voll wirklicher Besorgnis. Nicht sehr gut, aber nun ist es vorüber. Setzen Sie sich doch ein wenig her und ruhen Sie sich aus und sagen Sie mir, wie Ihnen dieser Baum da gefällt, sagte ich, wobei ich Arthur an den Schultern hochhob und ihn mitten auf die Bank setzte, um dadurch seine Mutter zu gewinnen, die mit dem Eingeständnis, es sei ein verführerischer Zufluchtsort, sich in die eine Ecke fallen ließ, während ich von der anderen Besitz ergriff. Aber das Wort Zuflucht machte mich stutzig. Hatte also die unfreundliche Art der anderen Sie wirklich dazu veranlasst, in der Einsamkeit Frieden zu suchen? Warum haben die anderen Sie allein gelassen? fragte ich. Ich war es, der Sie verließ, lautete die lächelnde Erwiderung. Ich war zu Tode gelangweilt von dem Geplauder. Nichts langweilt mich so wie das. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Sie damit wirklich weitermachen können. Ich konnte nicht umhin, über den tiefen Ernst Ihrer Verwunderung zu lächeln. Sehen Sie es etwa, als eine Pflicht andauernd zu reden, fuhr sie fort, und somit nie eine Denkpause einzulegen, sondern belanglose Nichtigkeiten und leere Wiederholungen nachzuschieben, wenn sich Themen von echtem Interesse nicht einstellen wollen? Oder haben Sie an solchen Unterhaltungen wirklich Spaß? Sehr wahrscheinlich haben Sie Spaß daran, sagte ich. Ihre schlichten Gemüter können keine großen Gedanken aufnehmen, und Ihre wirren Köpfe werden von Nichtigkeiten hingerissen, die einen mit mehr Verstand nicht bewegen würden. Und Ihre einzige Alternative zu solchem Gerede ist es, sich Hals über Kopf in den Sumpf von Skandalen zu stürzen. Darin besteht Ihr Hauptvergnügen. Sicher nicht alle von Ihnen? rief die Dame erstaunt über die Bitterkeit meiner Bemerkung. Nein, gewiss, ich spreche meine Schwester von solch unwürdigen Vorlieben frei, und auch meine Mutter, falls sie sie in ihren Tadel mit einbezogen haben. Ich wollte niemanden tadeln und hatte gewiss keine respektlosen Anspielungen auf ihre Mutter im Sinn. Ich habe einige kluge Leute kennengelernt, die große Adepten dieser Art von Konversation waren, wenn sie von den Umständen dazu gezwungen wurden. Aber das ist eine Gabe, deren Besitz ich mich nicht rühmen kann. Hier nun habe ich meine Aufmerksamkeit solange ich konnte aufrechterhalten, aber als meine Kraft erschöpft war, stahl ich mich weg, um auf diesem stillen Gartenweg ein paar Minuten Ruhe zu suchen. Ich hasse es zu reden, wenn es dabei keinen Austausch von Gedanken oder Gefühlen gibt und nichts gegeben oder empfangen wird. Also, sagte ich, wenn ich Ihnen jemals mit meiner Rätseligkeit lästig falle, dann sagen Sie es mir sofort und ich verspreche Ihnen nicht beleidigt zu sein, denn ich besitze die Fähigkeit, die Gesellschaft derer, die ich, meiner Freunde, sowohl schweigend als auch im Gespräch zu genießen. Ich glaube Ihnen nicht ganz, aber wenn es so wäre, würden Sie als Gefährte genau zu mir passen. Dann bin ich also in anderer Hinsicht alles, was Sie sich wünschen? Nein, das will ich damit nicht sagen. Wie wunderschön diese kleinen Trauben von Blattwerk dort aussehen, wenn die Sonne hinter Ihnen hervorkommt, sagte sie in der Absicht, das Thema zu wechseln. Und sie sahen wirklich wunderschön aus, dort, wo ab und zu die Sonnen strahlen, die horizontal durch das Dickicht von Bäumen und Büschen auf der gegenüberliegenden Seite des Pfads vor uns drangen, das staubige Grün belebten und wie glänzend goldgrüne Tupfer waren die halbdurchsichtigen Blätter darüber hingestreut. Ich wünschte beinahe, ich wäre keine Malerin, bemerkte meine Begleiterin. Warum das? Man würde doch meinen, sie verlockten in einem solchen Augenblick ganz besonders über ihr Vorrecht, die vielfältigen, strahlenden und entzückenden Tupfer der Natur nachahmen zu können. Nein, denn statt mich dem vollen Genuß dieser Dinge hinzugeben, wie andere es tun, zerbreche ich mir immer den Kopf, wie ich auf der Leinwand dieselbe Wirkung erzielen könnte und da dieses niemals geschehen kann, ist es bloße Eitelkeit und seelische Qual. Vielleicht können sie es nicht zur eigenen Befriedigung tun, aber es gelingt ihnen doch sehr wohl, andere mit den Resultaten ihrer Bemühungen zu begeistern. Nun, nach alledem sollte ich mich nicht beklagen. Vielleicht verdienen nur wenige Leute ihren Lebensunterhalt mit so viel Freude an ihrer Arbeit wie ich an der Meinen. Da kommt jemand. Sie schien verärgert über diese Unterbrechung. Es ist bloß Mr. Lawrence und Miss Wilson, sagte ich, die einen ruhigen Spaziergang genießen wollen. Sie werden uns nicht stören. Ich konnte den Ausdruck auf ihrem Gesicht nicht richtig deuten, aber ich war befriedigt, dass keine Eifersucht darin lag. Welches Recht hatte ich, danach zu suchen? Was für ein Mensch ist Miss Wilson? fragte sie. Sie ist eleganter und gebildeter, als man es bei ihrer Herkunft und gesellschaftlichen Stellung gewöhnlich erwartet, und einige sagen, sie sei damenhaft und angenehm. Ich fand sie etwas kalt und ziemlich hochnäsig in ihrem Benehmen heute. Sehr wahrscheinlich war sie das zu ihnen. Sie hat möglicherweise ein Vorurteil gegen sie gefasst, denn ich glaube, sie betrachtet sie als eine Rivalin. Mich? Ausgeschlossen, Mr. Markham, sagte sie, offensichtlich überrascht und verärgert. Nun, ich weiß nichts davon, entgegnete ich ziemlich verbissen, denn ich dachte, ihre Verärgerung richte sich hauptsächlich gegen mich. Das Paar war nun auf wenige Schritte bis zu uns herangekommen. Unser Baum stand gemütlich zurückgesetzt in einer Ecke, vor der die kleine Allee an ihrem Ende in den offeneren Weg hin zur Grenze des Gartens überging. Als sie sich dieser Ecke näherten, konnte ich an der Miene Jane Wilsons ablesen, dass sie die Aufmerksamkeit ihres Begleiters auf uns lenken wollte, und sowohl aus ihrem kalten, sarkastischen Lächeln als auch aus den wenigen, unzusammenhängenden Worten ihrer Rede, die zu mir drangen, begriff ich zur Genüge, dass sie ihm gerade einzureden versuchte, wir seien heftig ineinander verliebt. Ich bemerkte, dass er bis zu den Schläfen errötete, uns einen flüchtigen Blick im Vorübergehen zuwarf und weiterlief, wobei er ernst reinschaute, ihr aber anscheinend keine Antwort auf ihre Bemerkungen gab. Es stimmte also, er hatte gewisse Absichten auf Mrs. Graham, und wären sie ehrenhaft gewesen, wäre er nicht so eifrig bestrebt gewesen, sie zu verbergen. Sie traf natürlich keine Schuld, aber er war über alle Maßen verabscheuenswert. Während mir diese Gedanken durch den Kopf schossen, stand meine Begleiterin unvermittelt auf und sagte, indem sie ihren Sohn rief, sie würden jetzt gehen, um die Gesellschaft wieder zu suchen, und sie gingen den Weg hinauf. Zweifellos hatte sie etwas von Miss Wilsons Bemerkungen gehört oder erraten, und es war deshalb nur zuverständlich, dass sie das Tete-a-Tete nicht länger fortsetzen wollte, insbesondere, da in diesem Augenblick meine Wangen vor Empörung über meinen früheren Freund brannten, was sie vielleicht mit Schamesröte aus törichter Verlegenheit verwechselte. Dafür hegte ich noch zusätzlichen Groll gegen Miss Wilson, und je mehr ich über ihr Verhalten nachdachte, desto inbrünstiger hasste ich sie. Es war spät am Abend, als ich mich wieder zu den anderen begab. Ich traf Mrs. Graham bereits zum Aufbruch gerüstet an, wie sie sich gerade von den übrigen Anwesenden, die jetzt ins Haus zurückgekehrten, verabschiedete. Ich erbot mich, nein, bat darum, sie nach Hause begleiten zu dürfen. Mr. Lawrence stand in diesem Moment gerade in der Nähe und unterhielt sich mit jemand anderem. Er sah nicht zu uns her, aber als er meine eindringliche Bitte hörte, hielt er mitten in einem Satz inne, um auf ihre Antwort zu lauschen, und sprach dann mit einem Ausdruck stiller Genugtuung weiter, als er feststellte, dass es sich um eine Ablehnung handelte. Eine Ablehnung war es zwar entschieden, doch nicht unfreundlich. Man konnte ihr nicht einreden, dass sie sich und ihr Kind in Gefahr begebe, wenn sie die einsamen Wege und Felder ohne Begleitung überquere. Es sei ja immer noch taghell, und sie werde niemandem begegnen, oder, wenn es der Fall sein sollte, seien die Leute ganz bestimmt friedfertig und harmlos. Tatsächlich wollte sie nichts davon hören, dass irgendjemand sich die Mühe machte, sie zu begleiten, obwohl Fergus sich herabließ, ihr seine Dienste anzubieten, für den Fall, dass sie ihr annehmbarer erschienen als die meinen, und meine Mutter meinte, sie könne doch einen Knecht schicken, um ihr Geleit zu geben. Als sie gegangen war, schien mir der Rest des Abends öd und leer oder noch schlimmer. Lawrence bemühte sich, mich ins Gespräch zu ziehen, aber ich zeigte ihm die kalte Schulter und ging in einen anderen Teil des Zimmers. Kurz danach brach die Gesellschaft auf und er nahm Abschied. Als er zu mir kam, übersah ich seine ausgestreckte Hand und überhörte seinen Gute-Nacht-Gruß, bis er ihn ein zweites Mal wiederholte, und dann, um ihn loszuwerden, murmelte ich eine unverständliche Antwort, begleitet von einem mürrischen Kopfnicken. »Was ist los, Marken?« flüsterte er. Ich antwortete ihm mit einem wütenden und verächtlichen Blick. »Sind Sie wütend, weil Mrs. Graham sie nicht mit sich nach Hause gehen ließ?« fragte er mit einem schwachen Lächeln, das mich so sehr aufbrachte, dass ich beinahe die Kontrolle über mich verloren hätte. Aber ich schluckte alle wütenderen Antworten hinunter und fragte lediglich, »Was geht Sie das an?« »Nun ja, nichts«, erwiderte er provozierend gelassen. »Nur«, und er sah mir ins Gesicht und sprach mit ungewöhnlicher Feierlichkeit. »Nur lassen Sie mich Ihnen sagen, Marken, wenn Sie in dieser Richtung irgendwelche Absichten haben, werden Sie mit Sicherheit fehlschlagen. Es tut mir weh, mit ansehen zu müssen, wie Sie falsche Hoffnungen hegen und Ihre Kraft in nutzlosen Anstrengungen vergeuden, denn »Heuchler«, stieß ich hervor und er hielt den Atem an und machte ein sehr betroffenes Gesicht, wurde blass und ging ohne ein weiteres Wort von Dannen. Ich hatte ihn bis ins Mark getroffen und ich war froh darüber. Und ich ¿ 팔 empire? Du hast es nicht und ganz